»Lottes Cremeschnittchenfabrik, einen schönen guten Tag!« Der Anrufer schnappte kurz nach Luft, dann sagte er, »Heinz? Was soll der Blödsinn? Hier ist Walter.« »Ich weiß. Dein Name steht ja im Display.« »Ja, dann melde dich doch vernünftig und lass diesen pubertären Quatsch.« »Ich brauche mich eigentlich gar nicht zu melden. Ich sehe, wer anruft, und du weißt, welche Nummer du gewählt hast. Also. Oder hast du schon vergessen, mit wem du reden wolltest?« »Natürlich nicht. Wie um alles in der Welt kommst du auf Cremeschnittchenfabrik?« »Die gibt es heute zum Kaffee. So kleine Dinger mit Creme in der Mitte.« »Hat Charlotte gebacken.« »Es gibt genug. Ihr könnt auch kommen.« Inge ist in der Sauna. »Und ich? Ich könnte mich eigentlich aufs Rad setzen und vorbeikommen.« Heinz nickte. Walter kam immer, wenn es Kuchen gab. Heinz beobachtete durch das Küchenfenster den Nachbarn, der sich müde, den Rasenmäher auf den Friesenwald zu buxieren. Deshalb bekam er den Anfang von Walters Satz nicht mit. Nur das Ende. »Auch bekommen?« »Was bekommen?« »Thomsen hat übrigens einen neuen Rasenmäher. Viel zu groß. Typisch für diesen Angeber. Und jetzt bekommt er eh nicht den Wall hoch.« »Diese Fahrt an die Schlei. Bist du da auch ausgewählt?« »Wie?« »Schlei.« »Was für eine Fahrt.« »Du hast mir nicht zugehört. Ich erzähle dir etwas Bahnbrechendes und du interessierst dich nur für Thomasens Rasenmäher.« Heinz seufzte. Wenn Walter sich nicht ernst genommen fühlte, war er sofort beleidigt. Das war eben seine Finanzbeamtenmentalität. »Nun sei nicht so, Walter. Erzähl. Was ist mit der Schlei?« »Ich war da mal als Kind. Kurz nach dem Krieg. Dahin wurden blasse, dünne Stadtkinder geschickt, um aufgepäppelt zu werden.« »Es war sehr schön da. Ich habe zufällig in der letzten Zeit öfter daran gedacht.« »Willst du wieder aufgepäppelt werden? Dann komm doch her. Cremeschnittchen päppeln.« Walter blieb ernst. »Du verstehst mich nicht. Du bist so unkonzentriert am Telefon. Man kann mit dir nicht über wichtige Dinge sprechen. Ich komme jetzt zu euch und zeige dir was. Du wirst dich wundern. Bis gleich.« Umständlich schoss Walter sein Fahrrad an die Gartenlaterne. Heinz sah im Kopfschütteln dabei zu. »Als ob das Rad aus dem Garten geklaut würde.« »Was hast du denn da alles mit?« »Unterlagen.« »Ist Charlotte nicht da?« »Ähm, nein. Leider. Die Cremeschnittchen waren für den Bazar vom Roten Kreuz.« Charlotte bringt sie gerade hin. »Ach so.« Ein Anflug von Enttäuschung huscht über Walters Gesicht. »Ist aber egal. Ich wäre sowieso vorbeigekommen.« »Hast du deine Lesebrille parat?« Am Tisch auf der Terrasse glättete Walter einen Briefbogen und schob ihn seinem Schwager zu. »Guck dir das mal an.« Heinz putzte mit langsamen Bewegungen seine Brille, setzte sie auf und begann vorzulesen. »Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen.« »Sehr geehrter Herr Walter Müller, Sie haben allen Grund, sich zu freuen, denn Sie gehören zu einem kleinen, auserwählten Kreis, dem wir, die Firma Ostseeglück, ein Angebot machen, das Sie kaum ausschlagen können. In Zeiten der Unsicherheiten auf den Finanzmärkten, der unkalkulierbaren Risiken der Aktienmärkte und der nicht abreißenden Katastrophenmeldungen aus aller Welt fragen sich gerade die wohlsituierten Senioren, was passiert mit meinem Geld?« Jahrzehntelang schaffen wir Rücklagen, die uns einen sorgenfreien Lebensabend ermöglichen sollen. Doch hat man wirklich alles richtig gemacht? Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Fragen für Sie zu beantworten. Unsere Klientel besteht ausschließlich aus wohlhabenden Senioren, die auch gern unter sich bleiben wollen. In einer der schönsten Gegenden Norddeutschlands zeigen wir Ihnen Kapitalanlagen mit hoher Renditemöglichkeit, die Sie begeistern werden. Zusammen mit Gleichgesinnten verbringen Sie ein zauberhaftes Wochenende am Ostseefjord, wo unsere Reiseleitung kaum einen Ihrer Wünsche unerfüllt lässt. Da dieses exklusive Angebot natürlich nur einem kleinen, ausgesuchten Kreis offeriert werden kann, füllen Sie doch bitte sofort das beiliegende Formular aus. Sie können eine Begleitperson Ihrer Wahl mitnehmen. Geben Sie auch deren Daten an. Aus den eingehenden Zuschriften wählen wir dann die Personen aus, die an diesem exklusiven Wochenende teilnehmen werden. Die Firma Ostseeglück wünscht Ihnen viel Erfolg. Es verbleibt mit herzlichen Grüßen aus dem herrlichen Feriengebiet der Schlei Ihr Dr. Theo von Alsterstetten, Geschäftsführer. Langsam nahm Heinz seine Brille ab und schob den Brief zurück zu Walter. Wie sind denn die auf dich gekommen? Ich passe doch genau in ihr Profil. Wohlsituierte Senioren, die unter sich bleiben wollen. Ich bin genauso wohlsituiert, als ob du mehr Pension kriegen würdest. Woher haben die denn deine Adresse? Vermutlich von der Sparkasse. Ich bin auch Sparkassenkunde. Ich finde es unmöglich, dass du eine Einladung bekommst und ich nicht. Eine Einladung reicht doch. Pass auf, ich trage dich hier unten als meine Begleitperson ein. Siehst du? Hier unten. Heinz Schmidt. So, und dann habe ich gesehen, dass die Anrede eine andere Schrift hat als der übrige Brief. Das haben die einfach hineinkopiert. Das geht mit Tipp-Ex weg. Habe ich schon an einer Stelle probiert. Wir radieren Walter Müller weg, machen eine Kopie, schreiben einfach deinen Namen hin. Du trägst mich als Begleitperson ein und schon haben wir eine höhere Gewinnchance. Wie findest du das? Ich weiß nicht. Ist das nicht Urkundenfälschung? Urkundenfälschung, schnaubte Walter. Das ist doch keine Urkunde. Das ist eine Einladung. Und du hast doch selbst gesagt, dass du nicht verstehst, warum du nicht eingeladen bist. Wir machen da nur eine kleine Korrektur. Und dann fahren wir umsonst an die Schlei. Ich wollte da immer schon mal wieder hin. Das waren damals meine schönsten Ferien. Ich war jeden Tag schwimmen. Und es gab Streuselkuchen und schönes Wetter. Das wird ein super Wochenende. Ich weiß nicht. Heinz. Walter war aufgestanden und starrte seinen Schwager wütend an. Ich gebe mir hier alle Mühe, uns ein exklusives Wochenende zu verschaffen, für das wir keinen Cent bezahlen müssen und du maulst rum. Wenn du so weitermachst, dann trage ich gleich Inge ein und ihr kommt nicht mit. Aber dann beschwer dich nicht. Ach, du willst, dass wir alle zusammenfahren? Heinz nahm den Tippeckstift und radierte damit vorsichtig auf dem Briefbogen herum. Ja, natürlich, antwortete Walter. Aber überleg mal, was das kostet. Und so ist alles umsonst. Wir investieren nur eine Fotokopie. Heinz, hier ist Post für dich. Von einem Reiseveranstalter. Mit fragendem Blick reichte Charlotte drei Tage später Heinz einen Umschlag. Hast du was gebucht? Gebucht? Heinz hubt nur kurz seine Augen von der Zeitung. Nein, was soll ich denn buchen? Der HSV hat schon wieder verloren. Er las weiter, bis er plötzlich hochfuhr. Ach, das! Das war ein Preisausschreiben. Da haben wir mitgemacht. Also Walter und ich. Das ging ja schnell mit der Antwort. Ungeduldig riss er den Umschlag auf und überflog das Schreiben. Charlotte, ich habe gewonnen. Das gibt es ja nicht. Er blickte seine Frau strahlend an. Wir fahren an die Schlei. Drei Nächte im Hotel. Anreise mit dem Bus. Exklusiver Rahmen. Und ohne einen Cent Zuzahlung. Wie findest du das? Lass mal sehen. Sie nahm ihm das Schreiben aus der Hand. Mit dem Bus ab Bremen? Und Walter begleitet dich? Worauf habt ihr euch denn da eingelassen? Was heißt denn Kapitalanlagen? Das klingt aber nicht seriös. Das ist eine Art Informationsreise. Heinz stand schon und ging zum Telefon. Ich muss Walter anrufen. Vielleicht hat er auch schon was gehört. Wir erklären euch alles in Ruhe. Ich habe gewonnen. Das ist toll. Bevor er das Telefon erreicht hatte, klingelte es schon. Als er abhob, hörte er Walter Stimme. Heinz, rate mal, was ich heute in der Post hatte. Das ist doch wirklich eine Schnapsidee. Inge schob den Brief in den Umschlag zurück und sah Charlotte hilfesuchend an. Wie findest du das denn? Sie saßen zu viert in der Strandhalle, Inges Lieblingsrestaurant, in das Walter eingeladen hatte. Morgens hatte er noch gedacht, dass sie hier die gewonnene Reise feiern würden. Jetzt sah das Ganze etwas anders aus. Walter hatte es kaum fassen können, dass sie beide gewonnen hatten und sofort bei der Firma Ostseglück angerufen und den Geschäftsführer verlangt. Dr. Theo von Alsterstetten hatte schließlich den Brief unterschrieben. Lang und breit hatte Walter ihm am Telefon erklärt, dass es natürlich scherzhaft gemeint war, als er seinen Schwager und sein Schwager ihn als Begleitperson eingesetzt hätte. Selbstverständlich sollten die Ehefrauen mitfahren, das ließe sich doch bestimmt noch ändern. Nein, hatte Dr. von Alsterstetten geantwortet, das gehe natürlich nicht, da die Gewinner unter notarieller Aufsicht gezogen worden seien und es deshalb keine Änderungen mehr geben könne. Nachdem er ihm allerdings versichert hatte, dass er Walter als Gewinner und Heinz als Begleitperson eingetragen war, gab Walter sich zufrieden. Walter und Heinz hatten sich kurz beraten und dann einhellig beschlossen, dass man diesen Gewinn nicht verfallen lassen dürfe. Ausgewählt war ausgewählt und wenn man schon zu einem exklusiven Kreis gehörte, dann sollte man das annehmen. Allerdings hätten sie sich gewünscht, dass ihre Angetrauten etwas begeisterter reagiert hätten. Stattdessen stimmte Charlotte ihrer Schwägerin zu. Ostseefjord, was wollt ihr da? Heinz, du machst doch immer einen mittleren Aufstand, wenn du Sylt mal verlassen sollst. Und jetzt willst du mit Walter im Bus an die Schlei? Ihr beide zusammen? Ihr fahrt mit dem Auto bis Bremen und am nächsten Tag exakt dieselbe Strecke mit dem Bus zurück? Und das Auto bleibt in Bremen? Das ist doch total bescheuert. Das Auto können wir ja schlecht mit in den Bus nehmen, antwortete Walter. Da stellen wir in ein bewachtes Parkhaus. Mach dir mal keine Sorgen um den Wagen. Ich mache mir keine Sorgen um den Wagen, ich mache mir ernsthaft Sorgen um euch. Heinz bemühte sich um ein freundliches Gesicht. Es ist ein Herzenswunsch von Walter. Noch einmal die Schlei sehen. Heinz, seine Schwester Inge hob die Augenbrauen. Du tust so, als hätte Walter nur noch zwei Wochen zu leben. Und von wegen Herzenswunsch. Ich habe in den letzten 40 Jahren noch nie gehört, dass er mal von der Schlei geredet hat. Walter, sag was. Es waren meine schönsten Ferien. Ich sehe die Landschaft noch vor mir, pure Idylle, viel Wasser, viel Raps und ich als achtjähriger Steppke mittendrin. Ein Traum. Es ist 60 Jahre her, rauf Charlotte ein. Da bin ich ja gespannt, was du alles wieder erkennst. Wie auch immer. Habt ihr euch da mal erkundigt, was das für ein Veranstalter ist? Ich finde ja, dass die ganze Sache ein bisschen komisch klingt. Exklusiv. Das kann doch alles heißen. Walter stieß Heinz unter dem Tisch an. Diese Firma ist wirklich in Ordnung. Das habe ich natürlich recherchiert. Die Klientel besteht aus gut situierten Senioren, die an Wirtschaftsfragen interessiert sind. In diese Gruppe fallen Heinz und ich eben genau rein. Und deshalb haben die uns beide ausgesucht. Ihr könntet euch auch einfach mitfreuen. Genau. Heinz hatte den Tritt richtig verstanden. Immerhin sind wir ausgewählt. Da kommt nicht jeder Hinz und Kunz mit. Da muss man schon besondere Fähigkeiten und Voraussetzungen haben. Und außerdem muss man auch ab und zu mal über den Tellerrand gucken. Sonst rostet man ein. Ich sage es dir, Charlotte. Inge setzte den Blinker und fuhr zügig vom Parkplatz. Ich fahre nicht Hals über Kopf an die Schlei, um den beiden aus irgendwelchen Schwierigkeiten zu helfen. Walter und Heinz hatten sich entschlossen, den Heimweg zu Fuß anzutreten. Sie hätten viel zu viel gegessen und könnten in diesem pappsatten Zustand sowieso nicht ins Bett gehen. Fahrt ihr mal mit dem Wagen. Wir laufen zurück. Wir müssen auch noch ein paar Reisedetails besprechen. Bis später. Als Inge sie überholte, winkten beide ihn synchron nach. Ausgewählt. Charlotte schnalzte mit der Zunge. Exklusiver Kreis. Das wird ja was sein. Inge, ich sage dir, die kommen mit Schnellkochtöpfen und Salatschleudern zurück. Ein bisschen seltsam finde ich das auch alles. Was soll denn das mit den Renditen? Und der Finanzkrise? Naja, aber da werden sie sich an Walter die Zähne ausbeißen. Ich befürchte nur, dass sie die beiden auf halber Strecke an die Luft setzen, weil Walter sich bei den Vorträgen einmischt und immer alles besser weiß. Ich sehe uns schon mit dem ersten Autozug aufs Festland fahren, weil wir unsere Männer aus irgendeinem abgelegenen Waldstück bei Schleswig abholen müssen. Die sollen sich bloß warme Jacken einpacken. Wer weiß, wie lange sie da stehen werden. Charlotte seufzte und sah ihre Schwägerin an. Ich dachte, die beiden sind langsam zu alt für solche Unternehmungen, aber das war ja wohl ein Irrtum. Ich hoffe nur, dass es keine zu große Katastrophe gibt. Johanna sah ihre Tante sofort, als sie das Restaurant betrat. Sie saß an einem Tisch am Fenster, ein Glas Sekt vor sich und war an die Speisekarte vertieft. Hallo, Tante Fienchen. Mit strahlendem Lächeln hob die den Kopf. Johanna, wie schön, dass es geklappt hat. Setz dich, Kind, du siehst abgespannt aus und dünn bist du geworden. Isst du nichts mehr? Johanna küsste sie auf die Wange und ließ sich langsam auf den Stuhl sinken. Fienchen trug eine knallbunte Tunika über einer weißen Hose. Ihre roten Haare standen in alle Richtungen ab. Bei jeder Bewegung klimperten mindestens zehn Armreifen. Auffällig wäre noch geschmeichelt. Ihre Tante beugte sich über den Tisch und drückte Johannas Hand. Das kriegen wir schon hin. Möchtest du vor dem Essen auch ein Glas Sekt? Abwährend hob Johanna die Hände. Um Himmels Willen, es ist noch nicht mal ein Uhr und ich habe noch Sendung. Ach komm, nach einem Glas leilst du noch nicht. Das kriegen die Hörer gar nicht mit. Und außerdem haben wir etwas zu feiern. Fienchen hieß eigentlich Josefine Jäger und war die ältere Schwester von Johannas Vater. Der große Name Josefine passte nicht so recht zu der kleinen, zierlichen Person, die Johanna gerade mal bis zum Kinn ging. Deshalb hatte sich die kurze Version durchgesetzt. Ihren Eltern hatten eine Druckerei in Hamburg und zwei Mehrfamilienhäuser gehört. Beide waren früh bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Johannas Vater übernahm später die Druckerei, Fienchen bekam die Häuser und absolvierte eine Ausbildung zur Schauspielerin. Geld verdienen musste sie nicht. Schauspielerin aber war sie mit ganzer Leidenschaft gewesen. Hallo, junger Mann! Bringen Sie meiner Nichte bitte mal eine Speisekarte und ein Glas Sekt? Johanna war immer wieder überrascht, wie weit die Stimme einer so kleinen Person tragen konnte. Der Kellner war zusammengezuckt, die anderen Gäste sahen zu ihm herüber. Fienchen nickte ihn freundlich zu und sagte leiser, So, jetzt erzähl mal, was ist mit Max? Ist er ausgezogen? Max wohnte im Moment bei einem Kollegen. Vielleicht ist er auch bei dieser blassen Ziege eingezogen. Das interessiert mich aber nicht. Johanna, du kannst doch keine zehn Jahre Ehe einfach wegschmeißen. Er hat sie weggeschmissen. Hör zu, Max Schulze ist nach einer Buchpräsentation der grauenhaften Jungautorin Mareike Wolf erst morgens um acht sehr derangiert nach Hause gekommen. Er hat bei ihr übernachtet. Das haben mir drei Kollegen im Sender erzählt. Sie schreibt ihm ununterbrochen Mails und ruft bei uns an. Er kann sich angeblich an nichts erinnern. Für wie blöd hält er mich eigentlich? Und jetzt wechsle bitte das Thema. Du hast gesagt, es gibt einen Grund zum Feiern? Was denn für einen? Mit einem strahlenden Lächeln hob Fienchen ihr Glas. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir beide fahren für ein Wochenende zusammen weg. Du kommst auf andere Gedanken. Wir haben mal wieder ein bisschen Zeit für uns. Und das in einer zauberhaften Gegend, in einem schönen Hotel mit exklusivem Essen. Was sagst du? Wann denn? Und wohin? Mit großer Geste zog Fienchen einen Brief aus ihrer Handtasche und glättete das Papier, bevor sie ihrer Nichte den Bogen hinschob. Herzlichen Glückwunsch, sie haben gewonnen, las Johanna erst laut vor. Dann bewegten sich nur noch ihre Lippen. Ihre Stirn krauste sich, bevor sie den Kopf hob, um ihre Tante anzusehen. Ostseeglück? Kapitalanlagen? Was ist denn das für ein Quatsch? Sag bloß, du hast das Formular ausgefüllt. Ja, sicher. Und ich habe gewonnen. Die Antwort kam letzten Freitag. Ich habe dich gleich als Begleitperson eingesetzt. Das ist alle schon angemeldet. Es ist eine ganz exklusive Reise. Die nehmen da nicht jeden mit. Das war das Magazin auf Radio Nord. Am Mikrofon war Johanna Jäger und jetzt hören Sie die Nachrichten mit Anne Schünke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Johanna gab ihrer Kollegin ein Zeichen, drückte auf den Knopf und nahm den Kopfhörer ab. Feierabend. Sie streckte ihren Rücken und öffnete die schwere Tür. Die gewohnte Geräuschkulisse der Redaktion empfingen sie. Stimmen, Telefonklingeln und das Lachen einer Kollegin. Johanna sehnte sich sofort in ihre schalldichte Kabine zurück. Was für ein Krach. Es war gut, dass sie jetzt ein paar Tage frei hatte. Daniel, ihr bester Freund und liebster Kollege, saß am Schreibtisch und überflog seine Texte für die Moderation. Hey, Johanna ging um den Tisch und legte ihm dabei kurz die Hand auf die Schulter. Du musst mir ein Aufnahmegerät leihen. Meins hat eine Macke, das stoppt immer von selbst. Klar. Daniel las den Text zu Ende, dann sah er hoch. Wie war es mit Max? Hast du dich verabschiedet? Johanna runzelte die Stirn. Wann wirst du es begreifen? Wir reden nur noch beruflich miteinander. Ich habe mich privat von ihm endgültig verabschiedet. Johanna, du bist so stur. Gib ihm doch, lass es einfach. Ich gehe jetzt nach Hause. Und es ist vielleicht ganz gut, dass ich ab morgen mit Tante Fienchen weg bin und du mich nicht mehr mit deinen Max-Theorien zuschütten kannst. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass Fienchen die Reise, mit der sie mich überraschen wollte, gewonnen hat? Hast du nicht. Aber deine Tante hat mich Anfang der Woche angerufen und es mir erzählt. Was? Wieso? Weil, unter Johanna scharfem Blick, entschloss sich Daniel zur Wahrheit. Sie wollte meine Einschätzung hören. Ob ich mal mit Max reden könnte, wollte sie wissen. Und welche Möglichkeiten sie hätte, dein Problem aus der Welt zu schaffen. Mein Problem? Johanna schüttelte den Kopf, war aber entschlossen, zu einem anderen Thema zu kommen. Sie lässt nicht locker. Aber egal. Es geht um etwas anderes. Hast du dich nicht gewundert, dass sie eine Reise gewonnen hat? Nein, meine Schwester hat auch mal eine gewonnen. Drei Tage Wellness beim Preisausschreiben eines Verlages. Auf Juist. Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Statt zu antworten, griff Johanna in die Tasche ihrer Jacke und zog einen zusammengefalteten Briefbogen hervor, den sie ihm überreichte. Dann lies mal, was der Herr von Alzerstetten ihr so schreibt. Während Daniel den Brief las, den Fienchen ihr nur schweren Herzens überlassen hatte, beobachtete Johanna das Minenspiel ihres Freundes, das von Belustigung über Skepsis bis zur Ratlosigkeit wechselte. Du lieber Himmel, das ist doch nepp, oder? Die bitten Rentner zur Kasse und verkaufen denen irgendetwas. Zumindest hört sich das so an. Eben. Johanna nickte und wartete. Das sieht deine Tante aber ganz anders. Sie hat mir völlig begeistert erzählt, dass sie noch nie etwas gewonnen hat und dann plötzlich so etwas Schönes. Ich habe gar nicht nachgefragt. Aber ich habe mal ein bisschen recherchiert. Sehr viel hatte ihre Recherche nicht ergeben und das Wenige, was sie über Theo von Alzerstetten und seine Firma herausgefunden hatte, war aus dem Internet. Ostseeglück veranstaltete unterschiedliche Kurzreisen, von denen begeisterte, vermutlich von der Firma selbst eingestellte Kommentare der Reiseteilnehmer zeugten. Es gab nirgendwo einen Hinweis auf Kosten, keine konkreten Touren, es wurde nur von den traumhaften Gegenden geschwärmt. Und es gab eine Fotogalerie, in der nicht nur schöne Landschaft, sondern auch jede Menge glückliche Senioren und sehr smarte Reiseleiter zu sehen waren. Je mehr Johanna gelesen hatte, desto mehr war sie davon überzeugt, dass es sich hier um eine dieser Verkaufsfahrten handelte. Daniel hatte Johanna mit gerunzelter Stirn zugehört. Bist du sicher? Fienchen tat so, als ging es um ein ganz schickes und teures Luxuswochenende. Das kann ich mir vorstellen. Sie sieht das auch so. Johanna schüttelte den Kopf. Allein schon dieser Brief. Unsere Klientel besteht ausschließlich aus wohlhabenden Senioren, die auch gern unter sich bleiben wollen. Sie wollen über Kapitalanlagen reden und darüber, was aus dem Ersparten der Senioren wird. Vermutlich sollen sie es ausgeben. Das klingt doch schon nach Abzocke. Und darauf fällt Josefine Jäger natürlich rein. Lass sie doch. Ich glaube nicht, dass sie sich eine windige Kapitalanlage aufschwätzen lässt. Dazu ist sie zu clever. Das macht sie auch nicht. Sie wird nur total enttäuscht sein, wenn sie merkt, was es mit ihrer exklusiven Reise tatsächlich auf sich hat. Aber du fährst ja mit. Da kann man noch was draus machen. Genau, Johanna nickte. Das habe ich auch vor. Johanna sah ihre Tante schon von Weitem, als sie in Bremen aus dem Zug stieg. Josefine Jäger sah wie immer spektakulär aus. Von den Schuhen bis zum Hut war sie in Grün gekleidet. Der Rock war knöchelang, die Jacke hatte einen Fellbesatz. Johanna, hier bin ich! Fienchen hatte gute Augen. Johanna blieb kurz stehen, um mehreren Reisenden auszuweichen, und schon tauchte ihre Tante vor ihr auf. Johanna, Liebes, ich freue mich so! Fienchen schlang die Arme um ihre Nichte, etwa in Höhe von Johannas Gürtel. Wie war die Fahrt? Der Zug war ja fast pünktlich. Ich habe nur zehn Minuten gewartet. Sie trat wieder einen Schritt zurück und musterte Johanna jetzt mit etwas dünnerem Lächeln. Sag mal, Liebes! Ihr Blick wanderte über die Jeans, die im Moment etwas schlotterte, über den dunkelbraunen Kapuzenpullover bis hin zu den bequemen Sneakers. Was ist denn das für ein Freizeitaufzug? Du siehst aus, als würdest du wandern gehen. Ich hoffe, du hast auch andere Kleidung eingepackt. Hallo, Tante Fienchen. Johanna ging ein bisschen in die Knie, um ihre Tante auf die Wangen zu küssen. Wir fahren mit dem Bus an die Schlei und nicht nach Monte Carlo ins Casino. Ich glaube, du bist eher etwas overdressed. Wo ist eigentlich dein Gepäck? Im Schließfach am Busbahnhof. Der Taxifahrer war so nett, es für mich da einzuschließen. Ich kann es doch nicht durch die Gegend schleppen, wenn ich dich auch noch abholen muss. Johanna dachte an die Reportage und atmete tief durch. Sie verließen den Bahnhof und machten sich auf den Weg, um Fienchens Gepäck zu holen. Gerade überquerten sie die Bahnhofsstraße, als ein heller Mercedes um die Kurve schoss. Johannas Herz setzte aus. Wie in einem Reflex sprangen sie nach vorn und riss Fienchen von der Straße zurück. Idiot! brüllte sie dem Wagen nach. Du blöder Idiot! Bist du besoffen, oder was? Tante Fienchen sah Johanna erschrocken an. Meine Güte! Wie redest du denn? Johanna rieb sich die Stirn. Ihr Puls raste immer noch. Der hätte dich fast über den Haufen gefahren. Hast du ihn denn nicht gesehen? Ach komm! Fienchen hakte sich unter und sah sie beruhigend an. Der hätte bestimmt noch gebremst. Du bist so nervös. Es ist wirklich ganz gut, dass du mal für ein Wochenende auf andere Gedanken kommst. Der silberne Bus mit der blauen Aufschrift Ostseeglück glänzte in der Sonne. Eine Handvoll Menschen hatte sich bereits davor versammelt. Johanna knifft die Augen zusammen, um sie genauer sehen zu können. Die Entfernung war aber noch zu groß. Außerdem blendete die Sonne. Sind schon viele da? Fienchen war etwas hinter ihrer Nichte zurückgeblieben. Ich kann das nicht erkennen. Sie japste, weil sie mit ihren kurzen Beinen versuchte, Johanna zu folgen. Johanna wollte gerade antworten, als sie den silbernen Mercedes entdeckte, der ihre Tante vorhin fast über den Haufen gefahren hatte. Sehr umständlich und sehr langsam parkte er fünf Meter vor ihnen ein. Und genau in dem Moment, als sie den Wagen passierte, schlug plötzlich die Tür auf und traf Johanna mit Schwung an der Hüfte. Vor Schreck ließ sie das Gepäck zu Boden fallen und ging in die Knie. Sie blieb einen Moment zu hocken und spürte nur Fienchens Koffer, der auf ihrem Fuß lag. Und dann hörte sie eine Stimme. Aua! Ist Ihnen etwas passiert? Ein Mann beugte sich erschrocken über sie. Er war um die siebzig, gut angezogen und zweifelsfrei der Fahrer dieses Autos. Johanna starrte ihn durchdringend an, rappelte sich hoch und klopfte ihre Jacke ab. Ich verklage sie, sagte sie mit gefährlich ruhiger Stimme. Sie geben ihren Führerschein ab. Sie sind doch eine Gefahr für die Menschheit. Walter, was ist? Ein zweiter Mann stand plötzlich neben ihr, etwa im selben Alter, mit weniger Haaren und sehr blauen Augen. Guten Tag! Haben Sie sich etwas getan? Mein Schwager hat so einen steifen Nacken. Er kann sich schlecht nach hinten drehen, um zu gucken, was da kommt. Aber Sie sind auch ganz flott von hinten angeschossen gekommen. Wütend schnappte Johanna nach Luft. Das ist doch wohl das Letzte. Erst fahren Sie meine Tante fast über den Haufen und dann donnern Sie mir die Tür vor den Latz. Und ich soll schuld sein? Sie sind doch senil. Leute in Ihrem Alter sollte man gar nicht mehr hinter das Lenkrad lassen. Inzwischen brüllte Johanna die ersten Passanten blieben stehen. Ich rufe jetzt! Johanna, bitte! Fienchens energische Stimme brachte ihre Nichte zum Schweigen. Wir schreien nicht auf der Straße herum. Hast du dir was getan? Nein, aber gut, dann kannst du dich bitte beruhigen. Sie wandte sich an Heinz und Walter. Sie sollten besser auf den Straßenverkehr achten, meine Herren. Gerade in Ihrem Alter. Da darf man sich keine Fehler mehr erlauben. Sie entschuldigen, dieser Bus erwartet uns. Ach! Heinz schob Walter zur Seite und baute sich vor Fienchen auf. Das ist ja ein Zufall. Dann gehören wir zur selben Reisegruppe. Er beugte sich etwas hinunter, die grüne Dame war wirklich sehr klein und schüttelte ihr charmant die Hand. Ich möchte mich noch einmal in aller Form für diesen kleinen Zwischenfall entschuldigen. Mein Name ist Schmidt, Heinz Schmidt und das ist mein Schwager, Walter Müller. Wir kommen von Sylt und haben eine anstrengende Reise hinter uns. Sylt? Fienchen lächelte. Wie schön! Da hatte ich einmal einen Auftritt. Das muss so 1965 gewesen. Tante Fienchen? Johanna hatte mittlerweile das Gepäck aufgesammelt. Die ersten steigen schon ein. Vielleicht könntest du dieses Geplänkel hier abkürzen? Sie war immer noch fassungslos. Zumal der Kamikaze-Fahrer jetzt zwei große Koffer an die Straße stellte und im Begriff war, das Auto abzuschließen. So, dann können wir auch gemeinsam zum Bus gehen. Hast du alles aus dem Auto? Heinz, kann ich zumachen? Ja. Heinz klopfte seine Jacke ab. Brille, Taschentücher, Pfefferminz, Papiere, alles da. Auf ins Abenteuer. Beide Männer griffen zu den Koffern, nahmen Fienchen in ihre Mitte und steuerten auf den Bus zu. Johanna blieb einen Moment stehen, dann holte sie Luft und rief, Moment, Sie können doch den Wagen hier nicht stehen lassen. Walter drehte sich um und lächelte. Doch, schräg gegenüber ist nämlich die Polizei. Da wird sich keiner trauen, den Wagen zu stehlen oder zu beschädigen. Nachdenklich betrachtete Johanna das Halteverbotsschild. Vielleicht könnte sie dieses Thema auch noch in die Reportage einbauen. Ab welchem Alter gilt ein Autofahrer als gefährlich? Und warum gibt es Straßenschilder? Johanna bestieg den Bus als letzte. Unauffällig musterte sie die anderen Teilnehmer. Es war nicht zu leugnen, dass Johanna den Altersdurchschnitt um mindestens 20 Jahre senkte. Sie war eindeutig die Jüngste der Gruppe. Wenn man von diesem Typ in roter Hose absah, der anscheinend der Reiseleiter war. Er war ungefähr in ihrem Alter. Sein dunkles Haar war mit viel Wachs nach hinten gekämmt. Die Hornbrille sollte ihm wohl einen seriösen Touch verleihen. Dazu protzte er mit einer Rolex und glänzenden Lederschuhen. Grauenhaft. Er hatte sie sehr irritiert angesehen und gefragt, wessen Begleitung sie sei. Fienchen hatte sofort den Finger gehoben und gesagt, dass sie altersbedingt sehr schwach sei und deshalb nur mit ihrer Nichte verreise. Daraufhin hatte die Wachsfrisur etwas gemurmelt, das wie »Das fehlt mir gerade noch« klang. Und jetzt saß Johanna neben der altersbedingt schwachen Josefine Jäger, die sich mit glänzenden Augen im Bus umsah und den beiden Kamikaze-Fahrer, die zwei Bänke hinter ihnen saßen, verschwörerisch zuwinkte. »Das sind wirklich zwei sehr charmante Herren!« Fienchen wurde vom Eintreffen einer jungen blonden Frau in einem dunkelblauen Kostüm abgelenkt. Die Bustür schloss sich hinter ihr, die Blonde setzte sich mit dem Gesicht zur Reisegruppe auf den vorderen Sitz und reichte dem Mann mit der Wachsfrisur ein Mikrofon. Er tippte zweimal drauf, hielt sie sich an den Mund, sagte »Test, Test« und »Eins, zwei, eins, zwei«, bis es im Bus still wurde und alle Blicke auf ihn gerichtet waren. Eine Hand läßt sich in der Hosentasche, die andere am Mikro, räusperte er sich kurz, knipste ein Lächeln an und begann zu sprechen. »Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich einen kleinen Moment um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Vielen Dank. Mein Name ist Dennis Tacke. Ich habe das große Vergnügen, Ihr Reisebegleiter zu sein. Zu meiner Linken sitzt die charmante Lisa Wagner. Sie wird sich um ihre persönlichen Belange kümmern. Unser Busfahrer, Herr Carsten Kock, ist einer unserer erfahrensten Mitarbeiter. Er wird sie so sicher an unser Ziel bringen, wie es sonst nur eine Mutter mit ihrem Kinderwagen kann. Haha, kleiner Scherz am Rande. Bevor ich Ihnen einige Details zu unserer Reise schildere, ist es mir ein großes Bedürfnis, Sie alle recht herzlich von unserem Chef und Firmengründer Dr. Theo von Alsterstetten zu grüßen. Er wäre sehr gerne mitgefahren. Leider ist ihm ein familiärer Termin dazwischen gekommen. Aber ich denke, wir werden auch so zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammenwachsen, besondere Erfahrungen sammeln und Gemeinsamkeiten in diesen drei spannenden Tagen entdecken. Das geht ja gut los, dachte Johanna. Dennis Tacke lächelte in die Runde und fuhr fort. Der Erfolg unserer Firma entspringt der Denke unseres hochverehrten Dr. Theo von Alsterstetten. Sein großes Talent ist sein Fingerspitzengefühl, mit dem er besondere Menschen zusammenbringt. Sie alle waren in ihrem Leben erfolgreich, haben Karrieren gemacht oder als starke Frau ihrem Gatten den Rücken für seine Karriere freigehalten. Jeder kennt sicher auch harte und arbeitsreiche Zeiten, die aber sind heute gekrönt von einem finanziellen Polster, das ihnen einen goldenen Lebensabend garantiert. Dennis Tacke machte eine bedeutungsschwere Pause, senkte seine Stimme und sagte, für diejenigen unter Ihnen, die sich trotz eines engagierten Lebens die einen oder anderen kleinen Sorgen machen, für diejenigen haben wir ein einzigartiges Angebot, auf das ich am Abend noch ausführlich zu sprechen komme. Aber nun, bevor Herr Kock jetzt gleich die Maschine anwirft, erlauben Lisa und ich uns, sie zu einem kleinen Gläschen Sekt einzuladen, um auf die bevorstehenden schönen Stunden zu trinken. Unter dem Applaus der Reisegruppe reichte Lisa ihrem Kollegen ein Tablett mit gefüllten Plastiksektgläsern und folgte ihm mit einem zweiten. Dennis Tacke war für Fienchens und Johannas Sitzreihe zuständig. Er hielt ihnen das Tablett hin und wartete, bis beide sich bedient hatten. Fienchen drehte sich sofort zu einer Dame hinter sich, um sich vorzustellen. Schnell beugte sich Tacke zu Johanna und sagte leise, Frau, ähm, Johanna, ähm, Schulze, ich bin die Nichte von Frau Jäger. Sie hatte den kleinen Tisch am Vordersitz runtergeklappt, um den Sekt abzustellen. Dabei fiel der Plastikfuß ab und rollte unter den Sitz. Mit dem oberen Teil des Plastikglases in der Hand hielt sie den Blick von Dennis Tacke stand. Ist noch was? Den letzten Satz hatte sie sehr laut gesagt, sodass sich Fienchen sofort wieder umdrehte. Danke für den Sekt. Ich wollte mich auch noch für die Einladung bedanken. Ich bin so froh, dass meine Nichte bei mir ist. Wissen Sie, mit 75 will man allein keine Reisen mehr machen. Es ist einfach schade. Da hat man das Geld, aber keinen Mann mehr. So muss man auf die Familie zurückgreifen. Prost, junger Mann. Er lächelte sie flüchtig an und ging mit seinem Tablett weiter. Du hast dich mit deinem Ehenamen vorgestellt, Liebes. Das freut mich, stellte Fienchen fest. Ich habe keinen Ehenamen, das weißt du. Ich habe meinen Mädchennamen behalten. Schulze habe ich nur gesagt, weil ich keine Lust habe, alle halbe Stunde den Satz »Ach, ich kenne sie doch aus dem Radio« zu hören. Aha. Und dann fällt dir als allererstes Schulze ein? Interessant. Johanna verzichtete auf eine Antwort, hob das fußlose Plastikteil an die Lippen und trank den Sekt in einem Schluck aus. Lauwarm und süß. Erlauchter Kreis. Edle Getränke. Johanna war auf einer guten Spur. Davon war sie jetzt wirklich überzeugt. Ein paar Reihen entfernt betrachtete Walter das Plastikseckglas. Das ist doch wirklich an der falschen Stelle gespart. Das passt doch nicht zu einer solchen Luxusreise. Außerdem hätte ich gerne mehr über das einzigartige Angebot gehört. Mir war das gerade eben zu wenig Information. Und wegen der Information sind wir doch hier. »Entschuldigen Sie?« Der Mann, der auf der anderen Seite des Ganges neben einer Frau saß, beugte sich zu Walter. »Darf ich mich vorstellen?« »Hollenkötter.« »Ewald Hollenkötter aus Kastrop-Rauxel.« »Meine Frau Gisela.« Walter streckte seine Hand aus. »Angenehm.« »Müller.« »Walter Müller aus Weddingstedt.« »Auf Sylt.« »Mein Schwager Heinz.« Alle vier nickten sich zu. Ewald Hollenkötter beugte seinen Oberkörper in den Gang. »Ich habe gerade gehört, was Sie gesagt haben. Aber da müssen Sie sich keine Gedanken machen. Wir werden noch genug Informationen bekommen. Ich habe mich nämlich kundig gemacht. Die Firma Ostseeglück ist ein ganz seriöser Veranstalter. Und dieser Theo von Alsterstetten ist bekannt für sein glückliches Händchen. Was er anfasst, wird zu Geld. Ein ganz großer Finanzjongleur. Das können Sie mir glauben.« Walter zeigte sich noch nicht überzeugt. »Das mag ja sein, aber der Doktor von Anstetten...« »Alsterstetten«, korrigierte Heinz. »Alsterstetten«, Walter warf ihm einen kurzen Blick zu. »Der ist ja nicht dabei. Also kann er auch keine Vorträge halten. Aber deswegen bin ich doch hier.« »Und wegen der Schlei«, ergänzte Heinz. »Du wolltest unbedingt wieder dahin.« Ewald Hollenkötter nickte verständnisvoll. »Ich interessiere mich auch für die Angebote. Und die sind ja von Doktor von Alsterstetten entwickelt worden. Dann ist es doch egal, wer sie uns erklärt.« Johanna hatte ihr Aufnahmegerät in der Handtasche eingeschaltet und hoffte, dass sie den einen oder anderen Satz von Dennis Tacke schon drauf hatte. Dessen blöde Witze konnte sie sich nicht merken, aber auf dem Band müssten sie zu hören sein. »Hast du vorhin zugehört, als Herr Tacke über den Ablauf gesprochen hat?« riss Fienchen sie aus ihren Gedanken. »Es gibt doch eine Kaffeepause, oder?« Johanna nickte. »Ja.« »Raschstätte Holmoor. Bestimmt mit abgepackten Brötchen.« »Johanna!« Energe schob ihre Tante die Stimme. »Das ist hier keine billige Kaffeefahrt. Es gibt bestimmt ein schönes Frühstück. Du bist schon wieder ein Vater. Der ist auch immer so flott mit seinen Vorurteilen. Wir werden sehen.« Johanna lächelte sie an. »Und jetzt mache ich die Augen zu. Weck mich, wenn es Kaffee gibt.« Richtig schlafen konnte sie nicht, aber sie hielt die Augen geschlossen und stellte sich schlafend. Sie hatte keine Lust, sich zu unterhalten, vor allem nicht über Max. Sie hatten sich im Sender kennengelernt. Max arbeitete als Redakteur im Kulturressort, war der schönste Mann, den Johanna je gesehen hatte und zufällig gerade Single. Johanna verliebte sich. Sie wurden ein Paar, zogen nach einigen Monaten zusammen, beschlossen zu heiraten, taten das auch und alle waren begeistert. Und dann war vor vier Wochen das Unfassbare passiert. Johanna hatte Max rausgeschmissen. Der Grund war Mareike Wolf, ein blasses, mageres Wesen mit nichtssagendem Gesicht. Sie hatte einen ziemlich langweiligen Roman geschrieben, auf einer Veranstaltung Max kennengelernt und sich anscheinend in ihn verknallt. Zumindest bombardierte sie ihn seitdem mit elegischen Mails, in denen sie um ein Treffen bat. Johanna verriss in ihrer Sendung den Roman und Mareike erhöhte die Taktung bei der Eroberung von Max. Was in der Nacht der Buchpremiere genau passiert war, wollte Johanna gar nicht wissen. Sie fand ein paar Tage später in Max' Auto einen unfassbar hässlichen Ohrring. Auf dem Autorenfoto baumelte genau so eine an Mareike Wolfs Ohr. Das reichte. Johanna! Fienchen schließt ihr den Ellenbogen in die Rippen. Herr Tacker hat gerade gesagt, dass wir gleich unsere Pause machen. Das wird auch Zeit, ich muss mal. Hast du zufällig Kleingeld? Erschrocken rappelte Johanna sich auf und sah an ihrer Tante vorbei durchs Fenster. Fahrer Kock parkte den Bus am Ende eines großen Parkplatzes, stellte den Motor aus und öffnete die Türen. Sofort drängten die Ersten zum Ausgang, doch bevor sie den Bus verlassen konnten, griff Dennis Tacke wieder zum Mikrofon. Einen kleinen Moment bitte, nur zum Ablauf. Sie können jetzt gern ein wenig die Beine vertreten. Wir treffen uns anschließend vor dem Bus wieder. Frau Wagner und Herr Kock haben ein kleines Frühstück vorbereitet, zu dem wir sie herzlich einladen. Also bis gleich. Fienchen murrte leise, weil sie nicht draußen im Stehen oder sitzend im Bus essen wollte, wenn es doch hier ein Restaurant gab, dann beeilte sie sich aber schnell, zu den Toiletten zu kommen. Johanna folgte ihrer Tante zwar aus dem Bus, schloss sich ihr aber nicht an. Stattdessen schlenderte sie zu einer Bank, von der aus sie sowohl die Rückkehrer als auch die Vorbereitungen der Busbelegschaft beobachten konnte. Der Busfahrer, assistiert von Lisa Wagner, baute umständlich einen Tapetentisch auf. Johanna beobachtete ihn. Es dauerte nicht lange und die Reisegesellschaft versammelte sich darum. Fienchen hatte sich das dritte Mal in die Schlange gestellt, an deren Ende es belegte Brötchen und Kaffee aus Pappbechern gab. Wenn sie gerade nicht aß, unterhielt sie sich mit den Umstehenden. Nach dieser Pause würde sie jeden Namen, jeden Familienstand und die Namen der Enkelkinder wissen. Johanna wandte ihren Blick von den gut situierten Senioren ab und musterte ein paar Mitreisende, die ihr vorher noch gar nicht aufgefallen waren. Es waren zwei alte Damen, die mit einem etwa 50-jährigen Mann zusammenstanden. Er sah extrem gut aus, fand Johanna. Kurzes, krummelliertes Haar, gute Figur, schwarzes Hemd und enge Jeans. Genau in dem Moment, in dem Johanna ihm auf den Hintern starrte, drehte er sich zu ihr um. Sind Sie auch zur Begleitung abkommandiert? Wie? Nein, ähm, doch. Ich meine, ja, ich begleite meine Tante, Josefine Jäger. Er grinste. Mein Name ist Patrick Dengler. Ich begleite meine Mutter und ihre Schwester. Es kann sein, dass die beiden es angenehm finden, weil ich ihre Koffer trage, aber ich muss sagen, Patrick Dengler fixierte sie mit seinen sehr blauen Augen. Vielleicht können wir beim Essen heute Abend zusammensitzen. Es wäre für mich der erste Lichtblick auf dieser Seniorenfahrt. Johanna! Fienchen verhinderte Johannas Antwort. Wir steigen wieder ein. Komm! Johanna hatte nicht bemerkt, dass ihre Tante schon hinter ihr stand. Jetzt zog sie ungeduldig an ihrem Ärmel. Oder was ist? Tante Fienchen, das ist Herr Dengler. Er ist mit seiner Mutter und seiner Tante da. So? Nett. Ich möchte jetzt bitte wieder in den Bus. Herr Tacke will einen Vortrag halten. Nachdem Fienchen sich gesetzt hatte, warf sie einen forschenden Blick auf Johanna, bevor sie sagte, er wirkt sehr arrogant. Hat er dich angesprochen oder du ihn? Er hat sich nur vorgestellt. Ich habe bemerkt, wie er dich angesehen hat, Johanna. Eindeutig. Er ist interessiert. Und du hast genauso zurückgeguckt. Das ist doch Unsinn. Ich habe mich acht Sekunden lang mit ihm unterhalten, bevor du kamst. Ich muss doch wohl antworten, wenn mich jemand anspricht. Acht Sekunden? Fienchen legte ihr Tuch ab und setzte sich bequemer hin. Dann bin ich ja rechtzeitig gekommen. Denk dran, dass du verheiratet bist. Max versteht das alles nicht. Das hat er mir gesagt. Er leidet unter der Trennung. Johanna presste die Lippen aufeinander. Sie hatte es befürchtet. Tante Fienchen hatte eine Mission. Ich habe auch gelitten. Und seine blöden Blumen kann er sich... Darf ich einen Moment um ihre Aufmerksamkeit bitten? Dennis Tackes Stimme verhinderte, dass Johanna ihren Satz beendete. So, danke sehr. Ich hoffe, Sie haben unseren kleinen Imbiss genossen und sitzen jetzt gestärkt und gut gelaunt wieder auf Ihren Plätzen. Vielleicht kann sich jeder vergewissern, dass sein Sitznachbar auch anwesend ist. Von hier vorne habe ich den Eindruck, dass wir komplett sind. Vereinzelt waren Rufe wie Ja, alles an Bord! Oder Jetzt geht's los! zu hören. Johanna angelte unauffällig nach ihrer Handtasche. Zum Glück war das Aufnahmegerät klein und nicht von außen zu erkennen. Es war aber auch nicht einfach, die richtige Taste zu erfüllen. Johanna fummelte einen Moment in der Tasche herum, er tastete zum Glück den Schalter und drückte ihn. Ihn. Meine verehrten Gäste, ich habe Ihnen bereits einige Informationen zu unserem Reiseziel gegeben. Gestatten Sie mir noch weitere, um die Vorfreude auf das vor uns liegende Wochenende zu erhöhen. Warum fahren wir mit Ihnen an die Schlei? Ich sage es Ihnen. Weil es sich um ein Paradies handelt. Romantische Buchten, weite Strände, malerische Dörfer und intakte Natur, das erwartet uns. Dennis Tacke senkte seine Stimme und setzte ein joviales Lächeln auf. Gestatten Sie mir, privat zu werden. Ich persönlich bin ein großer Fan dieser Region. Schon als Kind habe ich hier mit meinen Eltern Sommerferien gemacht. Noch heute zehre ich von diesen Erinnerungen an die perfekten Sommer, an den Geruch von Meer, Fisch, Wäldern und Sommerblumen. Tacke schrich beiläufig über sein Haar, biss sich auf die Lippe und fuhr tapfer fort. Wir hatten nicht viel Geld, aber meine Eltern hatten viel Liebe. Wir konnten uns nur einen kurzen Urlaub auf dem Campingplatz leisten, ein paar Tage im Zelt. Aber wir waren im Paradies, an der Schlei. Für mich waren es die schönsten Ferien, die ich mir vorstellen konnte. Trotzdem, meine Damen, meine Herren, trotzdem habe ich seit diesen Zeiten immer und ständig nur den einen Wunsch gehabt. Ich wollte dazugehören. Zu diesem Paradies. Zu diesem idyllischen Fleckchen Erde. Ich wünschte mir, ein kleines Stückchen von diesem Paradies zu besitzen. Irgendwann. Irgendwie. Tacke schwieg und fast alle im Bus verfielen in andächtige Stille. Frau Hollenkötter putzte sich lautstark die Nase. Langsam hob Dennis Tacke eine Hand und fand seine normale Stimme wieder. Deshalb freue ich mich, Ihnen das Paradies meiner Kindheit zu zeigen. Und vielleicht möchten Sie auch ein Stück davon besitzen. Darüber werden wir dann reden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und nun lassen Sie uns die Fahrt fortsetzen. Herr Kock, starten Sie den Motor. Auf nach Bullisby. Und ich verspreche Ihnen eine wunderbare Zeit. Also dann. Unter dem Applaus der meisten Teilnehmer setzte Dennis Tacke sich stolz lächelnd und winkend auf seinen Platz, während der Bus langsam den Parkplatz verließ. Meine Güte. Walter beugte sich mit angewidertem Gesicht zu seinem Schwager. Was für ein Waschlappen. Paradies der Kindheit. Arme Eltern im Zelt. Und seine Lippe hat gezittert. Wie kann man nur so ein Weichei sein? Ein erwachsener Mann. Da muss man sich doch schämen. Du, ich hatte mein Hörgerät ausgeschaltet, gab Heinz zu und sah weiter aus dem Fenster. Du hast nichts verpasst. Dieser Detlef Tucke, Dennis Tacke. Ist doch egal. Jedenfalls hat er nur sentimentalen Blödsinn über seine Kindheit an der Schlei erzählt. Das interessiert doch kein Schwein. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich dachte, wir hören hier interessante Vorträge. Von hinten legte sich eine Hand auf seine Schulter. Aber Herr Müller. Hollenkötters Stimme polterte ihm ins Ohr. Sie müssen auch zwischen den Zeilen hören. Ein Stück vom Paradies besitzen, sagte er. Was meinte er wohl damit? Was weiß ich denn? Will er den Campingplatz haben? Oder ein Stück vom Strand? Immobilien. Hollenkötter tippte mit dem Zeigefinger auf Walters Rückenlehne. Ich vermute, er meint Ferienwohnungen. Ich muss Ihnen doch nicht erzählen, was Betongold ist. Mit zufriedenem Gesicht lehnte er sich wieder zurück und hält schüttelt der Gatt in das Knie. Nicht wahr, Gisela? Ja, Bärchen. Sie erwiderte Walters fragenden Blick mit einem Nicken. Immobilien, Herr Müller. Mein Mann sagt, das ist im Moment die beste Geldanlage. Wissen Sie, wir denken da schon lange drüber nach. Es geht doch nichts über die eigenen vier Wände im Urlaub. Wir sind gespannt, was uns Herr Tacker heute Abend erzählt. Nach dem Essen gibt es nämlich noch einen Vortrag. Was soll ich denn mit Immobilien an der Schlei? Wir sind doch nicht auf einer Verkaufsfahrt. Walters irritierte Frage wurde von den Hollenkötters nicht mehr beantwortet. Am späten Nachmittag verließ der Bus die Autobahn. Es hatte noch zwei weitere Pausen gegeben, eine bei der Frau Wagner und Herr Kock heiße Würstchen verteilten und eine zweite mit Kaffee und Rosinenschnecken. Fienchen mochte keine Würstchen zum Mittagessen, keine Mahlzeiten im Stehen, keine Geschichten mehr über die Schlei. Stattdessen war sie verärgert, weil die Toilettenbenutzung nicht vom Reiseveranstalter bezahlt wurde und ihr das Kleingeld ausging. Die beiden Schwage, Heinz und Walter, gehörten zu den angenehmen Mitreisenden. Das hatte Fienchen während der Kaffeepause beschlossen. Dieses Ehepaar Pieper, das hinter ihr saß, war auch nett. Sie kamen aus Hannover, waren beide pensionierte Lehrer und vor allen Dingen sehr gut angezogen. Im Gegensatz zu diesen entsetzlichen Hollenkötters. Auch die beiden Damen aus Papenburg fanden Fienchen etwas aufdringlich. Dass sie Schwestern waren, hatte Heinz ihr erzählt. Die Damen Meier hatten sich einfach in ihr Gespräch gedrängt. Ohne jegliches Gespür hatten sie dazwischen gequatscht und dabei Fienchen kaum beachtet. Fienchen hatte die beiden sofort als uninteressant abgehakt und sich nach Johanna umgesehen. Die war schon wieder mit diesem in die Jahre gekommenen Schönling im Gespräch. Das gefiel Fienchen überhaupt nicht. Der Bus bug jetzt an einem Schild ab. Bullisby vier Kilometer. In einiger Entfernung tauchte ein weißes Gebäude auf, das wie ein kleines Schloss wirkte. Guck mal, Fienchen. Johanna deutete in die Richtung. Ist das unser Hotel? Oh schön, Fienchen beugte sich vor. Das wird es wohl sein. Sieht ja sehr elegant aus. Da vorne ist die Einfahrt. Wieso biegt er denn nicht ab? Carsten Kock fuhr an der Hoteleinfahrt vorbei. Dabei konnte man den Namen deutlich lesen. Schlosshotel Burgsee. Ach. Fienchens Bedauern klang sogar einsilbig durch. Das ist es gar nicht. Unser Hotel heißt Zu den drei Linden. Da stand in dem Anschreiben. Schade. Ich hoffe, es ist genauso schön. Nur kurze Zeit später war diese Hoffnung zerplatzt. Der Bus hielt vor einem roten Gebäude, vor dem drei kümmerliche Linden standen. Die Beschriftung auf dem Schild war verblasst, aber immer noch lesbar. Die Eingangstür zum Hotel war offen. Rechts und links von ihr standen zwei Plastikhübel, in denen die traurigen Reste von trockenen Geranien steckten. Dennis Zacke hatte zum Mikrofon gegriffen und sich erhoben. Herzlich willkommen in Bullesby. Wir haben nun unser Ziel erreicht. Zum weiteren Ablauf noch ein paar Worte. Sie haben jetzt Zeit, ihre Zimmer zu beziehen, sich etwas frisch zu machen und vielleicht auch noch ein paar Schritte zu gehen. Anschließend, so gegen 18 Uhr, treffen wir uns im Restaurant wieder. Bevor wir dort zusammen essen, können Sie sich noch auf einen sehr interessanten und kurzweiligen Vortrag freuen, bei dem Ihnen so manche neue Idee kommen wird. Ich jedenfalls freue mich jetzt schon und sage bis gleich, Ihr Dennis Tacke. Warum einige Mitreisende daraufhin applaudierten, konnte sich wohl niemand erklären. Das Treppenhaus war dunkel und rochmuffig. Die Stufen knarrten. Johanna stieg langsam hinunter und bemühte sich, so flach wie möglich zu atmen. Der Zwiebelgeruch war schlimm genug, konnte aber kaum den nach Klo stand und nassem Hund überlagern. Sie hatte seit Jahren nicht mehr in einer solchen Bruchbude übernachtet. Und damit nicht genug. Sie musste auch noch mit Tante Fienchen in einem Zimmer schlafen, weil es nicht genügend Einzelzimmer gab. Sie hoffte nur, dass ihre Reportage zumindest für den Radiopreis nominiert würde. Das musste bei diesen Zumutungen einfach drin sein. An der Rezeption hatte es vorhin einen ziemlichen Aufruhr gegeben. Lisa Wagner, Dennis Tacke und die sehr junge Empfangsdame hatten leise miteinander geredet. Nach einigen Minuten, in denen es vor der Rezeption immer voller und unruhiger wurde, hatte Tacke schließlich das Wort ergriffen. Leider stehen uns nur vier Einzelzimmer zur Verfügung. Wir hatten nach ihren Wünschen zwölf gebucht. Das Hotel hat aber nur vier reserviert. Da sie aber alle in Begleitung unterwegs sind, hoffe ich sehr, dass dieses kleine Problem unsere gute Stimmung nicht beeinträchtigt. Und es kann ja auch ganz romantisch sein, wenn man mal wieder ein bisschen zusammenrückt. Romantisch. Ein kurzer Blick hatte genügt. Dann musste Johanna aus dem kleinen, vollgestopften Doppelzimmer raus. Es war das hässlichste Zimmer, das sie je betreten hatte. Recherche hin oder her, aber was zu viel ist, ist zu viel. Und dann noch mit Fienchen in einem Bett. Die Rezeption war, bis auf das Ehepaar Pieper, das mit der Empfangsdame verhandelte, leer. Während Johanna wartete, betrachtete sie die künstlichen Blumen auf der Fensterbank, die abgetretenen Teppiche, den Schirmständer, in dem zwei völlig zerfetzte Schirme hingen und die bunten Prospekte aus der Region, die überall auslagen. Unter einer komfortablen Reise im Kreis gut situierter Seniorin stellte sie sich etwas anderes vor. Ist Ihr Zimmer in Ordnung? Johanna hatte überhaupt nicht gemerkt, dass Frau Pieper neben ihr stand. Also hier ist ja wohl einige schiefgegangen. Es ist zu ärgerlich. Wir haben ein Zimmer zum Parkplatz bekommen, aber es gibt keine einzige Ausweichmöglichkeit. Das Schlosshotel, antwortete Johanna. Wir sind gerade daran vorbeigefahren. Und bevor meine Tante hier total enttäuscht in diesem furchtbaren Zimmer bleibt, zahlen wir eben zu und ziehen rüber. Wir können ja trotzdem an den Tagestouren und den Vorträgen teilnehmen, aber dieses Zimmer kann man nicht aushalten. Ein bedauerndes Lächeln huscht über Frau Piepers Gesicht. Tja, das dachten wir auch. Aber wir haben gerade im Schlosshotel anrufen lassen. Total ausgebucht. Das ist nicht Ihr Ernst. Das ist doch ein großes Haus. Die müssen doch noch irgendetwas frei haben. Ich versuche es nochmal. Ich habe die Nummer einer Hotelvermittlung gespeichert. Sie zog ihr Handy aus der Tasche, entsperrte es und hatte keinen Empfang. Anscheinend befand sie dieses schreckliche Hotel auch noch in einem Funkloch. Mittlerweile hatte sich Herr Pieper zu ihnen gestellt. Frau Piepers Blick wurde fragend, als sie ihren Mann ansah. Und? Nichts. Kein Hotel, keine Ferienwohnung, nichts. Entweder wir bleiben in unserem Zimmer oder wir reisen ab. Ich sage es dir, Eva. Es ist keine so schlechte Idee, in schönen Gegenden eine Ferienwohnung zu haben. Er wandte sich zu Johanna. Und? Was werden Sie jetzt tun? Ratlos sah Johanna zur Rezeption. Dann gehe ich jetzt in den Supermarkt, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, kaufe mindestens zwei Flaschen Rotwein und hoffe, dass meine Tante nicht schnarcht. Irgendwie kriegen wir die Zeit schon rum. Also, bis später dann. Ich schlafe links. Walter hatte seinen Schlafanzug auf das linke Kopfkissen gelegt und betrachtete es zufrieden. Das sieht doch ganz gemütlich aus. Was ist denn an dem Schlafanzug gemütlich? Heinz stand mit dem Kulturbeutel in der Hand an der Badezimmertür. Mir ist es egal. Ich bin schlaftechnisch flexibel. Ich habe meine Zahnpasta vergessen. Kann ich deine mitbenutzen? Es gibt wohl keine andere Möglichkeit. Wir sollten mal zu Hause anrufen. Nicht, dass Inge und Charlotte sich Sorgen machen. Dann kannst du auch gleich mal fragen, wo deine Zahnpasta ist. Heinz stellte sein Waschzeug auf die Ablage und ging zurück zum Nachttisch, wo sein Handy lag. Umständlich setzte er seine Brille auf, hockte sich auf den Bettrand und wollte die Nummer eintippen. Was ist das denn? Er hielt das Gerät schräg und starrte darauf. Walter, komm mal. Mein Handy ist kaputt. Das geht nicht. Walter beugte sich vor und nahm es ihm ab. Kein Netz. Gar nichts. Absolutes Funkloch. Meinst du? Heinz schüttelte das Handy. Geh deins? Langsam schlufte Walter zu dem einzigen Stuhl, über den er seine Jacke geworfen hatte. Er kramte sein Telefon aus der Innentasche, schaltete es ein und wartete. Nichts. Genauso. Kein Netz weit und breit. Du musst das Zimmertelefon nehmen. Das wird dir wohl im Preis inbegriffen sein. Heinz rutschte näher an den Nachttisch, auf dem ein altes, grünes Telefon stand. Er tippte die Nummer ein, hielt den Hörer mit zwei Fingern etwas entfernt vom Ohr und wartete. Charlotte? Ja, hallo, ich bin es. Ich wollte nur sagen, dass wir gut angekommen sind. Und hast du meine Zahnpasta irgendwo gesehen? Er hörte einen Moment zu und zog dabei die Schublade auf. Du, Walter, hier liegt eine Bibel. Nein, Charlotte, ich meinte nicht dich. Ich will auch gar nicht so lange telefonieren. Wir haben nämlich gleich ein Treffen im Restaurant mit den anderen Teilnehmern und hören vor dem Essen noch einen Vortrag. Also, es ist alles sehr schön hier. Bis auf die Tatsache, dass Walter wohl irgendeinen Fehler bei der Buchung gemacht hat. Wir haben nämlich ein Doppelzimmer. Ich. Walter, hier liegt doch ein Zettel. 70 Cent die Einheit. Charlotte, ich muss Schluss machen. Ich telefoniere vom Hotelapparat. Hier ist ein Funkloch und die nehmen Wucherpreise. Wir melden uns dann morgen wieder. Ja? Grüß, Inge. Tschüss. Er legte sehr schnell auf und startete das Telefon an, als würde es gleich explodieren. 70 Cent, die Spinnen doch. Also, ich rufe von hier aus nicht mehr zu Hause an. Wie weit bist du denn? Ich würde mir ganz gerne vorm Essen noch ein bisschen die Beine vertreten. Kommst du mit? Wo ist denn jetzt deine Zahnpasta? Die lag auf dem Schuhschrank. Keine Ahnung, wie die da hingekommen ist. Aber Charlotte meinte auch, dass du doch bestimmt welche dabei hast. Die Tische im Restaurant waren alle schon zum großen Teil besetzt, als Johanna mit Fienchen um kurz vor 18 Uhr eintrat. Die Piepers, die allein einen Achtertisch hatten, winkten ihn zu. Sie bahnten sich einen Weg durch den Saal und nahmen gegenüber dem Ehepaar Platz. Wir haben ihn etwas freigehalten. Eva Pieper lächelte Fienchen an. Sie sehen ja wunderbar aus, Frau Jäger. Dieses Kostüm ist wirklich apart. Fienchen trug roten Samt. Der Rock war knöchelang, die Jacke hatte Stickereien und goldene Knöpfe. Johanna hatte schon im Zimmer gedacht, dass ihre Tante aussah, als wäre sie gerade eben von der Bühne gesprungen. Jetzt lächelte Fienchen hultvoll, musterte Frau Pieper schwarzes Kleid und den Anzug ihres Mannes und nickte zufrieden. Danke. Sie sehen aber auch sehr gut aus. Überhaupt scheinen sich doch die meisten darauf besonnen zu haben, dass es sich hier um einen eleganteren Rahmen handelt. Das war im Bus ja nicht auszuhalten. Johannas Blick fiel auf die Heulenkötters, die ihre Jacken gegen etwas ausgetauscht hatten, was aussah wie die Oberteile von Jogginganzügen. Die beiden waren ihr Suspekt, nicht nur wegen der Windjacken. Johanna hatte bei ihren Recherchen herausgefunden, dass einige dieser dubiosen Reiseveranstalter Lockvögel einsetzten. Die sollten mit ihrer Begeisterung die eventuelle Skepsis anderer Teilnehmer zerstreuen. Johanna nahm sich vor, etwas genauer hinzuhören, was Bärchen und Gisela von sich gaben. Oh, Herr Müller, hier sind noch Plätze frei. Fienchen winkte Walter und Heinz zu, die gerade nebeneinander an der Tür standen und sich suchend umsahen. Lächelnd folgten die beiden der Aufforderung. Das ist sehr freundlich. Walter deutete bei Fienchen einen Handkuss an, dann reichte er dem Ehepaar Pieper die Hand und stellte sich und seinen Schwager vor. Beide trugen dunkelgraue Anzüge. Walter hatte eine blaue Krawatte, Heinz eine rote, dazu passende Einstecktücher und auf Hochglanz polierte schwarze Schuhe. Johanna fühlte sich an ihren ersten Presseball erinnert. Sind die beiden Stühle noch frei? Patrick Dengler war mit Mutter und Tante plötzlich hinter Johanna. Oder sitzt hier schon jemand? Fienchen sah erst ihn, dann Johanna an und hörte Eva Piepers Antwort. Die sind frei. Setzen Sie sich doch. Ach, einen Stuhl brauchen wir noch. Hinter ihnen steht ja einer. Schneller als Johanna oder Fienchen etwas sagen konnten, saß Patrick Dengler neben Johanna, seine Mutter zu seiner Rechten und deren Schwester gegenüber. Hallo, er lächelte charmant in die Runde. Mein Name ist Dengler, Patrick Dengler, neben mir sitzt meine Mutter Elfriede Dengler und gegenüber ihre Schwester Hannah Jürgens. In einer Ecke des Restaurants wurde eine Leinwand aufgestellt, davor ein Tisch mit einem Beamer. Was ist denn jetzt? Walter sah sich ungeduldig um. Ich kann mir nicht mit trockenem Mund Vorträge anhören. Gibt es hier keine Bedienung? Es geht ja noch gar nicht los, besänftigte ihn Elfriede Dengler. Da kommt schon jemand. Hallo Fräulein, hierher bitte. Sofort stand ein junges Mädchen am Tisch und notierte langsam alle Bestellungen. Zum Schluss zählte es alles noch einmal auf und fragte dann, geht das später zusammen oder getrennt? Aufs Haus. Walter hob überrascht den Kopf. Das ist doch alles all inclusive hier. Ähm, nein, davon weiß ich nichts. Also das Essen ist bezahlt, aber die Getränke gehen extra. Nein, nein, junge Frau, da fragen Sie mal Ihren Chef oder den Herrn Tocke da vorn. Das ist anders geregelt. Unsicher stöckelte die Bedienung davon, während Walter in die Runde sah. Das wird auch immer schlechter mit dem Service in den Feriengebieten. Die müssen doch Bescheid wissen. Wir sind schließlich eingeladen. Heinz kratzte sich ratlos am Kopf und blickte zu Frau Pieper, die wiederum ihren Mann ansah. Hast du gelesen, Ulrich, wie das geregelt ist? Ob das all inclusive war? Ihr Mann hob nur die Augenbrauen. Dafür hielt Elfriede Dengler plötzlich den Brief in der Hand und überflog ihn. Nein, hier steht nur exklusiv, nicht all inclusive. Anscheinend müssen wir die Getränke selbst zahlen. Naja, das ist ja auch kein Beinbruch. Man trinkt ja gar nicht mehr so viel. Du hast nicht richtig gelesen, Heinz funkelte seinen Schwager an. Du hast das falsch verstanden. Jetzt bin ich schuld oder was? Du hast doch auch. Meine Herren, bitte, beschwichtigend hob Patrick Dengler die Hände. Darf ich Sie alle zu einer Runde einladen? Auf eine schöne Reise? Genau, pflichtete seine Mutter ihm bei. Mein Sohn kann das ruhig mal tun. Darum geht es doch gar nicht. Walter war durch die Einladung keinesfalls besänftigt. Es ist eine Frage des Stils und es geht ums Prinzip. Die Ankunft der Getränke unterbrach ihn. Johanna fiel ein, dass sie Daniels teures neues Aufnahmegerät auf dem hässlichen Tisch im hässlichen Zimmer liegen gelassen hatte. Sie beugte sich zu Fienchen und flüsterte, ich habe etwas im Zimmer vergessen. Ich gehe kurz hoch. Fienchen sah ihr nach. Vielleicht holte Johanna ja ihr Handy, um keinen Anruf von Max zu verpassen. Heinz hatte beschlossen, Walters geknurre zu ignorieren. Sein Schwager war jetzt schon seit vier Jahren Rentner, aber es gab immer wieder Situationen, in denen bei ihm noch der Finanzbeamt durchkam. Und das war Heinz jedes Mal peinlich. Die hübsche Johanna war jetzt auch schon aufgestanden und rausgegangen. Jetzt prostete Patrick Dengler allen freundlich zu und was machte Walter? Er drehte sich um und trötete der Bedienung hinterher. Volllein, auf dem Bewirtungsbeleg muss die Mehrwertsteuer und die Steuernummer ausgewiesen sein. Danke. Heinz stand auf und ging zur Toilette. Er hatte sich in aller Ruhe die Hände gewaschen und ein bisschen getrödelt. Als Heinz durch den Flur ging, hörte er plötzlich eine Stimme und blieb überrascht stehen. Es ist mein Ernst. Ich gehöre zu dieser geschlossenen Gesellschaft. Haben Sie denn keine Liste der, ähm, Gewinner? Mein Name ist Johanna Jeh, äh, Schulze. Jetzt wusste Heinz, warum ihm Johanna so sympathisch war. Diese Stimme kannte er. Mit schnellen Schritten ging er um die Ecke zum Saal. Vor der geschlossenen Tür stand eine Kellnerin und hatte abwehrend die Hände gehoben. Johanna sah sie wütend an. Jetzt gehen Sie schon rein und holen den Reiseleiter und danach denken Sie sich eine Entschuldigung aus. Was soll dieser Schwachsinn? Was ist denn los? Heinz stellte sich neben Johanna und blickte erst sie und dann die Kellnerin fragend an. Gibt es ein Problem? Johanna drehte sich rasch zu ihm um. Ach, Sie sind das gut. Ich werde nicht mehr reingelassen. Die Türsteherin hier glaubt mir nicht, dass ich zu dieser exklusiven Seniorengruppe gehöre. Die junge Dame gehört tatsächlich zu uns. Heinz lächelte die Bedienung verbindlich an und griff nach Johannas Arm. Unter Johannas ungeduldigem Blick machte die Kellnerin den Eingang frei. Wir haben hier Anweisungen und ich mache nur meinen Job. Schon klar. Nach ein paar Schritten wurde Johanna von Heinz zurückgehalten. Ein Moment bitte. Sie blieb abwartend stehen. Ja? Ich muss sie etwas fragen. Ich habe sie gerade nur gehört, aber nicht gesehen. Deshalb habe ich es gerade erst begriffen. Ich bin ganz aufgeregt, weil... Er strahlte sie an. Johanna guckte zurück und verstand immer noch nichts. Ja? Was haben sie begriffen? Sie sind Johanna Jäger. Ich kenne sie aus dem Radio. Ich höre sie so gerne. Ich... Bitte! Johanna packte seinen Jackenärmel und schüttelte ihn leicht. Bitte nicht so laut. Ich habe extra gesagt, dass ich Schulze heiße. Sonst werde ich dauernd angequatscht und ich habe doch frei. Sie hoffte, dass er sich damit zufrieden geben würde. Heinz nickte verständnisvoll. Dann lächelte er sie an. Aber dass sie das sind, also das freut mich. Obwohl ich sie mir ganz anders vorgestellt habe. Eher älter und breiter. Nicht so hübsch. Aber ab jetzt sind meine Lippen versiegelt. Ich sage es noch nicht mal weiter. Oder könnte ich ihm das vielleicht doch sagen? Er hört ja auch gerne Radio. Johanna sah ihn nachdenklich an. Dann nickte sie langsam. Nur wenn er auch dicht hält. Versprochen? Mit ernstem Gesicht legte Heinz seine Hand aufs Herz. Ehrenwort. Sie können sich auf uns verlassen, Johanna. So, und jetzt sollten wir zurück zum Tisch. Die werden sich schon wundern, wo wir bleiben. Als Johanna und Heinz an den Tisch zurückkehrten, hockte Dennis Tacke neben Carsten Kock vor einem Kasten, an dem er verschiedene Knöpfe ausprobierte. Dabei diskutierte er mit dem Busfahrer, der anscheinend auch als Tontechniker eingesetzt wurde. Johanna wandte ihren Blick ab und richtete ihn auf Heinz. Der lächelte sie strahlend an und legte den Zeigefinger auf seinen Mund. Johanna lächelte zurück und sah sich langsam um. Es war wirklich eine äußerst gemischte Gruppe, die sich je versammelt hatte. An einem der Tische saßen acht Frauen zusammen. Eine von ihnen, offensichtlich die jüngste, redete mit Händen und Füßen und zeigte schon die ersten Familienbilder. Gucken Sie, das ist meine kleinste Enkelin. Sie heißt Chiara. Schöner Name, nicht? Die Dame gegenüber rümpfte die Nase und tuschelte mit ihrer Sitznachbarin. Beide hatten sich viel Mühe mit ihrer Garderobe gegeben, gestärkte Blusen, pastellfarbene Westen, Perlenketten und frisch geföhnte Haare. Johanna hatte vorhin mitbekommen, dass beide aus Hamburg kamen, seit 30 Jahren Nachbarinnen waren und sich auserwählt wehnten, weil sie als Bahnwitfen gute Renten bezogen. Chiaras Großmutter hatte etwas mehr modischen Pepp. Sie trug sogar einen Hut auf der blond gefärbten Kurzhaarfrisur. Jetzt beugte sie sich zu den Bahnwitfen und fragte nach. Was sagten Sie? Der Klangfärbung nach kamen sie aus dem Rheinland. Die Hamburgerinnen sahen sie hansiatisch zurückhaltend an. Chiara ist doch kein schöner Mädchenname, so kann man vielleicht ein Kaninchen nennen, aber doch kein kleines Kind. Am Nebentisch saß ein stilles Paar mit den Heulenkötters zusammen. Sie teilten sich eine kleine Flasche Orangensaft und beobachteten interessiert Dennis Tacke und Carsten Koch, die immer noch versuchten, die Technik in Gang zu bringen. Die anderen vier Frauen am Tisch lauschten mit großen Augen den Geschichten von Ewald Hollenkötter, die Johanna leider nicht verstehen konnte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Dennis Tacke hatte die Technik überlistet und stand jetzt mit dem Mikrofon in der Hand neben dem Tresen. Darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Die Gespräche im Raum verstummten nach und nach. Dank Herrn Koch funktioniert jetzt auch die Technik und deshalb kann der Ablauf des Abends wie geplant vonstatten gehen. Bevor wir uns gemeinsam dem Abendessen zuwenden, werde ich den kleinen, feinen und sehr interessanten Vortrag halten, den ich Ihnen versprochen habe. Lisa, sind Sie so nett? Ja, da ist es schon. Auf der Leinwand erschien eine Luftbildaufnahme der Schlei. Das blaue Wasser schlängelte sich durch grüne Wiesen, gelbe Rapsfelder und kleine Dörfer bis zur Ostsee. Zufrieden folgte Dennis Tacke mit einem Leuchtstab dem Flusslauf. Die Schlei war in den Zeiten der Wikinger der bedeutendste Verkehrs- und Handelsweg. Die Wikinger fielen damals in Europa über alles her, was ihnen über den Weg lief. In Haithabu am Haddebianor, ganz in unserer Nähe, kurz vor dem heutigen Schleswig, lagen der Hafen und der Zentrale Warenumschlagsplatz. Denn, meine Damen und Herren, die Wikinger waren nicht nur ein raues Volk, sie waren auch Kaufleute. Und hier haben wir die Brücke zu unserer Reisegruppe. Einige von ihnen waren in ihrem aktiven Berufsleben ebenfalls Kaufleute, andere haben Handel getrieben, vielleicht sind auch ein paar über alles in Europa hergefallen, was nicht Nied- und Nagelfest war. Niemand lachte, deshalb beeilte sich Dennis Tacke fortzufahren. Gemeinsam ist ihnen allen finanzieller Erfolg im Leben. Hätten sie den nicht gehabt, tja, dann wären sie nicht hier. Warum aber haben wir uns hier versammelt? Ich sage es ihnen. Weil wir nicht länger zusehen wollen, wie die Finanzwelt Kapriolen schlägt und Lebensleistungen zunichte macht. Fienchen stupste Johanna an und flüsterte, was redet er denn da? Ich habe Hunger. Im Hintergrund wurden neue Motive gezeigt. Redgedeckte Fischerkarten in Marsholm, der Ellenberger Heringszaun, die Schlifferkirche von Arnis. Bei jedem neuen Bild wurde vereinzelt geraunt. Es ist doch, wie es ist. Es gibt keinen Staat in der Welt, der nicht hochverschuldet ist. Keinen, meine Damen und Herren. Und wie entledigen sich Staaten ihrer Schulden? Dennis Tacke schaute bedeutungsvoll ins Publikum. Sie entledigen sich ihrer Schulden durch Inflation. Und das auf Kosten ihrer Bürger. Was passiert also? Ich sage es ihnen. Kluge Menschen geben ihr Geld aus, bevor es soweit kommt. Natürlich kann man alles Mögliche kaufen. Möbel, Kunst, Autos, Gold oder, meine Damen, natürlich auch Schuhe und schöne Hüte. Diese Gegend, in der wir Glücklichen uns gerade aufhalten dürfen, diese Gegend gehört zu den aufstrebenden Ferienzielen Deutschlands. Dieses hier, meine verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dieses hier ist auf dem besten Weg, in den nächsten Jahren das neue Sylt zu werden. Unsinn! Der Zwischenruf kam von Walter, der sich Notizen auf einem Bierdeckel machte. Das ist ja völliger Unsinn! Herr Müller, wenn Sie ein Problem haben, können wir uns im Anschluss unterhalten. Ich würde nur jetzt gerne meine Ausführungen zu Ende bringen. Von mir aus, Walter zuckte gelangweilt mit den Achseln, aber hinterher will ich essen, danach können wir mal sehen. Heinz schließt ihn an und flüsserte, lass doch mal, sonst wird er nie fertig. Walter nickte und schwieg. Dennis Tacke räusperte sich ins Mikrofon. Meine Damen und Herren, wir werden morgen einigen aufregenden Ideen und Projekten begegnen und einen Tag erleben, der Ihr Leben verändern kann. Also, ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Appetit, seien Sie unsere Gäste und einen schönen Abend wünsche Ihnen, Ihr Dennis Tacke. Bis später. Als fünf Kellner samt Suppenterrien durch die Schwingtür kamen, setzte endlich Applaus ein. Das ist, Heinz wedelte sich mit der Hand den Dampf ins Gesicht und schnupperte, Spargelcremesuppe, das ist schön. Walter zeigte sich unbeeindruckt und hielt Patrick Dengler den Teller hin. Füllen Sie doch mal auf, junger Mann, Sie sitzen strategisch günstiger. Und zu Johanna gewandt sagte er, also, was man sich hier alles anhören muss. Gäste, pah, und dann noch die Nummer mit Sylt. Auch wenn wir noch nicht so viel gesehen haben, aber das neue Sylt, der träumt doch. Eva Pieper hob ihr Bierglas in Walters Richtung. Wir wollen doch am ersten Abend nicht streiten, Herr Müller. Der Vergleich mit Sylt bezog sich sicherlich auf Gästezahlen und Fremdenbetten, ansonsten sind die Unterschiede doch viel zu groß. Waren Sie denn schon mal auf Sylt? fragte Heinz. Sie setzte ihr Glas wieder ab. Sehr oft sogar. Wir haben uns vor einigen Jahren eine kleine Wohnung gekauft. In Keitum. Wenn wir nicht da sind, wird sie natürlich vermietet. Das ist für uns ein hübsches Zubroh zu unserer Pension. Alle reden von Wirtschaftskrise, aber Ferien werden bezahlt. Und zwar prompt und ohne Diskussion. So eine Rendite kriegen Sie auf keinem Festgeldkonto. Sagenhaft. Die Bedienung erschien, um die Suppenteller abzuräumen. Beim Aufeinanderstapeln der Teller klecksten einige Tropfen auf Heinz. Der zuckte zusammen und wischte über seinen Ärmel. Du hast dich bekleckert, Walter deutete auf den Fleck. Ärgerlich. Soll ich das jetzt auswaschen oder was? Heinz rieb den Fleck unentschlossen etwas größer. Das kann ich doch nach dem Essen machen. Vielleicht kommt noch etwas dazu. Walter zog seine Augenbrauen hoch, woraufhin Heinz laut seufzte, aufstand und Richtung Tür ging. Unwillkürlich fiel sein Blick auf Carsten Koch, der ganz allein an dem kleinen Tisch saß und auf seinen leeren Teller starrte. Heinz hatte ein großes Herz und schnell Mitleid mit einsamen Gestalten. Er blieb am Tisch stehen und sagte mit schiefgelegtem Kopf, Herr Koch, ich wollte Ihnen noch ein Kompliment machen für Ihre umsichtige Fahrweise. Man spürt doch gleich Ihre große Erfahrung und fühlt sich wie in Abrahams Schoß. Was? Koch sah verblüfft hoch, seine Augen waren glasig. Sie fahren sehr gut Auto, ähm, Bus, finde ich. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Aha, Carsten Koch beugte sich nach vorn, sein Atemroch nach Bier. Sie finden also, ich fahre gut, ja? Das mache ich jetzt seit Jahren. Immer neue Touren, immer neue Reiseleiter. Wissen Sie eigentlich, wie nervig das ist? Jeden Tag eine Busladung voller Rentner, die immer nur quatschen, aufs Klo müssen, Hunger kriegen, frieren, schwitzen und was weiß ich noch alles. Wissen Sie nicht? Dann sage ich es Ihnen. Das ist Herr Koch? Lisa Wagners scharfe Stimme verhinderte Kocks Wahrheit. Kommen Sie bitte mal mit zu Herrn Tacke. Sofort. Sie blieb neben Heinz stehen und starrte Koch durchdringend an. Es ist dringend. Ja, ja. Etwas unsicher schlurfte der Busfahrer an Heinz vorbei. Er nuschelte leise. Und das Allerschlimmste sind diese Reiseleiter. Alle gleich. Alles Idioten. Nachdenklich kehrte Heinz nach dem Ärmelauswaschen an den Tisch zurück, gleichzeitig mit der Bedienung, die eine Platte mit gemischtem Braten abstellte. Rechts Schwein, links Rind, sagte sie. Soße kommt gleich. Heinz ließ sie vorbei, bevor er sich setzte. Vor ihm stand eine Schüssel mit Kartoffeln, daneben die obligatorische Gemüseplatte mit dem ganzen Blumenkohl in der Mitte. Walter stach mit der Gabel hinein. Genau dasselbe gab es schon bei Christines Konfirmation. Es gibt doch Dinge, die nie aus der Mode kommen. Leider, Johanna musterte die dicke Béchamellsoße auf dem Blumenkohl. Davon ist mir als Kind schon schlecht geworden. Das Fleisch sieht doch gut aus. Patrick Dengler schob die Platte in Fienchens Richtung. Nach ihnen. Als Heinz an der Reihe war, musste Walter ihn anstoßen. Heinz, träumst du? Willst du Rind oder Schwein? Egal. Heinz fuhr zusammen und sah seinen Schwager an. Nicht so fett, mager. Ich glaube, der Kock ist nicht so zufrieden mit seinem Arbeitsplatz. Wie kommen sie darauf? Patrick Dengler ließ die Schüsse sinken und blickte neugierig zu Heinz. Hat er ihnen das erzählt? Nein, nein. Natürlich nicht. Er sieht nur müde aus. Das ist ja ein anstrengender Job, den er macht. Bus fahren, Würstchen ausgeben, Tontechnik und der allerjüngste ist er auch nicht mehr. Och, Fienchen arrangiert das Gemüse auf ihrem Teller. Der ist doch noch ein junger Hüpfer, höchstens 60. Könnte fast mein Sohn sein. Johanna, du kannst wenigstens das Fleisch essen. Ist alles bezahlt. Johanna war den Gesprächen nur mit einem Uhr gefolgt. Es gab auch nicht viel zu verpassen. Fienchen genoss die Tischgespräche sichtlich, mischte sich ein und flirtete abwechselnd mit Heinz Walter und Ulrich Pieper. Johannas Aufmerksamkeit wurde auf den Eingang gelenkt. Dort begrüßte Dennis Tacke gerade lautstark einen Neuankömmling. Der Mann war älter als Tacke, trug einen gut sitzenden Anzug, über dem Arm einen Mantel und klopfte dem Reiseleiter jovial auf die Schulter. Der wirkte leicht aufgeregt und gab Carsten Koch unermüdlich Zeichen, die aber ignoriert wurden. Der Busfahrer saß an seinem Tisch, kaute langsam und starrte vor sich hin. Als Dennis Tacke den älteren Mann in den Saal zog, blieb er kurz neben Carsten Koch stehen, blaffte ihn an, offensichtlich ohne Erfolg, und ging dann an die Tonanlage. Mit dem Mikrofon in der Hand drehte er an den verschiedenen Knöpfen. Das Ergebnis war ein gellendes Pfeifen, dann ein Rauschen. Die meisten der Anwesenden zuckten zusammen, einige lachten. Koch kaute weiter und Tacke fand schließlich, unterstützt von Lisa Wagner, den richtigen Knopf. Hallo, hallo, Test, Test, eins, eins, ja, Lisa, der ist es gewesen. Meine Damen und Herren, er stellte sich vor den Tisch des Busfahrers, der dadurch verdeckt wurde, und winkte den neuen Gast lässig zu sich. Ich möchte ihn gern jemanden vorstellen. Wir haben die große Freude, heute Abend Herrn Michael Kruse bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Kruse ist der fremden Verkehrsbeauftragte des Urlaubsgebiets Schlei und wird uns morgen bei der exklusiven Rundfahrt begleiten. Kaum jemand kennt die Zukunft dieses Paradieses so gut wie er. Herr Kruse, möchten Sie vielleicht ein paar Worte sagen? Sehr gern. Michael Kruse breitete seine Arme aus und verbeugte sich in alle Richtungen. Auch von mir ein herzliches Hallo, liebe Anwesende. Ich heiße Sie willkommen in der schönsten Gegend des Nordens. Keine Angst, es kommt jetzt keine lange Rede, nur so viel. Sie können sich auf den morgigen Tag freuen. Sie werden sich in ein Stück Land verlieben, das mich schon vor Jahren auf den ersten Blick verzaubert hat. Darauf erhebe ich mein Glas und erhielt ein Glas Bier in die Luft und wartete offensichtlich auf etwas, das aber nicht kam. Unsicher sah er sich nach Dennis Tacke um, der wiederum Carsten Kock Zeichen gab. Nichts passierte. Also, setzte Michael Kruse etwas lauter nach, lassen Sie uns das Glas erheben auf eine gelungene Reise und auf eigentlich sollte jetzt ein Tusch kommen, Herr Kock. Der Angesprochene stand unsicher vor der Musikanlage, grinste schief, hob den Arm und drehte am Regler. Mit Ohren betäubender, lautstark gesetzte Musik ein. Nach wenigen Takten erkannte Johanna den Schlager. Ole, wir fahren im Puff nach Barcelona. Tante Fienchen rief, oh mein Gott. Das Ehepaar Heulenkötter sprang auf und erklärte einen Gang zwischen den Tischen zur Tanzfläche. Walter drehte sich irritiert in ihre Richtung, die Pipas schüttelten im Gleichklang den Kopf. Heinz summte mit und Dennis Tacke brüllte, Kock, verdammt, Kock, schalten Sie das Ding aus. Inzwischen hatten sich drei weitere Paare zu den Heulenkötters auf die improvisierte Tanzfläche gesellt. Tacke rang mit Kock, der sich aber als erstaunlich standhaft erwies und seinem Reiseleiter den Zugriff zur Anlage verwehrte. Lesbisch, lesbisch und ein bisschen schwul, sang ein Chor, wenn man denn von Singen reden wollte. Dennis Tacke Stimme überschlug sich. Kock, machen Sie Lisa! Lisa Wagner versuchte die beiden zu umkreisen, schaffte es aber in der Enge nicht. Michael Kruse hatte immer noch das Mikrofon in der Hand. Meine Damen und Herren, entschuldigen, die Schwestern aus Papenburg begannen eine Zweierpolonaise und steuerten genau auf ihn zu. Walter stieß Heinz an und deutete auf Kock, der die Anlage bis aufs Blut verteidigte und dabei den Text mitsang. Tacke ruderte inzwischen wie wild mit den Armen und Lisa Wagner ließ sich plötzlich auf die Knie sinken und kroch an den beiden vorbei. Tante Fienchen stellte sich auf ihren Stuhl, um besser sehen zu können und rief empört, Tacke schlägt unseren Busfahrer! Unvermittelt war der Spuk zu Ende. Lisa Wagner hatte den Stecker gezogen und hockte mit hochrotem Kopf neben dem echauffierten Tacke, der Kock anbrüllte, du Idiot, du bist gefeuert! Johanna lehnte sich zurück und knöpfte ihre Jacke zu. Sie atmete tief durch und spürte ihre Rippen, nach unkontrollierten Lachkrämpfen bekam sie sofort Muskelkater. Aber sie hatte sich auch nicht mehr beherrschen können, immer noch hatte sie das Bild vor sich, denn es Tacke, der dem blöde grinsenden Carsten Kock anbrüllte, während im Gang nach einer kleinen Schrecksekunde einfach weitergetanzt wurde. Immer noch zum Puff in Barcelona, der jetzt von Bärchen Hollenkötter geschmettert wurde. Heinz und Walter hatten sich indes drohend vor Tacke aufgebaut und verkündet, dass Carsten Kock der beste Busfahrer sei, mit dem sie je gefahren seien und Tacke ihm doch gar nicht kündigen könne. Auch Fienchen hatte sich dazu gestellt und nach Tacke Chef gerufen. Sie wolle sofort mit Theo von Alzerstetten reden, notfalls auch am Telefon. Tacke könne froh sein, wenn sie ihn nicht anzeigen würde, das sei Gewalt am Arbeitsplatz. Sie habe auf einem Stuhl gestanden und alles genau beobachtet. Johanna hatte vergeblich versucht, ihre Tante zu beruhigen, Fienchen hatte ihr aber gar nicht zugehört. Letztlich hatte Patrick Dengler die Gemüter beruhigt. Mit sanfter Hand und leiser Stimme hatte er Busfahrer und Reiseleiter voneinander getrennt. Was er zu ihnen gesagt hatte, war nicht zu verstehen gewesen, genutzt hatte es trotzdem. Dennis Tacke hatte sein Jackett glattgezogen und war dann mit Lisa Wagner an seinen Tisch zurückgegangen, an dem schon der konsternierte Michael Kruse saß und Schnaps trank. Die Schwestern aus Papenburg und die Bahnwitfen aus Hamburg, angeführt von Chiaras Großmutter, hatten am Tresen lauthals Musik gefordert. Eine der Bedienungen hatte schlecht gelaunt die Achsen gezuckt, worauf Patrick Dengler erst mit Tacke, dann mit Koch redete, der sich anschließend wieder an der Anlage zu schaffen machte und unter großem Beifall im Saal Roland Kaiser erklingen ließ. Gleich darauf hatte der Busfahrer sich auf seinen Stuhl gesetzt und war eingeschlafen. An dieser Stelle war Johanna aufgesprungen, hatte sich an den tanzenden Schwestern vorbei einen Weg nach draußen gebahnt und minutenlang hysterisch gelacht. Jetzt saß sie auf einer Bank im Hotelgarten und rauchte eine Zigarette. Langsam beruhigte sie sich, obwohl die absurden Bilder immer wieder auftauchten. Es war zu schade, dass niemand gefilmt hatte und dass es hier niemanden gab, mit dem sie das Geschehene noch einmal hätte durchhecheln können. Zumal derartige Geschichten mit jedem erzählen besser wurden. Eine Bewegung neben mir riss sie aus ihren Gedanken und ließ sie hochblicken. Patrick Dengler sah auf sie herunter, eine Zigarette in der Hand. Haben Sie Feuer? Ich rauche eigentlich seit fünf Jahren nicht mehr. Die Zigarette habe ich mir bei der muffeligen Bedienung geschnorrt. Ihr Feuerzeug wollte sie aber nicht rausrücken. Johanna zündete ihr Feuerzeug an und hielt es in seine Richtung. Danke. Als sie Glut aufleuchtete, fragte er Darf ich? Er saß schon, bevor Johanna antworten konnte, zog an der Zigarette und hustete kurz. Nichts mehr gewöhnt, teilte er ihr mit, aber besondere Abende erfordern besondere Opfer. Dabei haben sie doch schon Mord und Totschlag verhindert, antwortete Johanna. Das war doch Opfer genug. Was haben sie den beiden Streithenen eigentlich erzählt, damit die plötzlich friedlich wurden? Ach, winkte Patrick Dengler ab, nichts Besonderes. Ich habe Herrn Tacke nur daran erinnert, dass er vermutlich nicht über Nacht einen neuen Busfahrer bekommt und Herrn Kock habe ich noch ein Bier versprochen, wenn er danach ins Bett geht. Das war schon alles. Und Musik gemacht, Johanna grinste. Roland Kaiser. Genau, sonst wäre die Stimmung gekippt. Das hat auch Attacke kapiert. Die Vorträge kann man ja morgen fortsetzen. Jetzt tanzen die alle noch eine Runde und dann wird sich die Party auch bald auflösen. Johanna spürte die ersten Tropfen auf ihrer Hand. Es fängt an zu regnen, sagte sie, hob ihre Zigarettenkippe auf und warf sie in einen mit Sand gefüllten Blumentopf. Ich glaube, ich gehe wieder rein und kümmere mich um meine Tante. Okay. Dengler erhob sich langsam. Vielleicht können wir uns später mal in Ruhe unterhalten. Ich komme gleich nach. ich muss nur noch schnell telefonieren. Viel Glück ohne Netz, dachte Johanna und ging vor ihm in das Restaurant zurück. Sabotage, verkündete Heinz, als sie viel später am Abend am Tresen der Bar saßen und alle ein kleines Pilz vor sich hatten. Ich halte das für eine geplante Sabotage. Der Carsten Kock wollte keine Reden und Vorträge mehr hören, sondern einfach in Ruhe bei schöner Musik essen. Das war doch keine schöne Musik, protestierte Fienchen. Irgendetwas mit tausend nackte Weiber, also bitte. Aber es war sofort Stimmung. Walter setzte sein Glas ab. Dagegen kann man nichts sagen. Der Kock ist schon ein guter Disc Jockey, oder wie heißt das? Auch wenn er ein bisschen betrunken war. Mehrere Teilnehmer ihrer Reisegruppe drängten sich plötzlich in die Bar und schoben mit viel Lärm drei kleine Tische in der Ecke zusammen. Heulenkötters waren wieder dabei, ebenso die Großmutter von Chiara und auch das Ehepaar Pieper. Kurz nach ihnen betrat Michael Kruse die Bar. Er sah sich kurz um, dann fiel sein Blick auf den Tresen und er schlenderte langsam auf die vier zu. Darf ich sie zu einem Bier einladen? Walter rutschte freundlich zur Seite. Michael Kruse bestellte die nächste Runde und begann davon zu erzählen, dass er seit vier Jahren für die Erschließung dieser wunderbaren Urlaubsgegend hier verantwortlich sei. Morgen werde er ihnen die schönsten Ecken zeigen. Ganz besonders gespannt sei er darauf, wie sie eines seiner Lieblingsprojekte beurteilen würden. Ein Freund von ihm, ein Architekt, hatte lange nach einem Grundstück gesucht, auf dem er Häuser bauen könnte, die so durchdacht und schön werden würden, dass man sofort einziehen wollte. Und jetzt hat er es gefunden, fügte er mit stolzem Lächeln hinzu. Das heißt, eigentlich haben wir es gefunden, aber ich will Ihnen gar nicht so viel erzählen. Sie sehen es morgen selbst. Johanna gehnte. Tante ihm, unterbrach sie eine laute Stimme. Der Mann, der schwankend am Türrahmen der Bahn lehnte, war offensichtlich ein Bauer und Stern Hagel voll. Kleine Erdbrocken lösten sich von seinen Gummistiefeln und fielen auf den Boden. Strohhalme hingen noch an seiner Mütze, sein Gesicht war rot, seine Augen verquollen. Hinter ihm stand eine der Bedienungen des Restaurants und zog ängstlich an Blick. Ich finde ihn! Wo sind sie? Ich will mein! In der Bar war es jetzt mucksmäuschenstill. Johanna hielt die Luft an. Was ist denn hier los? Plötzlich stand Dennis Tacke hinter dem Bauern und legte ihm entschlossen die Hand auf die Schulter. Kann ich ihnen helfen? Der Bauer drehte sich langsam um und starrte Tacke mit zusammengekniffenen Augen an. Du warst dabei. Ich will mein Geld sofort. Ich gehe nicht weg. Dennis Tacke trat einen Schritt zurück und musterte den Mann von Kopf bis Fuß. Sie sind betrunken und sie haben sich anscheinend im Lokal geirrt. Sie gehen jetzt sofort nach Hause, sonst rufe ich die Polizei. Der Bauer stierte ihn weiter an. Ja, hol die Polizei, dann sage ich's denen. Das ist Betruch. Er stolperte auf Tacke zu, verlor das Gleichgewicht und stürzte mit lautem Krachen in den Gang. Fienchen und Frau Pieper schrien auf, während Ulrich Pieper und Michael Kruse von ihren Plätzen sprangen, um zu helfen. Gemeinsam hoben sie den Mann auf und schleppten ihn langsam zum Ausgang. Dennis Tacke bewegte sich keinen Meter, sah den Betrunkenen, der jetzt auch noch seine Retter anpöbelte, ungerührt nach und wandte sich dann an die Gäste in der Bar. Ich hoffe, er hat sie nicht belästigt. Es ist fürchterlich, wenn man nicht mit Alkohol umgehen kann. Also dann, schönen Abend noch und bis morgen. Er drehte sich auf dem Absatz um und folgte dem Bauern, der von Pieper und Kruse durch den Flur getragen wurde. Heinz sah zu Walter, der auf dem Bierdeckel noch eine Notiz hinzufügte. Mitten in der Nacht knipste Heinz das Licht an. Walter, wach auf, Walter! Verschlafen hob der den Kopf und blinzelte. Was denn? Dein Bein! Heinz klopfte verzweifelt auf die Decke. Ich habe einen Krampf und du hast dein Bein um meins geschlungen. Nimm das weg! Aua! Langsam zog Walter sein Bein zurück und seine Decke über sich. Du musst Magnesium nehmen, brummte er und knuffte das Kissen zusammen. Dann kriegst du auch keine Wadenkrämpfe. Du hast mir das Bein abgeschnürt! Heinz griff zum Wecker um die Uhrzeit zu erkennen. Total abgeschnürt! Da kriegt jeder einen Krampf! Es ist halb fünf! Ich liege seit einer halben Stunde wach! Du Walter! Was? Mir geht die ganze Zeit doch danach noch auf der Toilette und da habe ich gehört, dass sich Herr Tacke mit jemandem unterhalten hat, draußen auf dem Hof. Ja und? Heinz setzte sich auf. Ich konnte nicht alles hören, aber zum Schluss hat Tacke etwas lauter geredet, da habe ich ihn gut verstanden. Weißt du, was er gesagt hat? Walters Antwort war nur ein Knurren. Sein Schwager nahm es als Aufforderung und klopfte ihm kräftig auf die Schulter. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, jetzt begreife ich es erst. Er hat gesagt, erledigen Sie das. Und zwar ein für allemal. Kann ich mich auf sie verlassen? So, und jetzt kommst du. Walter rappelte sich hoch und starrte Heinz schlaftrunken an. Und? Was ist da zu begreifen? Na, hör mal! Heinz schüttelte fassungslos den Kopf, ob der Begriffsstutzigkeit seines Schwagers. So einen Satz habe ich das letzte Mal von Robert De Niro gehört. Erledige das. Du, der meint den besoffenen Bauern. Denk doch mal nach. Das ist so eine Geheimsprache bei der Mafia. Ich habe es ganz deutlich gehört. Walter fuhr sich mit beiden Händen durch die völlig verstrubbelten Haare und guckte hoch. Willst du mir erzählen, dass Tucke zur Mafia Walter Heinz umklammerte das Handgelenk seines Schwagers. Da war auch so etwas intacke Stimme, so was Zwingendes. Ich meine das ernst. Wenn jetzt etwas passiert, war ich Zeuge und wenn ich nichts unternehme, werde ich mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Du weißt doch gar nicht, ob die den Bauern gemeint haben. Vielleicht hat auch nur zu dem Busfahrer gesagt, dass er noch tanken fahren soll. Und jetzt mach mal das Licht wieder aus. Nein, nein, ich habe da so ein Gefühl, dass ich tatsächlich Zeuge einer ganz großen Geschichte geworden bin. Walter, wir müssen das mit den anderen besprechen und wir müssen rausfinden, wie es dem Bauern geht. Wie soll es dem gehen? Verkatert. Walter setzte sich auf. Und mit welchen anderen willst du das besprechen? Mit zu. Heinz sah ihm nach. Was willst du jetzt unternehmen? Um diese Zeit? Ich muss mal und gehe aufs Klo. Wenn ich in 20 Minuten nicht zurück bin, kannst du die Polizei anrufen. Dann hat mich die Mafia auf dem Flur erschossen. Mit Schalldämpfer. Deshalb wirst du nichts hören. Dann guck einfach mal nach. Einen schönen guten Morgen. Kaum waren sie nach dem Frühstück am nächsten Morgen im Bus. Da hatte Dennis Tacke das Mikrofon schon in der Hand. Alle Mann an Deck? Entschuldigung, die Damen sind natürlich auch gemeint. Ja, ich sehe, alle Plätze sind besetzt. Das freut mich ungemein. Ich hoffe, Sie freuen sich auch, denn wir haben einen wunderschönen Tag vor uns. Herr Kruse, wollen Sie gleich mal anfangen? Das Mikrofon wurde übergeben und der zuerst einen Überblick über diesen einzigartigen Landstrich geben. Wir werden einige der schönsten Plätze aufsuchen, unter anderem Sisebi, eines der schönsten Dörfer Schleswig-Holsteins, das Gut Bienebeek, das Naturschutzgebiet Schwansener See oder auch die kleinste Stadt Deutschlands, das zauberhafte Arnis. Mit einem Räuspern übergabe das Mikrofon an Lisa Wagner. Danke, Herr Kruse. Natürlich ist auch für ihr leibliches Wohlgesorgt. Wir werden gegen Mittag im schönen Kappeln eintreffen, dort gibt es ein gemeinsames Essen in einem exklusiven Lokal. Falls jemand von Ihnen bereits vorher Hunger oder Durst bekommen sollte, Herr Koch und ich haben kleine Snacks und Kaltgetränke dabei. Die Preisliste entnehmen Sie bitte den Flyern, die in der Rückenlehne vor Ihnen stecken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine schöne Fahrt. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Walter hatte den Flyer überflogen und wieder in das Netz zurückgestopft. Gar nichts. Johanna drehte sich um und musste lachen, als sie die erleichterte Miene von Heinz sah. Er bemerkte ihren Blick und beugte sich vor. Ich mag morgens keinen Streit und Walter eigentlich auch nicht. Ich streite doch gar nicht. Walter setzte sich bequemer hin und faltete seine Hände über den Bauch. Ich weigere mich nur, zu völlig überteuerten Preisen alte Brötchen oder warme Getränke zu kaufen. Aber ich möchte diese sogenannte Reiseleitung sehen, wenn hier die ersten Teilnehmer umkippen, weil sie sich kein Getränk leisten können. Die meisten der Herrschaften sind nämlich in einem Alter, in dem man ziemlich schnell dehydriert. Dass man das ausnutzt, ist unanständig. Wirklich unanständig. Aber ich trinke hier nichts. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Nach etwa einer Stunde hielt der Bus auf einem Parkplatz am Ufer der Schlei. Die Sonne ließ das Wasser glitzern. Johanna setzte ihre Sonnenbrille auf und verließ nach Fienchen den Bus. Am gegenüberliegenden Ufer sah man einen kleinen Hafen. Segelboote glitten lautlos vorüber. Wenn jemand einen kleinen Snack oder ein Kalt Getränk möchte, dann wende er sich bitte an Frau Wagner. Dennis Tacke zerstörte die Idylle. Hier rechts ist eine öffentliche Toilette. Wer sich die Beine einen Moment vertreten möchte, der kann bis zum Ufer laufen. Ansonsten geht es in einer halben Stunde weiter. Pünktlich bitte viel Spaß. Sofort bildete sich vor Lisa Wagner, die mit Hilfe von Carsten Kock einen Tisch aufstellte die übliche Schlange. Auch Walter reihte sich ein. Als Johanna ihn verdutzt ansah, sagte er leise, ich kaufe nichts, ich will mir nur das Angebot ansehen und das Preis-Leistungsverhältnis fürs Feedback. Fienchen verkündete ihm dabei Gesellschaft leisten zu wollen und Heinz musste zur Toilette. Als Chiaras Großmutter langsam in Richtung Ufer ging, beschloss Johanna ihre Recherche aufzunehmen. Hübsch, nicht wahr? Die Dame drehte nur kurz ihren Kopf und nickte, bevor sie ihren Blick wieder auf das andere Schleiufer richtete. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, mein Name ist Johanna Schulze, ich begleite meine Tante. Gehören Sie nicht zu dieser Damengruppe? Nein, ich heiße Annegret Töpper aus Krefeld und ich reise allein. Wir saßen gestern nur beim Essen zusammen an diesem Frauentisch. Es gibt ja nicht besonders viele Männer in dieser Truppe. Naja, hätte ich mir auch denken können, entweder Paare oder Bekloppte. Ich hoffe, Sie suchen hier keinen Mann. Ich? Um Himmels Willen, nein. Meine Tante hat die Reise gewonnen, inklusive einer Begleitperson. Sie hat mich dazu verdonnert. War der Gewinn bei Ihnen nur für eine Person? Annegret Töpper schüttelte den Kopf. Meine Freundin Carla ist angeschrieben worden. Die gehört auch zu den Gutsituierten. Die hatte ein Damen-Oberbekleidungsgeschäft in Recklinghausen. Jedenfalls hat Carla diese Reise gewonnen und mich als Begleitung eingetragen. Ich gewinne nämlich nie etwas. Und dann ist die letzte Woche mit dem Fahrrad in eine Hecke gefahren. Besoffen, wenn Sie mich fragen. Schlüsselbeinbruch. Jetzt liegt sie im Krankenhaus. Aber ich habe gleich gesagt, dass ich nichts dafür kann und es keinen Grund gibt, die Reise verfallen zu lassen. Man kriegt ja kein Geld wieder. Das hätte ich gewusst, was ich mal für eine Rente kriege, wäre ich morgens länger im Bett geblieben. Ich war mit meiner Tochter mal auf Borkum, aber seit die ihr Kind hat, unsere Chiara, ist mit ihr auch nichts mehr los. Annegret musserte Johanna von oben bis unten. Dann fragte sie, sie gehören auch nicht zu den Gut Situierten, oder? Hat ihre Tante Geld? Natürlich, sonst hätte sie ja nicht den Brief bekommen. Johanna musste feststellen, dass ihr die Gesprächsführung aus dem Bruder lief. Also nutzte sie die Atempause und fragte, wie kommen sie darauf, dass nur Leute mit Geld den Brief bekommen haben? Es war doch ein ganz normales Preisausschreiben. Mit hochgezogenen Augenbrauen sah Annegret sie Staatswitwe, die hat ordentlich geerbt, die andere hat nichts auf der Naht und hilft ihrer Schwester im Haushalt. Deshalb ist sie auch nur die Begleitperson. Nein, nein, Frau Schulze, die wollten nur die Reichen einladen, damit sie denen was verkaufen können. Das werden sie schon noch sehen. Meinen sie? Und was sollen die kaufen? Ich tippe auf Wohnungen. Annegret reckte ihr Kinn. Zumindest will dieser furchtbare Heulenkötter eine kaufen. Soll er? Er redet die ganze Zeit darüber, das geht einem schon auf die Nerven. Sie drehte sich um und sah über Johanna Schulter. Oh, die anderen winken schon. Wir sollten gehen, sonst fährt der Bus ohne uns weg. Herr Tacke kann sie sowieso nicht leiden. Was? Johanna trat einen Schritt zurück und war sich nicht sicher richtig verstanden zu haben. Tacke kann mich nicht leiden? Wie kommen sie denn darauf? Annegret Töpper blieb stehen und sah sie freundlich an. Mir macht kein Mann mehr was vor, meine Liebe. Das erkenne ich schon daran, wie er sie anguckt. Außerdem hat er gestern Abend bei uns am Tisch gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, was eine junge Frau wie sie dazu bringt, an einer Fahrt teilzunehmen, die sich doch eigentlich an Senioren richtet. Ihre zarte kleine Tante könne sie doch nicht dazu gezwungen haben. Das hat er sie gefragt? Das ist ja eine Unverschämtheit. Genau, pflichtete Annegret bei, das haben wir ihm auch gesagt, nicht wörtlich natürlich. Ich sage ihm, er ist ein Idiot. Aber wir müssen jetzt zum Bus, sonst fahren die wirklich gedreht worden. Wussten sie das? Johanna kannte die Serie noch nicht einmal und hatte außerdem Mühe, das, was sie gerade gehört hatte, zu verkraften. Tacke konnte sie also nicht leiden. Nun gut, sie ihn auch nicht. Wenn diese Wachsfrisur ärger wollte, dann sollte sie ihn kriegen. An Johanna sollte es nicht liegen. Wenig später rollte der Bus langsam auf den Marktplatz von Kappeln. Bevor er zum Stehen kam, gab es noch eine Ansage von Lisa Wagner. So, meine Damen und Herren, unser Bus bleibt für etwa zwei Stunden hier stehen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, sich dieses zauberhafte Dorf anzusehen, einen kleinen Spaziergang zu machen oder vielleicht einige Kleinigkeiten für die Lieben zu Hause zu erstehen. Um 13 Uhr treffen wir uns in der Fischerstube. Das ist das Lokal, das genau gegenüber der Kirche liegt. Dort ist für uns das Mittagessen bestellt. Bitte seien Sie pünktlich, damit wir in Ruhe essen und unsere Schlei-Rundfahrt wie geplant vorsetzen können. Viel Vergnügen und bis gleich. Johanna ließ Fienchen den Vortritt beim Ausstieg und fing dabei den Blick auf, den Dennis Tacke auf Walter richtete. Es war unschwer zu erkennen, dass die beiden nicht die allerbesten Freunde werden würden, zumindest nicht, wenn Dennis Tacke das zu entscheiden hätte. Johanna klemmte ihre Handtasche unter den Arm und stieg aus dem Bus. Tante Fienchen, ich würde mich ganz gern vor dem Essen einen Moment allein hier umsehen. Ist das in Ordnung? Natürlich, Kind, ich habe ja Begleitung. Geh ruhig los, du musst ja nicht die ganze Zeit mit uns Alten zusammenstecken, wir sehen uns beim Essen. Sie hakte sich bei Heinz und Walter ein und lächelte. Johanna sah ihnen nach, dann wandte sie sich in die andere Richtung und schlenderte langsam in den Ort, auf der Suche nach einem Kaffee mit vernünftigem Milchkaffee. Sie kam an kleinen Läden vorüber, Mode, Schmuck, Schuhe, eine Buchhandlung. Als sie an der fast vorbei war, fiel ihr Blick auf ein Plakat. Abrupt blieb sie stehen. Es war nicht zu fassen. Ihr blieb fast die Luft weg. Dieses blasse Gesicht mit den kleinen Augen und dem schmalen Mund tauchte jetzt sogar hier auf. Zu Gast in unserer Buchhandlung. Mareike Wolf, las Johanna. Samstag 20 Uhr, Eintritt 5 Euro. Das war Morgen. Diese eingebildete Ziege würde in diesem hübschen Ort aus ihrem grässlichen Buch lesen. Zuford zog Johanna ihr Telefon aus der Tasche, schaltete es ein und tippte hektisch auf Daniels Namen. Er ging nicht dran. Stattdessen sprang die Mailbox an. Johanna hatte keine Lust mit einem Band zu reden. Sie unterbrach das Gespräch und tippte auf Anne, ihre Kollegin. Anne Schünke? Hallo Anne, hier ist Johanna. Hey, wie geht es bei der Recherche? Geht so. Im Moment kriege ich gerade schlechte Laune. Ich stehe vor einer Buchhandlung in Kappeln und sehe eine Ankündigung für eine Lesung mit, rate mal, Mareike Wolf. Diese blöde Ziege verfolgt mich bis hierher. Oh Gott, und nun? Willst du da hingehen? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Es gibt doch nach Lesungen immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dabei kannst du sie doch schön vor Publikum fertig machen und allen erzählen, wie doof sie ist. Johanna seufzte. Ach, Anne, ich kann das noch nicht. Sag mal, ist Max eigentlich im Sender? Ja, zumindest war er heute Morgen bei der Redaktionskonferenz. Du, ihm geht's nicht besonders gut? Mir auch nicht, Johanna schluckte. Naja, dann werde ich mich mal wieder um meine Senioren kümmern. Mach's gut, Anne. Johanna schob das Handy zurück in die Tasche und sah wieder ins Schaufenster. Plötzlich nahm sie ihr Spiegelbild wahr und nur wenige Meter entfernt auch das von Patrick Dengler. Sie hatte keine Ahnung, wie lange er da schon gestanden hatte. Johanna unterdrückte einen Aufstoßen und sah Fienchen an, die eine bequeme Stellung auf ihrem Sitz suchte. Ist dir nicht schlecht? Fienchen schüttelte den Kopf. Ich habe dir ja gesagt, trink einen Schnaps, aber du wolltest ja keinen. Das Mittagessen hatte aus Brathering mit viel Zwiebeln und Bratkartoffeln mit noch mehr Zwiebeln bestanden. Johanna hatte Hunger gehabt und diesen Zwiebelalbtraum zügig in sich hineingeschaufelt. Heinz und Walter hatten sie gewarnt und zum Schnaps eingeladen, aber Johanna hasste klare Schnäpse und etwas anderes gab es nicht. Deshalb hing sie jetzt mit dieser Übelkeit auf ihrem Platz im Bus herum und hoffte, dass sie sich nicht gleich übergeben müsste. Möchten Sie eine Tablette gegen Sod brennen, Johanna? Heinz beugte sich nach vorne und reichte ihr eine Schachtel. Die helfen bei mir immer ganz schnell, auch gegen Übelkeit. Versuchen Sie mal, kann nicht schaden. Johanna nahm dankbar zwei Pillen und zerkauhte sie. Es war ja nicht nur der Hering, der ihr quer im Magen lag. Patrick Dengler war zusammengezuckt, als sie sich vor der Buchhandlung plötzlich in seine Richtung gedreht hatte. Er hatte ganz überrascht getan. Ach, Johanna, ich habe sie gar nicht gesehen. Brauchen sie etwas zu lesen? Gehen ihnen die Vorträge von Tucker und Kruse auch so auf den Geist? Johanna hatte ihn harmlos angelächelt. Was haben sie denn gegen die Vorträge? Nichts, hatte er schnell gesagt. Sie sind vielleicht etwas zu lang und die Reiseleitung mit uns vor hat. Johanna hatte nur gelassen die Schultern gehoben und ihn angeschaut. Was sollen sie schon mit uns vor haben? Das ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache meine Tante gefällt es. So, und nun suche ich ein Kaffee, in dem es vernünftigen Milchkaffee gibt. Diese Hotelbrühe ist ja das Grauen. Er hatte sich ihr angeschlossen. Johanna schoss ein Gedanke durch den Kopf. Was wäre, wenn er zur Reiseleitung gehörte? Sie würde ihn im Auge behalten. Während Inge auf Sylt ihre Haustür aufschloss, hörte sie schon das Telefon klingeln. Bevor sie es erreichen konnte, sprang der Anrufbeantworter an. Einen schönen guten Tag wünscht ihnen der Anrufbeantworter von Walter und Inge Müller. Leider rufen sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an, deshalb müssen sie aufs Band sprechen. Tschüss! Inge hatte sich schon mehrfach vorgenommen, das Band neu zu besprechen. Walters rüder Ton schreckte die meisten Anrufe ab. Er aber fand es perfekt so, weil er ohnehin keine Lust hatte, jeden Tag stundenlang das Band abzuhören. Als ob ihn täglich Millionen Menschen erreichen wollten. Dieser Anrufer ließ sich allerdings nicht abschrecken. Guten Tag, Müller, ich komme gerade zur Tür herein, um was geht es denn? Am anderen Ende entstand eine irritierte Pause. Hallo? Wer spricht da bitte? Müller, Inge Müller, in Wellingstedt auf Sylt. Ach ja, guten Tag, mein Name ist Fiedler, Polizeiobermeister Fiedler, Polizeirevier Bremen Innenstadt. Ich wollte Herrn Walter Müller sprechen. Wohnt er bei Ihnen? Natürlich, er ist mein Mann. Ist Ihr Inge wurde schlagartig heiß. Sofort hatte sie Bilder von Unfällen vor Augen, nebelige Straßen, dunkle Waldwege, Blaulicht, Absperrband, Walter und Heinz mit Blut in den Gesichtern. Ihre Knie wurden weich, ihre Hand, die den Hörer hielt, schweißnaß. Zitternd ließ sie sich auf den Hocker sinken und antwortete mit unsicherer Stimme, ja, unser Mercedes hat diese Nummer, ist mein Mann und mein Bruder? Ihr in ihren Ohren ließ die Antwort von Polizeiobermeister Fiedler sehr leise klingen. Ja, ich wollte Ihren Mann gern sprechen, er ist ja der Halter, wo kann ich ihn denn erreichen? Mein Mann? Inge versuchte ihre Fassung wieder zu gewinnen. Ja, mein Mann ist gerade an der Schlei mit meinem Bruder, also seinem Schwager, aber er hat da keinen guten Handy empfang. Gab es einen Unfall? Ist mein Mann etwas oder Heinz, also meinem Bruder? Wissen Sie denn, wie Ihr Auto nach Bremen gekommen ist? Bremen? Inge musste einen Moment überlegen, dann war sie wieder im Bilde. Ach so, Bremen, die beiden Männer sind mit dem Auto nach Bremen gefahren, von dort aus ist der Bus gestartet, mit dem sie jetzt an der Schlei sind, und sie wollten auf keinen Fall etwas von der Reise verpassen. Was ist denn überhaupt passiert? Der Wagen ist abgebrannt. Heute früh, vermutlich gegen fünf. Er stand im absoluten Halteverbot. Abgebrannt? Der Wagen? Inge fühlte eine Welle der Erleichterung. Der Polizist hatte fünf Uhr gesagt. Gegen acht hatte Walter ganz kurz angerufen. Wirklich nur ganz kurz. Er hatte gesagt, dass alles gut sei, er eine Menge Liste erstelle und die Telefoneinheit 70 dass er nicht verbrannt war. Also nur das Auto, Inge Stimme klang fast fröhlich. Das ist nicht so schlimm. Christine ging schon nach zwei Freizeichen ran. Schmidt? Hallo Christine, hier ist Tante Inge. Ich habe gar nicht gedacht, dass du bei diesem schönen Wetter zu Hause bist. Und wieso hast du angerufen? Ich wollte mal hören, was du so machst. Ich sitze auf dem Balkon und lese. Aha! Inges Stimme klang viel zu fröhlich. Und was fängst du denn heute noch mit dem Tag an? Du hast doch jetzt Wochenende, oder nicht? Christine wappnete sich innerlich gegen das, was sie nun erwartete. Tante Inge würde sie gleich um etwas bitten. Vorsichtig sagte sie, ich will gleich mal ein bisschen raus. Vielleicht fahre ich auch noch übers Wochenende weg. Heinz und Walter sind an der Schlei. Das Auto ist heute Nacht in Bremen abgebrannt. Stell dir vor, genau neben der Polizei. Das denkt man doch auch nicht. Anstatt aufzupassen, lassen die den Wagen brennen. Ja, und was passiert jetzt? Genau das ist das Problem. Sieh mal, du bist doch näher dran als wir. Und einer Müsste zur Bremer Polizei nur ein Protokoll unterschreiben. Wann? Na heute. Inge schien verwundert, dass ihre Nichte so langsam kapierte. Christine seufzte gottergeben. Ganz ehrlich, Tante Inge, habe ich eine Chance abzulehnen? Nein. Christine meinte, Inges lächeln durchs Telefon zu sehen. Du bist die Einzige, die Zeit, ein Auto und nichts Wichtiges vorhat. Du fährst doch höchstens eine Stunde von Hamburg nach Bremen. Andertalb. Wie hat Onkel Walter denn auf die Nachricht reagiert? Er weiß es noch gar nicht. Dein Vater und er haben die ganze Zeit ihre Handys abgestellt. Deshalb konnte ich es ihm noch gar nicht mitteilen. Das erfährt er dann in Bremen, wenn er zur Polizei geht, um das Auto suchen zu lassen. Christine war entsetzt. Er kriegt doch einen Herzinfarkt, wenn ihm die Polizisten das erst dann ansagen. Das kannst du doch nicht wirklich wollen. Kind, du kennst doch deinen Onkel. Mir ist es lieber erbrüllt die Beamten an als mich. Und wenn er es jetzt schon erfährt, bricht er diese Reise ab. Das nützt doch auch nichts mehr. Der Wagen ist sowieso hin. Christine bist du noch dran? Fährst du jetzt nach Bremen? Ähm, ja. Es nützte nichts. Christine war unruhig geworden. Dann fahre ich an die Schlei und versuche Onkel Walter das Desaster schonen beizubringen. Ich übernachte bei Papa und Walter im Hotel und bringe die beiden nach Nibel zum Zug. Dann haben sie es nicht mehr so weit. Das ist vielleicht am einfachsten. Sie müssen ja nicht mehr zurück nach Bremen. Fein, Tante Inge war zufrieden. Das ist doch gut und wenn Walter schreit, dann nimm es einfach nicht persönlich. Bis bald, Kind. Kurz vor dem Hotel hielt der Bus unvermittelt auf einem Parkplatz, von dem aus ein schmaler Waldweg Richtung Schlei führte. Carsten Koch stellte den Motor aus und Michael Kruse nahm das Mikrofon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich Sie noch einmal um Ihre Aufmerksamkeit bitten darf, vielen Dank. Wir stehen hier auf einen Weg zu einem kleinen Paradies führt. Ich hatte am gestrigen Abend und vorhin bei Mittagessen bereits Gelegenheit, mit einigen von Ihnen über dieses Fleckchen Erde zu sprechen. Dabei schließe ich Eva Eva Piper half ihr beim Aussteigen und antwortete Das stimmt, aber wir saßen vorhin mit Herrn Kruse am Tisch und kamen im Gespräch auf die schönsten Plätze im Leben oder so ähnlich. Sie lachte etwas verlegen und drehte sich zu ihrem Mann um. Weißt du noch genau wieso eigentlich? Keine Ahnung, aber bei den Schwestern aus Papenburg war es der Deich vor der Werft, der heute ganz anders aussieht. Er kam näher und sah sich neugierig um. Genau, Frau Pieper fand den Faden wieder. Bei mir war es ein Strandabschnitt an der Ostsee, an dem heute ein Schwimmbad steht. Bei Herrn Kruse ist es ein Ort in natürlich gelöchert und ihn überredet, es uns zu zeigen. Aha, Fienchen war vor dem Bus stehen geblieben und drehte sich nach Johanna um. Interessiert dich das? Warum nicht? Wir können doch ruhig mal ein paar Schritte gehen. Sie schob sich den Riemen ihrer Handtasche über die Schulter und blieb neben der Bustür stehen. Aber du musst ja nicht mit. Du kannst auch sicher im Bus sitzen bleiben. Ach, kommen Sie! Eva Pieper berührte sanft Fienchens Arm. Sie hätten seine Beschreibung hören sollen. Es muss wunderbar sein. Bevor Fienchen protestieren konnte, hatte Frau Pieper sie schon mitgezogen. Johanna musste sich beeilen, ihnen zu folgen. Annegret Töpper blieb neben Walter stehen. Wollen Sie nicht aussteigen? Nein, schönen Dank. Er drehte sich mit erhobenen Händen um. Mein Bedarf an Sehenswürdigkeiten ist gedeckt. Ich will nichts mehr über naturbelassene Buchten, über frühere Handelswege, Wikinger oder Segelreviere hören. Gar nichts mehr. Ich bleibe hier schön sitzen und mache einen Moment die Augen zu. Heinz stand auf. Ich gehe mit. Mir tut schon mein Kreuz vom Sitzen weh. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Heinz schloss sich der Gruppe, die schon vor dem Bus stand an. Mein Schwager will nicht, teilte er Johanna mit, die plötzlich neben ihm stand. Den interessiert das nicht. Macht ja nichts. Mit einem Seitenblick hatte Johanna bemerkt, dass Patrick Dengler schon wieder Kurs auf sie nahm. Kurz anschlossen hakte sie sich bei Heinz unter. Kommen Sie Heinz, reden Sie auf mich ein. Ich habe keine Lust, schon wieder von Patrick Dengler angebaggert zu werden. Geschockt blieb Heinz stehen. Er baggert nicht so laut. Gehen Sie weiter. Ich erzähle es auf dem Weg. Während sie einen breiten, sandigen und ausgesprochen romantischen Waldweg entlang schlenderten, erzählte Johanna leise von ihrem Zusammentreffen mit Dengler. Als sie geendet hatte, sah Heinz sie an. Mit dem stimmt doch was nicht. Und die Dame ist auch nicht seine Mutter. Die hat ihn nämlich heute morgen am Frühstücksbuffet aus Versehen gesiezt. Das habe ich genau gehört. Johanna blieb stehen. Im Ernst? Das gibt es ja gar nicht. Doch, ich habe es wirklich gehört. Ach, ich glaube, wir sind angekommen. Hinter einer Kuppe sahen sie am Ende des sanft abfallenden Grundstücks das Meer. Soweit das Auge reichte. Nur Natur. Die ersten A's und O's ertönten, während Michael Kruse an einen Baum gelehnt lächelnd darauf wartete, dass die Gruppe sich um ihn versammelte. Eva Pieper stand weit vorn. Jetzt winkte sie Johanna und Heinz zu. Kommen sie, von hier ist der Blick fantastisch. Sie hatte recht, trotzdem musste sich Johanna zwingen, ihre Gedanken zu sortieren. Hinter Aber wirklich stimmte seine Frau ihm zu. Die Euphorie ebbte langsam ab, als Michael Kruse die Hand hob. Ja, meine Damen und Herren, ich habe wohl nicht so viel versprochen, wie ich an ihrer Reaktion feststelle. Das hier ist mein Lieblingsplatz, schon seit ich Kind war. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe genug Orte auf dieser Welt gesehen. Ob Amerika, Australien, ob Toskana oder Italien, ich war schon überall. Aber hier, genau hier ist der Platz, an dem mein Herz aufgeht. Mein Leben lang bin ich immer wieder hergekommen. Und hätte ich hier ein Grundstück kaufen können, meine Damen und Herren, dafür hätte ich mich sogar mit Haut und Haar verschuldet. Aber es blieb immer ein Traum. Bis heute. Wenn wir gleich zum Bus zurück gehen, dann laufen wir mal rechts herum zum Waldweg. Von hier aus kann man nicht sehen, was ich Ihnen zeigen möchte. Die Gruppe setzte sich in Bewegung. Johanna folgte langsam und mit einem kleinen Abstand. Der Weg führte um eine Baumgruppe und nach ein paar Metern hielten alle wieder an. Mit zurückgelegten Köpfen starrten sie nach oben, auf eine große Holztafel, die auf drei hohen Stelzen stand. Darauf war das Foto einer weißen Wohnanlage und mit dunkelblauer Schrift stand darüber, hier entsteht das Wohnensemble Strandglück. Für Strandliebhaber und Kapitalanleger. Zwei bis drei Zimmerwohnungen in Größe von ca. 50 bis 70 Quadratmetern, hochwertig ausgestattet mit Einbauküche, Balkon oder Terrasse, Aufzug im Haus, barrierefrei, Fußbodenheizung, Licht durchflutet, mit eigenem PKW-Stellplatz. Baubeginn Sommer, nur noch wenige Wohnungen verfügbar. Heinz setzte seine Brille ab und sagte zu Johanna, die müssen auch jeden schönen Fleck zubauen. Kann man nicht mal irgendetwas so lassen, wie es ist? Soll ich Ihnen was sagen? Ewald Hollenkötter hieb Heinz jovial auf die Schulter. Man soll ja nicht vorgreifen, bevor die Tinte auf dem Vertrag trocken ist, aber meine Holde und ich wollen hier wohl einsteigen. Ernsthaft? fragte Heinz und sah ihn erstaunt an. Haben Sie sich vorher schon informiert? So etwas macht man noch nicht aus dem Bauch heraus. Angespannt fingerte Johanna in ihrer Tasche nach den Tasten des Aufnahmegeräts. Jetzt wurde es hier doch spannend, der Lockvogel genau vor dem Mikrofon. Mit gleichgültiger Miene schob sie die Tasche in Hollenkötters Richtung. Auf Heinz konnte sie sich verlassen. Er wartete ab, bis Frau Hollenkötter zu Pisch, er plaudert alles aus und anschließend kriegen wir keine Wohnung mehr. Komm Bärchen, wir gehen zurück zum Bus. Heinz und Johanna sahen sich verwundert an. Ein unmögliches Paar. Eva Pieper stand plötzlich hinter ihnen. Das wird wirklich eine sehr gute Wohnanlage. Man sollte es sich überlegen. Und Wohnungen sind in Zeiten wie diesen nicht zu unterschätzen. Das sagt zumindest mein Mann. Und der das werde ich meinem Schwager erzählen. Er war beim Finanzamt. Und ich glaube, es würde helfen, wenn er sich nachher beim Essen mal mit ihrem Mann unterhalten könnte. Über Geld und Steuersparen und so. Damit er mal wieder in seinem Element ist. Langsam bekommt er schlechte Laune, weil er sich diese Reise ganz anders vorgestellt hat. Ich sage es ihm. Eva Pieper lächelte. Es glaube, wir müssen jetzt zum Bus. Mit einem kurzen Blick in die Tasche stellte Johanna fest, dass das Aufnahmegerät gestoppt hatte, die Speicherkarte war voll. Es war nicht schlimm, es hatte ohnehin niemand von der Reiseleitung eine Silbe zu diesem Neubauprojekt gesagt. Johanna war sehr gespannt, ob dieser kleine Abstecher etwas mit den Vorträgen zu tun haben würde, die nach dem Abendessen Essen schon wieder neben Johanna, überhaupt war die Tischordnung unverändert. Für die Küche galt das leider auch. Es war schneller serviert worden, dafür war das Essen aber genauso schlecht wie gestern. Statt Blumenkohl gab es Sauerkraut, statt gemischtem Braten Kassler, aber die Suppe kam wieder aus der Tüte. Fienchen sprach mit allen und jedem, bekam von Minute zu Minute bessere Laune und das trotz der schlechten Essens. Johanna sah sie fragend an. Ist was? Ich freue mich, Fienchen strich über den Arm und strahlte sie an. Dass du mit mir hier bist, dass die Schlei so schön ist, dass wir nachher noch in die Bar gehen, das ist doch alles wunderbar. Johanna bestellte sich noch einen Wein. Lisa Wagner und Carsten Kock hatten anscheinend Geübten der Technik umzugehen. Unbemerkt hatten sie während des Essens alles vorbereitet, sodass das Pfeifen des Mikrofons gänzlich unerwartet ertönte. Test, 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 1, 1, 1, ja, das passt. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Dennis Tacker hatte sich in einen dunkelblauen Nadelstreifen Anzug geworfen, er sah aus wie ein Konfirmant. Johanna bemerkte amüsiert die Blicke, die Heinz und Walter mit Fienchen tauschten. Ich hatte schon das Vergnügen, mit einigen von Ihnen zu sprechen und ich darf hoffen, dass auch alle anderen diesen Tag als einen ausgesprochen schönen empfunden haben. Ich danke an dieser Stelle auch Herrn Michael Kruse, der Ihnen die Kostbarkeiten der Schleim mit so viel Charme gezeigt hat. Kostbarkeiten, wiederholte Walter kopfschüttelt, sein Kommentar ging aber im Applaus unter. Aber wir haben es hier ja schließlich nicht mit einer 0815 Touristenreise zu tun. Wir sind in dieser homogenen Gruppe ja auch zusammengekommen, um über unsere finanzielle Zukunft, über unsere Wünsche und Erwartungen zu sprechen. Sie erwarten Informationen von uns, wir wollen sie ihnen geben. Ohne Tacke aus den Augen zu lassen, zog Johanna ihre Handtasche hoch, um das Aufnahmegerät anzuschalten. Ihre Finger tasteten über Taschentücher, Puderdose, Notizbuch. Verdammt, dachte sie und biss die Zähne zusammen. Sie hatte das Gerät im Zimmer aus der Tasche genommen, um die Speicherkarte zu wechseln. Die volle Karte hatte sie ertastet, nur das Gerät war nicht da. Sie atmete tief durch und beugte sich zu Fienchen. Kannst du mir mal den Schlüssel? Psst! Fienchen legte den Finger auf die Lippen. Das Licht im Saal wurde gedimmt und auf der großen Leinwand begann ein Film. In Schwarz-Weiß-Bildern sah man einen alten Mann, der in Mülltonen stöbert. Eine alte Frau, die mit Anstrengung einen langen Flur wischt, eine andere, die sich erschöpft an eine Haustür lehnt, nachdem sie eine Zeitung mit letzter Kraft durch den Postschlitz geschoben hat. Im Hintergrund lief dramatische Klaviermusik. Der Film stoppte, das Licht ging wieder an und Dennis Tacke hob ergriffen das Mikrofon. Ja, begann er mit gebrochener Stimme, sodass er sich erst mal räuspern musste. Das nimmt einen mit, oder? Altersarmut ist das Stichwort, das immer öfter fällt. Ich sehe sie nicken, auch wenn sie sich nicht, oder soll ich sagen, noch nicht gemeint fühlen. Worüber müssen wir reden? Er machte eine Wir müssen über die Finanzkrise reden. Noch vor einigen Jahren haben sie, meine Damen und Herren gedacht, nein, sie waren vermutlich sogar davon überzeugt, dass ihr Lebensabend gesichert wäre. Lange genug haben sie dafür gearbeitet und sich lange genug auf ihren verdienten Ruhestand gefreut. Die aktuelle Finanzkrise hat alles ins Schwanken gebracht. Überall drohen Jobverluste. Ja, ja, ich nach einem langen Atemzug redete er weiter. In Zeiten, in denen Banken machen, was sie wollen, europäische Länder kurz vor der Pleite stehen, in diesen Zeiten werden viele von uns, ich sage sogar die Mehrheit entsetzt zusehen, wie ihre Vermögen einfach wegschmelzen. Er machte wieder eine Pause. Dann stieß er mit erhobenem Zeigefinger ein einziges Wort aus. Inflation. Er legte den Finger an den Mund und ging langsam auf und ab. Sie werden sich fragen, warum wir uns überhaupt mit diesen Dingen beschäftigen. Das kann ich Ihnen erklären. Die Firma Ostseeglück hat sich die Worte Verantwortung für unsere Senioren auf die Fahne geschrieben. Unser geschätzter Firmengründer Dr. Theo von Alsterstetten hat schon vor Jahren erleben müssen, wie seine geliebte Mutter ein Opfer von gewissenlosen Anlagespekulanten wurde. Sie traut. Naiv, blauäugig, vertrauensvoll war sie. Was hat es ihr genützt? Sie ahnen es schon, meine verehrten Damen und Herren? Nichts. Gräfin von Alsterstetten hat alles, ja wirklich alles verloren. Walter beugte sich zu Johanna und murmelte, ich muss mich gleich übergeben. Was redet er denn da? Tacke wach Walter einen kurzen Warn in den Blick zu, dann fuhr er fort. Jahrelang wurde in diesem Land gespart, angelegt und in Rentenkassen oder in Lebensversicherungen eingezahlt. Man freute sich auf den goldenen Herbst des Lebens, indem man es sich gut gehen lassen wollte. Eine kleine Reise ab und zu, Geschenke für Kinder und Enkelkinder, hier und da ein Restaurant oder Theaterbesuch. Was waren das für Zukunftsaussichten? Und dann kamen die Finanzmärkte ins Trudeln und alle fragen sich, wohin das noch führen soll. Fragen sie sich das auch? Denken auch sie gerade darüber nach, wo ihr schwer verdientes Geld liegt und wie viel davon noch übrig ist? Johanna sah sich um. Einige der Zuhörer nickten betroffen, während Walter sich wieder Notizen auf Bierdeckeln machte. Was machen denn die Fachleute? Tacker hatte seine Stimme erhoben. Die Banker, die Manager, all die, die sich mit Finanzen auskennen. Soll ich ihnen sagen, was sie tun? Sie kaufen andere Produkte. Sie kaufen Edelmetalle wie Gold und Silber, sie kaufen Rohstoffe wie Öl, auch Kupfer und sie investieren in Immobilienfonds. Aber was hat das mit uns zu tun, werden sie mich fragen? Ich kann es ihnen sagen. Ich kann ihnen helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, um auf die Finanzkrise zu reagieren. Frau Wagner, das Bild bitte. Hinter ihm löste die Zeichnung der weißen Wohnanlage, die sie vorhin auf dem Schild gesehen hatten, das graue Gesicht der alten Dame ab, die in ihrem grauen Mantel vor der grauen Mülltonne stand. Wohnensemble Strandglück. Ein erleichtertes Raunen ging durch den Saal. Ein Stück vom Paradies. Mit Blick auf das Display ihres Handys war Johanna den Parkplatz abgeschritten. Sie hatte es dann rechts, war in Richtung Straße gegangen, alles ohne Erfolg. Es gab hier einfach kein Netz. Dieses Funkloch musste riesig sein. Entmutigt hatte sie sich auf einen Baumstumpf gesetzt. Sie musste unbedingt Daniel anrufen. In ihrem Zimmer war das Telefon angeblich kaputt. Das hatte zumindest die Frau an der Rezeption gesagt. Und jetzt saß sie hier draußen mit einem Prospekt vom Wohnensemble Strandglück in der notwendigen Faltblatt. Johanna hatte den Begriff schon mal gehört, aber keine Ahnung, was dahinter steckte. Sie brauchte dringende Informationen, aber sie kam nicht ins Internet und sie konnte nicht telefonieren. Es war zum Verrückt werden. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Johanna zuckte zusammen. Patrick Dengler, müssen Sie sich immer so anschleichen? Da kriegt man ja fast einen Herzinfarkt. Dafür sind sie zu jung. Ohne zu fragen setzte er sich neben sie. Was halten Sie von diesem Projekt? Herr Tacker hat es ja sehr gut verkauft. Johanna setzte ihr gleichgültiges Gesicht auf. Ehrlich gesagt habe ich das System nicht richtig verstanden, aber es gibt ja nachher noch diese Einzeltermine, bei denen man alles genau erklärt bekommt. Gehen Sie dahin? Patrick Dengler saß zu dicht neben ihr. Leider Heinz vor ihr. Störe ich? Seine Stimme war zuckersüch, seinen Blick scharf auf Dengler gerichtet. Ich habe sie gesucht. Mich? Patrick Dengler sah überrascht hoch. Warum? Sie doch nicht. Ich wollte etwas von Frau Schulze, aber ihre Mutter sitzt ganz allein am Tisch. Meine... Patrick Dengler hatte sich erhoben und klopfte seine Hose ab. Ach so, ja, ich wollte sowieso wieder rein. Bis später. Johanna und Heinz sahen ihm nach, dann drehte sich Johanna zu Heinz um. Danke. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will, aber langsam wird er lästig. Jetzt setzte sich Heinz auf den freien Platz. Vielleicht hat er sich in sie verguckt. Johanna sah ihn an. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Naja, egal. Warum haben sie mich denn gesucht? Das war gelogen. Heinz lächelte. Ihre Tante und ich haben gesehen, dass Dengler ihnen gefolgt ist, und da wollte ich sicher gehen, dass nichts passiert. Aha, Johanna lachte, hätten sie ihn auch niedergeschlagen? Das wäre situativ zu entscheiden gewesen. Warum nicht? antwortete Heinz und stand auf. Jetzt muss ich wieder zum Tisch. Mein Schwager war gerade etwas gereizt. Nicht, dass es zwischen ihm und Herrn Tacke doch noch zum Streit kommt. Er drehte sich schon zum Eingang, als Johanna noch etwas einfiel. Ach, Heinz? Ja, Johanna? Haben Sie eigentlich ein Telefon im Zimmer? Er nickte. Das kostet aber 70 Cent die Einheit. Warum? Dürfte ich gleich mal telefonieren? Natürlich. Zimmer 16. Der Apparat steht auf Walters Nachttisch. Das sehen Sie schon. Ach so, mein Schlüssel sehen, sonst kommt noch jemand auf falsche Gedanken. Heinz sah sie überrascht an, dann kicherte er. Sie haben aber auch eine Fantasie. Ich hole den Schlüssel. Leise lachen ging er zum Eingang. Johanna blickte ihm gerührt hinterher. Es war ein schönes Gefühl, dass er sie vor Dengler beschützen wollte. Schade, dass sie ihn nicht schon früher kennengelernt hatte. Als Johanna nach einiger Leute, Leute, ich kaufe doch nicht mit Hunderten von fremden Menschen zusammen eine Wohnung. Die machen alles dreckig und ich ärgere mich anschließend. Sie kaufen nicht die Wohnung, sondern die Nutzungsrechte, erklärte ihm Eva Pieper mit Engelsgeduld. Das hat Herr Kruse doch gerade sehr schön erläutert. Sie haben dann das Anrecht, während bestimmter Wochen im Jahr die Wohnung zu nutzen. Ja, nachdem Rinden im Kühlschrank, Krümel im Bett. Vielen Dank auch. Es gibt doch Reinigungspersonal, mischte sich Uli Pieper ein. Das ist genauso wie in einer Hotelanlage. Also ich finde die Idee nicht schlecht. Man kann Urlaub machen, wann man will und muss sich um nichts kümmern. Ich sehe doch, wie das auf Sylt ist mit unserer Wohnung. Dauernd ist etwas kaputt. Dann müssen wir uns Urlaub habe, gehe ich ins Hotel. Fertig. Wenn Sie ein Zimmer bekommen, sagte Eva Pieper, denken Sie mal an gestern. Wir wollten sofort umziehen. Dieses Hotel ist doch wirklich eine Zumutung. Und was war? Alles andere ist ausgebucht. Das hier ist eine sehr begehrte Gegend. Walter sah erst sie, dann ihren Mann und schließlich seinen Schwager an. Gibt es in dieser begehrten Gegend die Möglichkeit noch So, hier unten bekomme ich dann noch eine Unterschrift. Polizeiobermeister Fiedler schob Christine das Protokoll zu und wies auf eine Linie. Dann hätten wir alles. Sie überflog den getippten Text, griff nach einem Kugelschreiber und setzte Schwung von ihren Namen darunter. Somit hatte sie im Auftrag ihrer Tante Inge den Unbekannten angezeigt, der aus Onkel Walters ganz im Stolz ein Haufen verschmortes Blech gemacht hatte. Wie hat ihr Onkel denn reagiert? Fiedler zog das Blatt zu sich und sagt Christine an. Je älter die Halter sind, desto mehr hängen sie an ihren Autos. Das stimmt und mein Onkel ganz besonders. Er weiß es noch nicht. Er ist ja mit meinem Vater an der Schlei und aus irgendeinem Grund haben sie kein Handy empfangen. Ich fahre selbst hin und bringe es ihm schonend bei und die beiden bei der Gelegenheit auch am Sonntag zurück nach Sylt. Und warum stand das Auto dann in Bremen? Sie sind mit dem Bus an die Schlei gefahren von Bremen aus. Eine Gruppe gut situierter Senioren mit Interesse an wirtschaftlichen Fragen. So stand es im Prospekt, sagt zumindest meine Mutter. Und hat letztes Jahr so etwas ähnliches gemacht und anschließend haben wir drei Monate geklagt. Sie dachte, hätte 2500 Euro Bargeld und einen Fernseher gewonnen. Stattdessen hat sie für 600 Euro Nahrungsergänzungsmittel gekauft. Weder mein Vater noch mein Onkel geben freiwillig Geld aus. Da mache ich Als sie wieder im Auto saß und in Richtung Hamburg fuhr, stellte sie das Radio lauter, um die Nachrichten zu hören. Guten Tag, Sie hören die Nachrichten auf Radio Nord, am Mikrofon ist Anne Schünke. Bremen, erneuter Brandanschlag auf Autos, diesmal brennt ein Auto direkt vor den Augen der Polizei. Christine verfolgte den Bericht gespannt und nahm sich vor, gleich eine E-Mail an den Sender zu schreiben im Radio wert. Das müsste ihn noch über das Schlimmste hinweg trösten. Zwei Sekunden nach dem Beitrag klingelte ihr Handy. Hier ist Inge, wir waren im Radio, Charlotte und ich haben es gerade gehört, nur schade, dass sie Walders Namen nicht genannt haben, den kannten sie wohl nicht. Hast du es auch gehört? Ja, ich hoffe nur, dass Papa und Walter an der Schley kein Radio Wald? Was hat er gesagt? Du, ich hatte gar keine Zeit mit ihm darüber zu sprechen. Die Einheiten sind ja so teuer und du kennst doch Walter, er ist dann immer ganz knapp. Und solche Neuigkeiten erzählt man auch besser von Angesicht zu Angesicht. Du siehst ihn ja. Fahr vorsichtig und Grüße von deiner Mutter. Warte mal, Tante Inge, hat er dir erzählt, was genau das für eine Reise ist? Der Polizist in Bremen meinte nämlich, dem Text der Einladung nach könnte es sich um eine Verkaufsfahrt handeln. Seine Mutter ist auf sowas reingefallen. Worum geht es denn da an der Schlei? Ihre Tante schwieg einen Moment. Dann sagte sie, Walter hat Du musst dir keine Gedanken machen, Kind. Es kann höchstens passieren, dass er sich mit dem Reiseveranstalter in die Wolle kriegt. Aber dein Vater ist doch dabei. Der hasst Streit und wird schon rechtzeitig einlenken. Daniel fuhr sich mit allen zehn Fingern durch die Haare und starrte wütend den Telefonhörer an. Er hatte nach Johannas Anrufe im Internet zum Thema Timesharing recherchiert und hätte Johanna jetzt genau die Ergebnisse mitteilen sollen. Und was war? Er bekam keine Verbindung. In was für eine Absteige saß die denn bloß? Ich gehe jetzt. Anne stand an seinem Schreibtisch und klopfte leise mit dem Finger aufs Holz. Was machst du da eigentlich noch? Johanna hat mich gebeten über Timesharing Modelle für Wohnungen zu recherchieren. Das hat mit ihrer es ihr nicht mitteilen. Was bedeutet denn dieses Timesharing? Daniel sah kurz auf seine Notizen. Man erwirbt ein Wohnrecht oder besser Teilzeit Wohnrecht. Du zahlst eine Summe dafür, dass du für eine bestimmte Zeit im Jahr in einer voll ausgestatteten Wohnung in einer Ferienanlage oder in einem Hotel wohnst. Was Johanna damit will, hat sie nicht gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas auch an der Schlei gibt. Naja, ist ja auch egal. Ich fahre nach Hause und versuche sie von dort aus zu erreichen. Ist Max eigentlich noch im Büro? Nein? Anne hing einem Gedanken nach. Der hat am Wochenende was vor. Sag mal, hast du die E-Mail gesehen, die vorhin kam? Wegen eines Mitschnitts? Da war doch auch was mit der Schlei. Guck mal eben in deinem Rechner. Ich habe sie dir weitergeleitet. Daniel überflog seinen Posteingang. Mitschnitt Nachrichten. Da ist es. Er rief die Mail auf. Werte Nachrichten Redaktion. Ich habe eine Bitte. Der Mercedes meines Onkels ist in Bremen abgefackelt worden. Total Schaden. Ich muss die schlechte Nachricht überbringen, bin jetzt auf dem Weg an die Schlei, um meinen Onkel und meinen Vater dort von einer Seniorenreise abzuholen und suche verzweifelt nach einem Trostpflaster für meinen Onkel. Habe gerade die Nachrichten ihres Senders gehört, in denen der abgebrannte Wagen eine Meldung war. Deshalb hätte ich jetzt sehr gern einen Mitschnitt. Vielleicht ist diese Radiomeldung ein kleiner Trost. Mein Onkel hört jeden Tag Radio Nord und so kommt er bzw. sein Auto vor. Mit Dank im Voraus und sind die auf derselben Tour wie Johanna. Die ist doch in einem Kaff, das Bullisby heißt. Keine Ahnung. Das wäre ja lustig. Ich antworte ihr sofort. Dann kann sie Johanna wenigstens grüßen. Und den Mitschen kriegt sie sowieso. Anne stieß sich vom Tisch ab. Wie auch immer, ich gehe. Schönen Abend noch. Daniel tippte mit gesenktem Kopf schon die Antwort an und auf Daniels Anruf gewartet. Er kam nicht. Sie hatte ihm extra die Durchfall des Zimmers gegeben und eine feste Uhrzeit vereinbart. Aber Daniel rief nicht an. Kurz entschlossen hob sie den Hörer ab und hielt ihn ans Ohr. Sie hörte nichts. Die Leitung war tot. Mause tot. Der Apparat funktionierte nicht mehr. Dieses Hotel war tatsächlich die allerletzte Kaschemme. Wütend stand auf. Mein Hintern schläft gleich ein. Was ist Heinz? Kommst du mit? Ein paar Schritte laufen? Sein Schwager unterbrach das Gespräch mit der neben ihm sitzenden Eva Pieper und sah zu Walter hoch. Jetzt sofort? Ja, ich muss mich mal bewegen und mein Hirn braucht frische Luft. Heinz entschuldigte sich bei seiner Sitznachbarin und ging weiter nach. Der stand draußen, hatte seinen Kopf in den Nacken gelegt und starrte in den Himmel. Nach einem tiefen Atemzug blickte er Heinz an und sagte, dass du dich so von der Frau Pfeiffer vollquatschen lässt, wundert mich. Gleich bütigste Heinz in die Ferne und fasste sich mit seiner Hand ans linke Ohr. Was hast du gesagt? Ein hoher Ton signalisierte, dass er sein Hörgerät einstellte. Frau Pfeiffer hat dich so voll gequatscht. Was redet die die ganze Zeit? Du meinst Frau Pieper. Hörgerät ausgestellt. Die letzten zehn Minuten habe ich nichts mehr mitgekriegt. Du hast es gut. Walter lenkte seine Schritte in Richtung Einfahrt. Ich kann immer alles hören. Ich knöpfe mir übrigens gleich bei diesen Einzelgesprächen Tucke und Krause vor. Das ist vielleicht ein Unsinn. Ihre Renditerechnung bei diesen Wohnanteilen, die nehme ich aber nachher mal auseinander. Walter bitte. Heinz war stehen geblieben und hielt seinen Schwager am Jacken Ärmel fest. Du bist immer gleich so negativ. Dabei hast du dich noch gar nicht mit diesem Modell befasst. Du kennst es überhaupt nicht. Vielleicht ist da doch was dran. Die Piepers wirken jedenfalls sehr angetan und das sind wirklich keine dummen Leute. Und die Herren heißen Tacke und Kruse. Ich habe auch keine Lust darauf, aus dem Saal geworfen zu werden, weil du die auseinander nimmst. Was sollen denn bloß die anderen von uns denken? Dass da zwei alte Männer Theater machen oder was? Zwei alte Männer? Walter schüttelte nachsichtig den Kopf. Ich möchte dich daran erinnern, dass ich noch nicht mal 70 bin. Und ich nehme die nicht vor allen Leuten auseinander, sondern schön im Einzelgespräch. Die sollen mir ihre feine Renditerechnung mal in aller Ruhe aufmachen. Das überfordert die anderen Teilnehmer nur. Du kannst ja neben mir sitzen und zuhören, damit du mal lernst, wie man Finanzgespräche führt. Mir macht da nämlich niemand was vor. 32 Jahre Finanzamt Dortmund, da sollen die beiden Grünschnäbel sich mal warm anziehen. Was ist denn das da vorn? Heinz folgte seinem Blick hat. Ich hatte gedacht, dass Herr Tacke irgendwas mit ihm... Lass uns mal eben... Heinz zog Walter mit sich, bis sie vor dem Mann standen und er mit entschlossenem Blick sagte, guten Abend, können wir Ihnen helfen? Sowohl Walter als auch der Bauer sahen Heinz verdutzt an. Beim Abschließen vom Moped fragte der Bauer und schüttelte den Kopf. Nee, das kann ich allein. Er zog den Schlüssel ab und wandte sich zum Eingang. Heinz hielt ihn fest. Sind Sie oft hier? Ja. Eine Alkoholfahne wehte Heinz entgegen. Aha, geschäftlich oder privat? Wie? Ich meine, trinken Sie hier nur mal ein Bier oder anders? Was? Wie trinkst du denn Bier? Ich mache das so wie immer. Tschüss. Er ging zum Eingang, während Walter und Heinz ihm nachsahen. Er sagt nichts, flüsterte Heinz. Dann hob er entschlossen den Kopf. Moment bitte, warten Sie doch mal. Der Bauer blieb stehen und drehte sich langsam um. Was denn noch? Sind Sie in Schwierigkeiten? Also ich meine, ich will mich ja nicht einmischen, aber wir sind ja gestern Abend Zeugen von ihrem Streit mit Herrn Tacke geworden. Wenn Sie ein Problem mit ihm haben, dann würden wir gern wissen, warum. Wir gehören zu seiner Reisegruppe und konnten uns gestern keinen Reim auf das Geschehen machen. Der Bauer musterte ihn von oben bis unten. Das geht euch überhaupt nichts an, ihr Klugscheißer. Und jetzt habe ich zu tun, also dann. Er ließ den verdatterten Heinz stehen, der sich empört zu Walter umdrehte. Ich wollte ihm nur helfen. Hoffentlich holt ihn diese Geheimniskrämerei nicht ein. Was wolltest du denn jetzt von ihm wissen? Walter sah ihn ratlos an. Ich wollte wissen, was da gestern Abend los war. Er hatte doch Streit mit Tacke. Da ging es eindeutig um Geld. Und danach habe ich dieses Gespräch gehört, in dem Tacke zu Kock gesagt hat, dass er etwas erledigen soll. Das und auch kein Schussloch in der Stirn. Du hast zu viel Fantasie. Wenig später schoss Johanna die Tür zu ihrem eigenen Zimmer auf und blieb wie angewurzelt stehen. Fienchen, die mit ihr heraufgekommen war, lief gegen sie. Aua, was ist denn? Hier war jemand. Johanna ging langsam weiter und starrte aufs Bett. Jemand hatte den Inhalt ihres Rucksacks und ihrer Reisetasche dort entleert. Die Schranktür stand offen. Die Schublade des Nachttisches war aufgezogen. Das glaube ich nicht. Wo ist dein Schmuck und dein Geld? Alles am Körper. Fienchen sah sich erschrocken um. Ach herrje, hattest du Wertsachen in der Tasche? Johanna hatte schon ihr Portemonnaie in der Hand. Es ist alles da. Papiere, Geld, Karten. Was haben die gesucht? Im selben Moment sah sie, was fehlte. Das Aufnahmegerät. Fienchen ließ sich langsam aufs Bett sinken. Was fehlt denn? Das Aufnahmegerät. Es gehört Daniel. Johanna schüttelte die Tasche aus und sah sich hektisch um. Es bestand kein Zweifel. Das Ding war weg. Kannst du mir mal erklären, wozu du hier ein Aufnahmegerät brauchst? An einem Wochenende, das du mit mir verbringst? Johanna sah sie schuldbewusst an. Ach, Tante Fienchen, ich wollte es dir erst erzählen, wenn wir wieder zu Hause sind. Du erzählst es mir jetzt, Fienchen saß kerzengerade, auf der Stelle und mach keine Schlenker, ich will gleich in die Bar. Ich wollte hier zum Thema Verkaufsfahrten recherchieren und ich habe einen Teil von Tuckes Vorträgen aufgenommen. Fienchen warf ihr einen bösen Blick zu. Verkaufsfahrt Ich habe dich mitgenommen, damit du mal Abstand zu deiner Arbeit hast, damit du mal über Max und dich nachdenken kannst. Du machst da nämlich einen großen Fehler, mein Kind, aber am Telefon bist du nicht in der Lage, mir mal zehn Minuten zuzuhören. Es ist mir doch also ehrlich. Aber Fienchen, aber Fienchen, aber Fienchen, das nützt dir auch nichts. Ich sage dir jetzt mal was. Max ist sicher kein Heiliger, aber er hat bestimmt keine Affäre mit dieser schrecklichen Frau gehabt. Ich hätte gemerkt, wenn er mich angelogen hätte. Johanna blickte sie lange an. Ich wünschte das, aber darum geht es doch im Moment gar nicht. Ein lautes Sie schoben sich durch die geöffnete Tür und blieben überrascht mitten im Zimmer stehen. Heinz fing sich als erster. Das ist ja hier sehr kreativ. Johanna begann, die auf dem Bett liegenden Sachen wieder in ihre Tasche zu stopfen. Das ist keine Unordnung. Hier war jemand drin und hat mir mein Aufnahmegerät geklaut, nachdem er oder sie vorher alles durchwühlt hat. Was? Rufen nicht die Polizei. Unsere Wertsachen sind alle noch da. Ich will selbst rauskriegen, welcher Idiot das hier war. Johanna hatte ein Aufnahmegerät dabei, fügte Fienchen etwas schmalippig dazu. Das ist weg. Machen Sie eine Reportage fürs Radio? fragte Heinz neugierig. Über die Schlei? Für ihre Sendung? Du machst nichts über die Schlei, du hast die Vorträge von Herrn fest. Haben sie die ganze Zeit aufgenommen? Ja. Johanna sah ihn an. Walter legte die Stirn in Falten. Aber jetzt ist das Gerät weg? Ja. Alles umsonst? Nein. Die Speicherkarte im Gerät war gerade neu eingelegt. Die bespielte hatte ich gewechselt. Ein Lächeln setzte sich in Walters Gesicht fest. Das ist sehr schön, Johanna. Ich kann nämlich meine Notizen auf den Bierdeckeln kaum lesen. Das ist die eine so schlechte Pappe, die saugt den Kugelschreiber regelrecht weg. Du denkst wirklich immer nur an dich, Walter. Heinz war erschüttert. Hier stimmt doch was nicht. Ganz und gar nicht. Wir sollten doch die Polizei. So unterbrach Walter seinen Schwager. Ist jetzt was wertvolles geklaut worden oder nicht? Nein, antworteten Johanna und Fienchen im Angebot, wenn sie mitkriegen, dass ich Ahnung von Anlagen habe. Demnächst links abbiegen. Die blechernde Stimme des Navigators leitete Christine durch die schöne Landschaft. Sie nahm etwas Gas weg und hielt nach dem Hotel Ausschau. Jetzt links abbiegen. Danach haben sie ihr Ziel erreicht. Sie war froh, über ihren spontanen Entschluss gleich an die Schleiz zu fahren. Christine hatte das Hotel von unterwegs über die Auskunft gefunden, sofort angerufen und ein Zimmer bekommen. Sie hatte ganz vergessen zu fragen, ob Heinz und Walter abends überhaupt im Hotel waren. Es war doch die Rede von irgendwelchen Vorträgen gewesen. Aber es würde ihr auch reichen, die beiden am Morgen beim Frühstücken zu treffen. Dann hätte sie wenigstens noch einen ruhigen Abend und eine kleine Schonfrist, bevor sie die schlechte Nachricht übermitteln musste. Guten Tag, die ältere Dame an der Rezeption lächelt hier entgegen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, mein Name ist Christine Schmidt. Ich habe vorhin angerufen. Ach ja, wir haben telefoniert. Ich bin Hannah Helms. Sie drehte sich um, nahm den Schlüssel von einem Haken und schob ihn Christine zu. Zimmer 32 im ersten Stock. Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck? Nein, danke, ich habe nur eine kleine Tasche. Christine behielt den Schlüssel in der Hand und sah sich um. Mein Vater und mein Onkel sind hier Gäste. Sie gehören zur Reisegruppe Ostseeglück. Wissen Sie vielleicht, ob die noch Vorträge hören oder wo ich sie finden kann? Ostseeglück? Wir haben hier keine Reisegruppe, die so heißt. Das tut mir leid. Christine spielte mit dem Schlüssel. Das ist seltsam. Mein Onkel hat erzählt, dass Sie in einem schicken Hotel in Bullesby wohnen. Das ist doch hier das einzige Hotel im Ort, oder? Zumindest das schönste, Hannah Helms lächelte. Es gibt natürlich noch Pensionen und Ferienwohnungen und dann noch das Gasthaus zu den Drei Linden. Das ist ungefähr drei Kilometer von hier entfernt. Aber es ist ein bisschen naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine ganze Reisegruppe bucht. Die haben gar nicht so viele Zimmer. Christine überlegte einen Moment. Ist auch egal. Ich bringe meine Tasche hoch und mache einen kleinen Spaziergang zu dem Gasthaus. Ich werde die Männer schon finden. Sie griff nach ihrer Tasche und wollte sich gerade zur Treppe wenden, als ein junger Mann durch die Eingangstür kam. Jörg, du kommst genau richtig, rief Frau Helms. Zu Christine gebeugt ergänzte sie, Jörg ist unser Koch Azubi und seine Schwester hilft manchmal im Gasthof. Tag Steffin, der angehende Koch blieb stehen. Was gibt's? Hat Melanie dir vielleicht erzählt, ob die da drüben einen Reisebus haben? Ostseeglück heißt der Veranstalter? Ja. Jörg guckte freundlich. Was ja? Kann ich bitte ganze Sätze haben? Melanie hat gesagt, dass sie einen Reisebus haben. Irgendwas mit Glück. 40 Leute. Mella ist gestresst. Noch was? Nein, danke. Dann muss ihr Vater dort sein. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Das müssen lauter Doppelbelegungen sein. Die haben keine 30 Zimmer. Heinz und Husten. Die Stimmung würde im Keller sein. Und dann kam sie auch noch mit der Hiobs Botschaft von dem abgebrannten Auto. Nach einem kleinen Moment drehte sie sich zu Frau Helms. Kann ich hier noch etwas essen? Es reicht völlig, wenn ich später hingehe. Die rechnen sowieso nicht mit mir. Wir machen das. Eva Pieper klappte die Broschüre entschlossen zu und sah in die Runde. Mein Mann ist so begeistert von dieser Gegend hier und ist sich ganz sicher, dass der Tourismus an der Schlei in den nächsten Jahren richtig boomen wird. Sie saß mit Heinz, Fienchen, Annegret Töpper und Frau Hollenkötter an einem kleinen Tisch im Hinterhof. Es war warm geworden. Im Saal liefen noch Einzelgespräche, die sie gerade hinter sich hatten. Ja, aber 6000 Euro, wandte Heinz zögernd ein, das ist nicht gerade ein Schnäppchen. Sie können doch auch einen kleineren Anteil kaufen, sagte Eva Pieper. Das hat uns Herr Kruse genau erklärt. Es gibt schon Anteile für 1000 Euro. Da kann man dann eben nur eine Woche oder zehn Tage hier Urlaub machen. Und wo können sie heute schon für 1000 Euro hinfahren? Dafür bekommt man höchstens so eine Spelunke wie dieses Gasthaus hier. Da bleibe ich lieber zu Hause. Schön werden diese Wohnungen ja, räumte Heinz ein. Meiner Frau würde das bestimmt gefallen. Sie fährt auch so gerne Fahrrad und sie mag diese Stockrosen. Die sind auf dem Prospekt auch überall drauf. Sehen Sie, Eva Pieper nickte zustimmend, und es ist Erstbezug, alles neu, und es gibt schon mindestens 50 Interessenten. Fienchen beobachtete abwechselnd Heinz und Eva Pieper. Sie hatte das ungute Gefühl, dass Heinz hier langsam überredet wurde. Dabei hatte Walter ihr vorhin erzählt, dass sein Schwager überhaupt nie verreise. Aber Heinz studierte gerade noch einmal die Broschüre. Und gucken Sie mal hier, Eva Pieper tippte mit dem Finger auf eine Stelle im Text. Das ist auch eine ganz sichere Geldanlage, weil Sie haben mich rausgeschmissen. Walter stand plötzlich mit hochrotem Kopf am Tisch. Tucke hat mich am Arm gepackt. Ich glaube, es geht los. Wie bitte? Entgeister blickte Fienchen ihn an. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was hast du ihm denn gesagt? Heinz hatte die Broschüre immer noch aufgeklappt in den Händen. Was soll ich ihm schon sagen? Walter hielt seine Hand an die Brust. Ich soll mich nicht aufregen, aber das war ja wohl der Gipfel. Heinz, ich brauche einen Stuhl und ein Glas Wasser. Annegret Töpper war schon aufgesprungen. Setzen Sie sich, ich hole Wasser. Schwer atmen ließ Walter sich auf den Stuhl feilen und wischte mit der Hand über die Stirn. Die können ja überhaupt keine Kritik vertragen und rechnen können sie auch nicht. Ja und? Heinz sah ihn immer noch abwartend an. Weshalb habe sie dich rausgeschmissen? Plötzlich tauchte Johanna vor ihn auf. Sie hatte die letzte Frage gehört und antwortete, weil Herr Müller die Herren anbrüllen musste, um ihnen die steuerlichen Rechenfehler zu erklären. Er hat geschrien, dass diese Renditeeinschätzung ja wohl der größte Schwachsinn ist, seit er liebe Saals gestanden und sich gerade mit Lisa Wagner gestritten, die frech behauptete, dass alle Informationsgespräche für heute Abend vergeben seien. Vielleicht ergibt sich ja morgen früh eine Gelegenheit, sich bei Herrn Kruse über die Modalitäten zu informieren. Heute sind die dran, die sich sofort interessiert haben. Johanna hatte nach Luft geschnappt und auf ein Gespräch bestanden. Lisa Wagner hatte abgewährt und gemurmelt, dass die kostbare Zeit keineswegs für Leute gedacht sei, die den Ernst der Lage gar nicht erfassen würden. An dieser Stelle hatte Walter angefangen zu brüllen und Johanna hatte die zickige Lisa Wagner einfach stehen gelassen. Du hast sie angeschrien? Heinz war erschrocken. Warum? Weil sie mich nicht verstanden haben. Ich habe es ihnen dreimal vorgerechnet, aber sie haben wohl gedacht, ich bin blöde. Und dann habe ich es noch mal etwas lauter vorgerechnet. Also richtig gebrüllt habe ich nicht. Ihr solltet mich mal brüllen hören. Annegret Töpper kam mit dem Glas in der Hand wieder zurück. Frau Pieper, ihr Mann sucht sie. Es klang dringend. Ja, ja, ich komme, antwortete Eva Pieper, bevor sie sich weiter zuwandte. Wie kommen Sie denn? Ihr Mann hat gesagt, es sei dringend. Annegret Töpper ließ sich locker. Sehr dringend. Eva Pieper hob irritiert den Kopf, schluckte den Rest ihres Satzes runter und stand auf. Dann gehe ich mal zu ihm. Bis gleich. Nach einem kurzen Moment der Schweigens, in dem alle Eva Pieper nachsahen, holte Annegret Töpper Luft und sagte leise, sie gehört zum Veranstalter und sie soll uns belauschen. Wie bitte? Verblüffte riss Fienchen die Augen auf. Frau Töpper, wie kommen Sie denn da drauf? Das ist doch Unsinn. Nein, antwortete Heinz langsam und blickte Annegret Töpper anerkennend an. Das stimmt. Das haben Johanna und ich vorhin auch herausgefunden. Und das war nicht einfach. Sein Schwager starrte ihn verständnislos an. Was redest du denn? Warum soll sie uns belauschen? Meinst du, sie gehört auch zur Mafia? Walter fing Heinz an und rutschte ein bisschen näher zu seinem Schwager. Ich glaube, wir sind einer ganz großen Geschichte auf der Spur. Hat es geschmeckt? Die Bedienung griff nach Christines leerem Teller und sah sie freundlich an. Danke ja. Darf es noch etwas sein? Die junge Frau war abwartend stehen geblieben. Kaffee? Espresso? Nach einem Blick auf die Uhr schüttelte Christine bedauernd den Kopf. Nein, danke, nichts mehr. Ich habe noch etwas vor. Sie zog ihre Handtasche von der Stuhllehne und kramte nach ihrem Portemonnaie. Ich zahle gleich. Und können Sie mir dann erklären, wie ich zu dem Gasthof zu den drei Linden komme? Erstaunt hielt die Bedienung inne. Was gibt es denn heute da? Sie sind jetzt schon die Zweite, die mich nach dem Weg fragt. Ein anderer Gast, der heute angekommen ist, Herr Schulze, will da auch jemanden besuchen. Dann gehen Sie doch zusammen. Ihrem Gesichtsausdruck nach hatte sie den Vorschlag nicht ernst gemeint. Sie zeichnete den Weg auch sofort auf ihren Bestellblock. Während Christine sich bemühte, die etwas komplizierte Wegbeschreibung zu verstehen, erschien plötzlich der gutaussehende Mann, den sie schon bei ihrer Ankunft in der Bar gesehen hatte in der Tür. Entschuldigen Sie, er nickte Christine kurz zu. Ich wollte nur fragen, ob ich den Schlüssel mitnehmen muss. Oh, bitte ja, antwortete die Bedienung schnell. Wir schließen nachher die Haustür ab, dann kommen Sie nicht mehr rein. Gehen Sie jetzt los, Herr Schulze? Er nickte. Ja, dann noch einen schönen Abend. Moment. Manchmal redete Christine doch schneller, als sie denken konnte. Warten Sie einen Moment. Irritiert hielt Herr Schulze inne und sah Christine fragend an. Ich habe gehört, dass Sie auch zu dem Gasthof wollen. Nehmen Sie mich mit? Mark Schulze betrachtete Christine lange und fragte sich, was um alles in der Welt mit ihm los war, dass schon wieder eine Frau ihn bat, sie irgendwo hin zu begleiten, nur weil sie sich nicht auskannte. Aber er war zu höflich, um Nein zu sagen. Christine hatte inzwischen bezahlt und stand neben ihm. Als sie seinen Gesichtsausdruck sah, lachte sie leise. Ich will mich nicht aufdrängen. Es war nur eine spontane Idee. Ich muss in diesem Landgasthof, um meinem Vater und meinem Onkel schonend etwas beizubringen und die beiden anschließend zu retten. Mein Name ist übrigens Christine Schmidt. Sie ging langsam zur Tür. Max Schulze ließ ihr am Ausgang den Vortritt. Als sie langsam über den Parkplatz des Hotels liefen, schauten sie in den Himmel, der sich über der Schlei langsam rot färbte. Das Taxi, das vorfuhr, bemerkten sie zwar, nicht aber die schmale, blasse Person, die ihm entschlieg und mit entsetztem Gesicht hinter ihnen her sah. Heinz, Walter Fienchen und Johanna saßen allein in der Bar. In derselben Ecke wie gestern, aber dieses Mal in eine Art konspiratives Gespräch vertieft. Fienchen lauschte ungläubig den Ausführungen von Heinz, Walter schüttelte ab und zu den Kopf und Johanna beobachtete Carsten Koch, der allein an einem Tisch saß und nervös einen Bierdeckel in winzige Fetzen zerlegte. Als er den Kopf hob und zum wiederholten Mal zu ihnen sah, stand Johanna kurz entschlossen auf, bestellte ein Bier und ging damit zu ihm. »Na, Herr Koch«, sagte sie betont munter und stellte das Glas vor ihm ab. »Schöne Grüße vom Tisch in der Ecke. Sie können sich auch gern zu uns setzen.« Sie drehte sich um und fing den Blick von Heinz auf, der zustimmend nickte. »Schönen Dank«, Carsten Koch warf einen kurzen Blick zum Eingang und zog das Glas näher. »Das wird nicht gern gesehen.« »Was?« »Personal und Gäste. Prost.« »Warum nicht?« Johanna lehnte sich an den Tisch. »Es ist doch keiner von der Reiseleitung hier.« Koch sah wieder zur Tür, dann auf Johanna. Er zögerte einen Moment, dann sagte er, »Sie sollten nicht so viel fragen. Tacke kann giftig werden.« »Kann er gerne. Damit werde ich fertig. Noch ein Pilz?« »Ja«, schnell trank er das Glas leer. »Falls Sie was verloren haben, dann gucken Sie doch mal in die Mülltonne am Hintereingang. Da.« »Herr Koch«, Lisa Wagners Stimme war schon im Gang zu hören. Schneller als Johanna es ihm zugetraut hätte, war Koch auf den Beinen. Bevor sie etwas sagen konnte, war er hinter der Tür verschwunden. »Und?« Heinz beugte sich vor, als Johanna an den Tresen zurückkam. »Wollte er sich nicht zu uns setzen?« »Darf er nicht«, antwortete Johanna knapp. »Aber er hat mir gesagt, dass ich in die Mülltonne am Hintereingang gucken soll. Die werden doch nicht so blöd sein, das Aufnahmegerät einfach wegzuwerfen. Dann sehen wir doch gleich mal nach.« Fienchen wollte aufstehen, aber Heinz legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. »Um Himmels Willen! Das kann eine Falle sein! Er lauert im Hinterhalt und sobald wir den Mülltonnendeckel öffnen, dann BANG! So«, mischte sich Walter ungehalten ein. »Jetzt ist aber gut. Ich entschuldige mich in aller Form für die kruden Fantasien meines Schwagers. Heinz, du bist doch nicht bei Trost.« Walter legte seine Bierdeckel auf den Tisch. Wir haben hier verschiedene Punkte missbilligt. Ihr erlaubt, dass ich mal zusammenfasse. Punkt 1. Organisation und Durchführung. A. Die versprochene Exklusivität konnte nicht festgestellt werden. Weder in der Zusammensetzung der Reisegruppe, Klammer auf, Kleidung, Bildung, Manieren, Klammer zu, noch im Angebot von Speisen und Getränken kann hier die Rede von einer exklusiven Reise sein. Beurteilung, mangelhaft. B. Die Unterbringung ist ebenso wenig exklusiv. Allerdings haben wir gut geschlafen und das Badezimmer war sauber. Beurteilung ausreichend. Punkt 2. Zielsetzung. A. Statt interessanter Vorträge haben wir hier Werbung für Tourismus bekommen. Das mag für manche der Teilnehmer interessant sein, für uns Sylter natürlich völlig unerheblich. Benotung ungenügend. Punkt 3. Merkwürdigkeiten. A. Um es einmal ganz deutlich zu sagen. Die Verschwörungstheorien meines Schwagers teile ich nicht. Dieser Reiseleiter, Tucke, Tacke, wie auch immer, ist eine Null und schlecht erzogen. Unser Busfahrer ist eher lustlos und trinkt lieber Pilz, als dass er Bus fährt. Diese Blondine ist unwichtig und der Herr Krause? Kruse, warf Heinz ein. Der Herr Kruse hat weder Ahnung von Tourismus noch von Renditen. Walter warf seinen Bierdeckel auf den Tisch und faltete die Hände. Deshalb finde ich zwar auch, dass die Zielsetzung dieser Reise verfehlt wurde, aber dafür war sie günstig, wenn auch nicht im Detail. Aber ich sehe hier, weiß Gott, keine kriminellen Energien. Und was ist mit dem Bauern? Heinz wirkte nicht überzeugt. Der Streit gestern Abend? Und nicht zu vergessen das durchwühlte Zimmer und das gestohlene Aufnahmegerät? Walter hob sein Bierglas. Der Bauer war betrunken. Und das Aufnahmegerät scheint ja in der Mülltonne zu liegen. Kinder, die wollen hier was verkaufen. Die Zeiten sind schlecht. Da möchte man sich doch nicht dauernd ins Geschäft pfuschen lassen. Wir holen das Gerät gleich aus der Tonne, sagen denen, die sollen das in Zukunft lassen und gucken uns morgen noch ein bisschen die hübsche Gegend hier an. Und Sonntag sitzen wir sowieso wieder im Auto und werden diese Firma nicht weiterempfehlen. Fertig, aus. Das anschließende Schweigen wurde nach wenigen Sekunden von Fienchen unterbrochen. Ich neige dazu, Ihnen zuzustimmen, Walter, auch wenn ich einige Dinge hier seltsam finde. Also, dass Frau Pieper uns belauschen sollte? Ach, bitte. Und selbst wenn. Wir haben noch keine Geheimnisse. Ich möchte jetzt noch ein schönes Pilz und dann gern ein anderes Thema. Ich kann Ihnen übrigens auch ein paar gute Finanztipps geben. Wenn Sie wollen. Och, nö. Fienchen winkte stattdessen dem Baumann zu. Mein Interesse an Finanztipps ist erstmal gedeckt. Die Idee mit dem Pilz ist gut. Walter schug seinem Schwager versöhnlich auf die Schulter. Komm, Heinz. Die Welt ist nicht so schlecht, wie du immer denkst. Diese Runde geht auf mich. Heinz überlegte, wann Walter zum letzten Mal für mehr als drei Leute bezahlt hatte. Es fiel ihm nicht ein. In der Bar schob Johanna ihr halbvolles Bierglas zur Seite und stand auf. Ich gehe nochmal eine Runde. Ihr sitzt ja bestimmt noch länger hier. Fienchen schreckte alarmiert auf. Wieso das denn? Und wie lange? Du kommst doch aber wieder, oder? Mal sehen, antwortete Johanna etwas irritiert. Warum? Weil, Fienchen zögerte kurz, weil ich nachher noch etwas mit dir besprechen will. Also spätestens in einer Stunde, oder? Na klar. Johanna drehte sich zur Tür, wurde aber von Walter aufgehalten. Und was ist mit dem Bier? Danke, kann weg. Die drei sahen ihr nach, bis sie im Gang verschwunden war. Dann griff Walter nach ihrem Glas und kippte den Inhalt in seines. Heinz schüttelte resigniert den Kopf. Dann wandte er sich an Fienchen. Aber Sie haben nicht vor, eine eventuelle Geldanlage mit Ihrer Nichte zu besprechen, oder? Nein, nein, Fienchen sah auf ihre Uhr. Ich habe diese Reise aus ganz anderen Gründen gemacht. Aber bislang war ich total erfolglos. So, aufmerksam beugte Walter sich zu ihr. Erzählen Sie es uns ruhig. Vielleicht können wir behilflich sein. Fienchen blickte die beiden nachdenklich an. Es ist aber mehr privat. Es geht um meine Nichte und um Liebeskummer. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Jetzt rutschte Heinz näher zu ihr. Ich habe eine Schwester und zwei Töchter. Wenn sich hier irgendjemand mit solchen Dingen auskennt, dann bin ich das. Also, Josefine, die Geschichte ist bei mir in besten Händen. Mir fällt da bestimmt eine Lösung ein. Überzeugt holte Fienchen Luft und begann ganz von vorn zu erzählen. Johanna hat Max im Sender kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Beide schön, beide klug, beide nicht mehr zu jung. Ein Traumpaar. Fünf Minuten später kam sie auf den Punkt. Und jetzt habe ich vor meiner Abreise ein paar Mal mit Max telefoniert und ich glaube ihm, er hat nichts mit dieser Frau gehabt. Aber Johanna ist zu stur, um über ihren Schatten zu springen. Deshalb habe ich Max hierher beordert. Er müsste in der nächsten Stunde kommen. Ich hoffe nur, Johanna taucht auch rechtzeitig wieder auf. Sonst weiß ich auch nicht. Walter hatte während der ausführlichen Berichterstattung ein paar Mal gegähnt. Und Sie sind sicher, dass Ihre Nichte das überhaupt will? Natürlich. Max ist wunderbar. Und die beiden haben sich so gut verstanden. Sie arbeiten vielleicht ein bisschen zu viel und sehen sich zu wenig. Aber das ist bei den jungen Leuten nun mal so. Das können Sie jetzt nach dieser Krise auch mal ändern. Wissen Sie auch. Aber Walters Interesse an Liebesgeschichten hielt sich in Grenzen. Heinz unterbrach ihn rechtzeitig. Hören Sie nicht auf meinen Schwager. Er ist in solchen Dingen ein Klotz. Er weiß noch nicht mal, wie der derzeitige Freund seiner Tochter Pia heißt. Das interessiert ihn einfach nicht. Pia hat gar keinen Freund. Doch, Walter. Heinz antwortete mit Nachdruck und nickte zur Bestätigung in Fienchens Richtung. Er heißt Thorsten Keller und ist ein Kollege von ihr. Ganz nett. Wer erzählt denn sowas? Walter fuhr hoch und starrte Heinz an. Das hast du dir doch ausgedacht. Das hat Pia vor drei Wochen erzählt, als wir alle zusammen bei euch in der Küche saßen. Sie hatte sogar ein Foto dabei. Du hast die ganze Zeit über dieses Sudoku gemacht und immer nur Ach ja, Schönkind gesagt. Ich höre aber richtig zu. Aber nur, wenn du dein Hörgerät angestellt hast. Das machst du ja auch. Wie auch immer, versuchte Fienchen den aufkommenden Streit zu verhindern. Aber Johanna weicht jedem Gespräch aus. Und ich hatte gehofft, dass wir hier Gelegenheit dazu haben würden. Hätte ich sie einfach so drei Tage eingeladen, dann hätte sie sofort abgelehnt. Ich kenne das Kind doch. Aber sie meinte wohl, dass ich langsam senil werde und deswegen an seltsamen Reisen teilnehme. Sie dachte, sie müsste mir helfen. Dabei ist es genau umgekehrt. Tja, tja, sinnierte Heinz. Das ist überall dasselbe. Kaum werden sie älter, glauben sie, dass sie alles besser wüssten als wir. Meine Tochter hat es mir auch nicht leicht gemacht. Wir waren vor ein paar Jahren mal zusammen auf Norderney, da hat sie sich sofort unsterblich verliebt. Johann, weißt du noch, Walter? Meine Güte, das war auch so ein ewiges Hin und Her. Ich war nicht so sehr dafür. Als Vater hat man ja doch eine Antenne. Und das hielt auch nur ein Jahr. Aber jetzt hat sie einen netten Freund, David. Der hat wenigstens einen guten Job. Da muss man ja auch hingucken. Man will die Kinder doch irgendwann mal von der Tasche haben. Was ist denn, Walter? Sein Schwager hustete angestrengt. Christine ist Ende 40, antwortete er. Sie ist Journalistin und liegt dir seit fast 30 Jahren nicht mehr auf der Tasche. Du tust immer so, als wäre sie gerade erst ausgezogen. Es kommt mir auch so vor, sagte Heinz langsam und mit verträumten Augen. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie mit ihrem kleinen roten Fahrrad... Heinz! Walter war wirklich ein Klotz. Wenn du jetzt von ihrem ersten Schultag anfängst, gehe ich ins Bett. Schon gut. Heinz trank einen Schluck Bier und wischte sich den Mund ab. Also, der Max kommt gleich hierher als Überraschung, damit die beiden sich vertragen. So ist der Plan, oder? Er wartete auf Fienchens Nicken und fuhr fort. Und jetzt befürchten sie, dass Johanna das gar nicht so gut findet und alles hinterher viel schlimmer ist. Stimmt's? Ich glaube, das müssen wir sehr behutsam angehen. Ich gucke mir als erstes diesen Max in Ruhe an. Und dann rede ich mal mit Johanna. Nicht wahr, Walter? Das wäre doch gelacht, wenn wir das junge Glück nicht wieder zusammenkriegen würden. Das Knurren seines Schwagers nahm mal als Zustimmung. Johanna schlenderte langsam und unauffällig an den Mülltonnen im Hinterhof vorbei. Erst nachdem sie sich zweimal umgesehen hatte, öffnete sie den ersten Deckel. Kartoffelschalen, Kaffeefilter, Blumenkohlblätter, über allem lag ein fauliger Geruch. Johanna schloss den Deckel behutsam, um keinen Lärm zu machen. In der nächsten Tonne türmten sich leere Konservendosen, in der dritten alte Zeitungen und Papier. Suchen Sie etwas? Mit lautem Krachen ließ Johanna den Deckel fallen und fuhr herum. Schon wieder Patrick Dengler mit seinem Anschleichschritt. Oder warum gucken Sie in alle Mülltonnen? Herr Dengler, können Sie mir bitte sagen, was genau Sie von mir wollen? Ich kann dieses ewige Anschleichen wirklich nicht mehr ertragen. Es nervt. Er ging einen Schritt auf sie zu und hob wie zur Beruhigung die Hand. Ich schleiche mich nicht an. Ich gehe so leise. Und ich will gar nichts. Nur fragen, ob ich Ihnen helfen kann. Wobei denn? Bei Mülltonnen öffnen? Ich weiß nicht, warum Sie jetzt so giftig werden. Ich wollte nur wissen, was Sie hier machen. Das, Herr Dengler, geht Sie mit Verlaub überhaupt nichts an. Ich weiß nicht, wieso Sie hinter mir herschnüffeln, aber kümmern Sie sich doch besser mal um Ihre Frau Mutter. Die lässt sich sonst nämlich für viel Geld irgendwelche Wohnungsanteile andrehen. Schönen Abend noch. Sie ließ ihn stehen und marschierte wütend in Richtung Schleiufer. Direkt am Ufer lag ein großer Stein, auf den Johanna sich setzte. Dann steuderte sie aufatmend ihre Schuhe von den Füßen. Das Wasser war eiskalt, beruhigte aber in Sekundenschnelle sowohl ihre Füße als auch ihr Gemüt. Sie verstand gar nicht, warum ein Idiot wie Dengler sie so in Wallung bringen konnte. Und nicht nur der, sondern auch diese zickige Lisa Wagner, die es doch tatsächlich geschafft hatte, ihr das Einzelgespräch zu vermasseln. Das war doch nie im Leben deren Entscheidung gewesen. Vermutlich war es diese alberne Tacke, der von Anfang an misstrauisch gewesen war. Bislang war ihr Vorhaben eine grandiose Pleite. Alles, was sie mitbekommen hatte, war völlig uninteressant. Es waren grässliche Menschen, ein grottenschlechtes Hotel, alberne Vorträge und vertane Zeit. Und vielleicht hatte Walter mit seiner Zusammenfassung auch recht. Es gab keine großen Erkenntnisse, lediglich die Fakten, die sie vorher schon kannte. Senioren, die zu viel Zeit haben, setzten sich in einen Bus, um ihr Geld in unnötige Dinge zu stecken. Wohnungsanteile oder Bettdecken. Letztlich war es doch völlig egal. Tacke lebte von seiner Provision, deshalb wollte er keine Unruhestifter, die Kaufwillige am Geld ausgeben hinderten. Das war zwar nicht schön, aber nachvollziehbar. Johanna seufzte und fragte sich, wie sie Spannung in die Reportage kriegen sollte. Eigentlich war alles kalter Kaffee. Ein Gedanke schoss ihr plötzlich durch den Kopf. Daniel, er hatte sie vorhin nicht erreichen können. Johanna hoffte, dass er sich nicht aus lauter Besorgnis auf den Weg gemacht hatte. Zuzutrauen wäre es ihm. Sie zog das Handy aus der Tasche und prüfte den Empfang. Sie hatte ein Netz. Schnell wählte sie seine Nummer, doch statt seiner Stimme teilte ihr die metallische Dame mit, dass der Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar sei. Johanna griff nach einem kleinen, flachen Stein und ließ ihn übers Wasser tanzen. Zweimal sprang er. Dann ging er unter. Das Hotel zu den drei Linden sah alles andere als exklusiv aus. Christine ging durch den Eingang voran und stand plötzlich in einem dunklen Flur, in dem es nach Blumenkohl und altem Fett roch. Sie sah Max über ihre Schulter an und rümpfte die Nase. Das ist ja furchtbar. Sie folgten einem Schild, das zur Rezeption zeigte. Hinter dem Tresen saß allerdings niemand. Während Christine versuchte, sich zu orientieren, wurde eine Glastür neben dem Tresen aufgestoßen. Max! Die kleine, rothraige Dame im nachtblauen Seidenkleid ging Max Schulze gerade einmal bis zur Brust. Deshalb konnte man auch nicht davon sprechen, dass sie ihm um den Hals fiel. Na endlich! Hast du Johanna schon getroffen? Sie ist... Sie stockte in dem Moment, als sie sah, dass Max nicht allein gekommen war. Guten Tag? Sie sind... Plötzlich stand Heinz hinter der blauen Seide und starrte Christine perplex an. Wie kommst du denn hierher? Ich... Christine wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich bin zufällig hier, also um ein paar Tage auszuspannen. Und Mama hat mir gestern erzählt, dass ihr hier im Hotel seid. Meine Tochter, wandte Heinz sich zunächst an Fienchen. Die Älteste. Die mit dem Liebeskummer. Er sah sie ratlos an. Du hättest auch anrufen können. So bin ich ja gar nicht auf einen Besuch vorbereitet. Und es ist auch schon spät. Du, wenn ich dich störe, begann sie, wurde aber von Onkel Walter entdeckt, der auch plötzlich an der Tür stand. Christine, Kind, was machst du denn hier? Ist was passiert? Ähm, nicht wirklich. Ich... Sie ist sowieso in der Gegend. Charlotte hat ihr gesagt, wo wir sind. Sie wollte nur mal gucken. Christine, dann komm doch morgen früh zum Frühstück. Das ist zwar nicht doll hier, aber am Preis drin. Und anschließend zeige ich dir mal was. Fienchen und Max waren der Unterhaltung verblüfft gefolgt, hatten aber kein Wort gesagt. Schließlich fand Fienchen dann doch noch Worte. Aber sie können doch noch ein Glas mit uns trinken. In der Bar. Nein, nein, lehnte Heinz freundlich ab und nahm galant Christines Arm. Das machen wir morgen. Wir haben doch den ganzen Tag Zeit. Ich komme noch ein Stück mit, Christine. Ich wollte mir ohnehin die Beine vertreten. Er schob seine Tochter zum Ausgang. Als sie draußen standen, ließ Heinz ihren Arm los. Mit gedämpfter Stimme sagte er, Christine, es ist ja nicht so, dass ich mich nicht freue, dich zu sehen. Aber es gibt im Moment hier so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss, dass ich gar keine Zeit für dich habe. Hier passieren lauter komische Sachen. Onkel Walter sieht es zwar nicht so, aber du weißt ja, wie unsensibel er ist. Und dann ist auch noch diese nette Johanna Jäger, die Radiomoderatorin hier. Stell dir vor, die hat einen solchen Liebeskummer, dass mich ihre Tante um Hilfe gebeten hat. Jetzt warte ich auf ihren Mann, also auf Johanna Jägers Mann, um mir den mal anzusehen. Er muss nämlich jeden Moment kommen. Christine kannte diese Stimme ihres Vaters und sie kannte auch den Blick, mit dem er sie jetzt ansah. Ihr Vater versuchte schon wieder, auf seine eigene Weise Dinge ins Lot zu bringen. Papa, du steigerst dich aber nicht wieder in irgendwas rein, oder? Er musterte sie verständnislos. Was meinst du mit reinsteigern? Ich kümmere mich ganz einfach um meine Mitmenschen. Wenn man mich um Hilfe bittet, dann bin ich da. Aber es geht dich eigentlich nichts an. Angehen. Wenn das alle denken würden, dann wäre die Welt und die Menschlichkeit am Ende. Man muss mit offenen Augen durchs Leben gehen. Sag mal, wo wohnst du hier überhaupt? Im Schlosshotel Burgsee. Das ist übrigens eindeutig schöner als eure Kerschämme hier. Die sind aber ausgebucht. Übrigens, mit wem bist du denn da gerade gekommen? Christine schulterte ihre Handtasche und setzte sich langsam in Bewegung. Apropos offene Augen. Das war Max Schulze, der Mann von Johanna Jäger und dein Zielobjekt. Und das Hotel ist nicht ausgebucht. Die haben jede Menge Zimmer frei. Alles weitere besprechen wir lieber morgen. Vielleicht bist du da nicht mehr so im Stress. Gute Nacht. Christine? Sie drehte sich um und sah ihren Vater an, der mit hängenden Armen und zerknirschtem Gesichtsausdruck hinter ihr her sah. Ja? Das ist nett von dir, dass du uns besuchen kommst. Morgen freue ich mich auch darüber. Nur heute Abend passt es nicht so gut. Nicht, dass du es falsch verstehst. Das ist schon okay. Christine verbiss sich ein Lächeln. Bis morgen. Um halb neun ist Frühstück. Pünktlich. Und schließt die Zimmertür hinter dir ab. Johanna schlenderte langsam wieder zurück. Kurz vor der Abzweigung zum Parkplatz stand eine Bank, auf der jemand saß. Sie musste die Augen zusammenkneifen, um in der Dämmerung etwas sehen zu können. Erst beim Näherkommen erkannte sie eine der beiden Schwestern aus Papenburg. Sie wirkte mitgenommen. Zögernd blieb Johanna vor ihr stehen. Hallo? Ist alles in Ordnung? Ich? Erschrocken guckte Lucia Meyer hoch, bevor sie ein Stück zur Seite rückte. Ich bin nur... Möchten Sie sich setzen? Es klang mehr nach einer Bitte als nach einer Frage. Johanna suchte nach dem Namen der Schwester. Als er ihr plötzlich wieder einfiel, nahm sie Platz. Na, Frau Meyer, ist es Ihnen hier nicht zu kalt? Doch. Aber ich habe mich mit meiner Schwester gestritten und bin einfach losgegangen. Meine Jacke hängt noch über dem Stuhl. Dann gehen Sie doch einfach wieder rein, schlug Johanna vor. Bevor ich mir einen Schnupfen hole, würde ich mich lieber wieder mit meiner Schwester vertragen. Lucia Meyer schüttelte den Kopf. Das sagt sich so leicht. Wissen Sie, Hermia und ich leben in Papenburg in einem Haus. Es ist unser Elternhaus und es ist schön, direkt am Kanal, mit viel Garten und viel Platz. Aber es geht immer mehr kaputt. Wir bräuchten ein neues Dach und oben neue Fenster. Wir haben Geld gespart und angelegt. Nächsten Monat können wir darüber verfügen. Und jetzt macht Hermia sowas. Das können wir uns doch gar nicht leisten. Hellhörig geworden, rückte Johanna näher. Was genau können sie sich nicht leisten? Diese Wohnungsanteile. Lucia Meyer schüttelte zornig den Kopf. Als ob wir jedes Jahr Urlaub an der Schlei machen könnten. Das ist doch lachhaft. Hermia hat einen Vorvertrag unterschrieben. Gerade eben, da drinnen bei Herrn Tacke und Herrn Kruse. 4.000 Euro kostet das. Für drei Wochen in jedem Jahr. Ungläubig schüttelte Johanna den Kopf. 4.000 Euro? Und wann müssen sie die bezahlen? 1.000 hat Hermia sofort bezahlt. Musste sie. Der Rest soll der nächsten Monat überwiesen werden, wenn unser Sparvertrag fällig ist. Johanna war fassungslos. Und das alles lief ohne Notar, ohne Gutachten, nur mit einem Flyer und jeder Menge Vorträge. Wer hat denn noch alles gekauft? Einige. Herr und Frau Pieper waren die Ersten. Und die eine der beiden Hamburgerinnen. Die hat sogar einen größeren Anteil gekauft. Und das stille Ehepaar aus Bremerhaven. Meine Güte. Johanna war perplex. Sie hatte die ganze Aktion gar nicht ernst genommen. Ich war noch nicht mal beim Beratungsgespräch. Ich habe es auch nicht bis zum Schluss mitgemacht. Hermia hat alles beschlossen und mich überhaupt nicht gefragt. Da bin ich gegangen. Und Ihre Schwester will jetzt hier jedes Jahr Urlaub machen? An der Schlei? Im Leben nicht, entgegnete Frau Mayer. Das können wir auch gar nicht. Wir haben einen großen Garten und gar keine Zeit. Aber Hermia sagt, man könne diese Anteile wunderbar wieder verkaufen. Das hat Ihr Herr Kruse erklärt. Mit bedeutend mehr Gewinn, als man bekommt, wenn man das Ersparte einfach auf dem Sparwuch bunkert. Glauben Sie das? Johanna hob die Schultern und suchte nach einer Antwort. Frau Mayer stand auf. Wie auch immer. Jetzt hat Hermia das unterschrieben und ich kann nichts mehr dagegen tun. Nur hoffen, dass wir bis zum nächsten Winter trotzdem neue Fenster bekommen. Einen schönen Abend noch. Sie beeilte sich, in den Gasthof zu kommen, während Johanna nachdenklich vor sich hinsah. Max setzte sein Glas ab und fragte sich, warum er Fienchen nachgegeben hatte. Von Johanna war weit und breit nicht zu sehen. Stattdessen saß er mit drei überengagierten Senioren in einer Bar, die diese Bezeichnung nicht verdient hatte. Heinz, können Sie denn nicht mal gucken, wo Johanna steckt? Fienchen legte ihre Hand auf seine. Sie wollte in einer Stunde wieder hier sein. Die ist doch schon lange vorbei. Ich mache mich gleich auf die Suche. Heinz musterte Max wie ein Forscher eine Stubenfliege. Und Sie sind auch beim Funk? Ja, beim Radio. Aha, meine Tochter ist Journalistin, beim Nordkurier. Ich weiß, sie hat es mir erzählt. Max fixierte die Tür, aber Johanna erschien einfach nicht. Heinz folgte seinem Blick. Warten Sie auf jemanden? Ja, natürlich. Max sah ihn irritiert an. Das können Sie sich doch denken. Fienchen schließt Heinz zaghaft an. Jetzt sehen Sie doch bitte mal nach meiner Nichte. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich gehe. Max trank sein Bier aus und wollte aufstehen. Irgendwo muss sie ja sein. Zwei Hände legten sich rechts und links auf seine Schultern. Fienchen und Heinz hielten ihn auf dem Sitz. Lass mal, Max, sagte Fienchen. Sie weiß ja nicht, dass du kommst. Ich halte es für besser, wenn Heinz sie sucht. Leiste mir doch noch ein bisschen Gesellschaft. Trinkst du noch etwas? Max schwieg. Heinz stand langsam auf und zog den Reißverschluss seiner Jacke zu. Bevor er ging, beugte er sich zu Max. Sie haben sehr freundliche Augen, sagte er. Aber sie sind ein bisschen zu still. Frauen mögen Männer, die reden. Sie müssen darauf achten. Er nickte ihm aufmunternd zu und verließ die Bahn. Walter hatte die ganze Zeit stumm daneben gesessen. Sobald die Tür hinter seinem Schwager zugeklappt war, räusperte er sich und sagte, Wollen Sie sich auch diese Wohnungen ansehen? Johanna hatte ihre Hände in den Taschen vergraben und ging langsam zum Gasthof zurück. 4.000 Euro. Das war eine Menge Geld für die Schwestern. Johanna nahm sich vor, morgen früh auf jeden Fall mit Fähnchen in einem Beratungsgespräch teilzunehmen. Da musste ihre Tante durch. Aber Johanna brauchte jetzt erst einmal mehr Informationen. Dabei fiel ihr wieder das Aufnahmegerät in der Mülltonne ein. Vielleicht war jetzt eine gute Gelegenheit, sie zu durchsuchen. Dengler konnte ja nicht dauernd auf dem Hof stehen. Kurz bevor sie die Einfahrt erreicht hatte, hörte sie ein Husten. Es kam von den Mülltonnen, vermutlich war es jemand vom Personal, der noch mehr Müll auf das verschüttete Aufnahmegerät warf. Johanna seufzte leise und blieb hinter der Mauer stehen. Sie schrieb Daniels Gerät schon fast ab und hoffte nur, dass es sich nicht um das teuerste Modell gehandelt hatte, das sie nun ersetzen müsste. Vorsichtig lugte sie um die Ecke, um zu sehen, ob sie freie Bahn für die Mülldurchsuchung hätte und ging entsetzt zurück. Es konnte nicht sein. Sie sah Gespenster. Nach einer Schrecksekunde beugte sie sich wieder nach vorn. Das Gespenst blieb. Sofort stieg eine Welle aus Wut in ihr hoch. Johanna schloss kurz die Augen, zählte bis fünf, holte tief Luft und bog mit schnellen Schritten in die Einfahrt. Die Person, die auf der Mülltonne stand und versuchte, durch das Fenster zu sehen, fuhr zusammen und drehte sich ertappt um. Johanna fixierte sie mit zusammengekniffenen Augen und ging ohne ein Wort zu sagen an ihr vorbei. Erst als sie an der Tür war, sagte sie honigsüß über ihre Schulter, Ich sage drinnen Bescheid, dass hier jemand im Müll wühlt. Passen Sie auf, dass Sie nicht darunter begraben werden, falls der Deckel bricht. Mareike Wolf starrte ihr Sturm hinterher. Johanna saß auf dem zugeklappten Toilettendeckel und betrachtete ihre Fingernägel. Was zum Teufel hatte diese Möchtegern-Autorin Mareike Wolf hier zu suchen? Ihr erster Gedanke war, dass die Wolfhinde ihr her spionierte. Vielleicht hatte Max ihr gesagt, dass sie hier recherchierte und Mareike Wolf wollte mit ihr reden. Aber wozu? Und warum turnte sie dann vorher auf einer Mülltonne herum? Entschlossen stand Johanna auf. Sie hatte keine Lust, sich auf dem Klo sitzen, Gedanken über eine durchgeknallte Frau zu machen, bei deren Anblick ihr schon übel wurde. Sie würde jetzt zu Fienchen und ihren neuen Freunden gehen, ein letztes Bier trinken und dann den Abend beenden. Vorher wollte sie noch einen letzten Versuch bei den Mülltonnen machen, damit sie morgen ihre Recherchen endlich mal ernsthaft und mit Verstand aufnehmen könnte. Sie entriegelte die Tür, wusch sich Hände und Gesicht mit kaltem Wasser und ging langsam zur Bar. Die Tür stand offen. Das erste, was sie sah, war vielchenstrahlendes Gesicht, das sich jemandem zuwandte, der in der Ecke saß. Das zweite, was sie sah, ließ Johanna abrupt stehen bleiben. In der Ecke saßen weder Heinz noch Walter, sondern Max. Das nächste, was Johanna merkte, war, dass jemand ihr in die Hacken trat. Entschuldigung, brummte Walter und stellte sich neben sie. Dann streckte er seine Hand aus, auf der ein von Kartoffelschalen und Blumenkohlröschen bedecktes, in Zeitungspapier gewickeltes Päckchen lag. Hier, ich habe es gefunden. Ich weiß aber nicht, ob das noch funktioniert. Ist hier alles voller heller Soße. Johanna sah unkonzentriert auf das Päckchen, dann in Walters triumphierendes Gesicht und schließt sich zu dem Tisch. Max war mittlerweile aufgestanden und kam mit einem Lächeln auf sie zu. Fienchen strahlte ihm hinterher und Johanna entgegen. Da bist du ja endlich. Max stand jetzt vor ihr. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Johanna hob langsam den Kopf. Du solltest dir lieber Sorgen um deine Autorin machen. Sie knallt anscheinend gerade ganz durch. Wie? Verwirrt hielt Max ihren Blickstand. Was meinst du? So verächtlich sie konnte, musterte sie sein Gesicht. Es ist eine Frechheit, dass ihr beide zusammen hier aufkreuzt und du es auch noch wagst, dich mit Fienchen an einen Tisch zu setzen. Wolltest du ihr deine Neue vorstellen oder was soll das? Johanna, ich verstehe kein Wort. Ich bin allein hier. Ich habe Mareike Wolf seit Wochen nicht gesehen. Er ging einen Schritt auf sie zu. Wütend trat Johanna einen Schritt zurück. Sie steht im Hof auf der Mülltonne. Warum auch immer. Ist aber ein schönes Bild. Apropos Mülltonne, mischte Walter sich ein und zog Johanna am Arm. Haben Sie mich verstanden? Ich habe es gefunden. Er senkte die Stimme, als er bemerkte, dass die anderen Gäste ihre Gespräche unterbrochen hatten und mit gespannten Minen die Szene beobachteten. Wir sollten mal vor die Tür gehen. Das ist eine sehr gute Idee. Max gab Fienchen ein Zeichen und schob die wütende Johanna zum Eingang. Ich glaube, ich muss was klären. Erst als sie draußen standen, nahm Max eine Hand von Johannas Rücken. Jetzt hör mir mal zu. Nein, sie kommen später dran, sagte Walter und stellte sich mit grimmigem Gesichtsausdruck zwischen Max und Johanna. Ich musste mir diese privaten Geschichten schon den ganzen Abend anhören und weiß jetzt mehr, als ich wissen wollte. Entweder vertragen sie sich wieder oder sie lassen es. Aber das versteht doch kein Mensch, das mit dieser komischen Frau, mit der er was hat oder nicht. Wie auch immer. Ich habe mich jedenfalls um die wesentlichen Dinge gekümmert und deshalb den Müll durchwühlt. Verständnislos sah Max ihn an. Wie? Natürlich mit Handschuhen. Walter schüttelte unwirsch den Kopf. Reden Sie nicht dauernd dazwischen. Drei Mülltonnen musste ich durchkämmen, bis ich das Aufnahmegerät gefunden hatte. Ein kleines Dankeschön, Herr Müller, wäre vielleicht mal angebracht. Er streckte Johanna das Päckchen entgegen. Danke, Herr Müller. Johanna nahm ihm seine schmutzige Trophäe ab und wickelte sie vorsichtig aus der klebrigen Zeitung. Das haben die also tatsächlich in den Müll geschmissen. Ich glaube es nicht. Hat sie denn jemand gesehen? Nicht, dass es noch mehr Ärger gibt. Gesehen? Walter warf sich in die Brust. Ich bin doch kein Stümper. Natürlich habe ich genau aufgepasst, dass niemand etwas mitbekommt. Was macht denn das auch für einen Eindruck? Ich kopfüber in der Biotonne. Kann mir jemand erklären, warum das Aufnahmegerät in der Mülltonne war? Und wer soll es angeblich reingeschmissen haben? Fragte Max dazwischen. Weder Johanna noch Walter antworteten ihm. Sie sollten ausprobieren, ob das Gerät noch intakt ist. Ich hätte gerne ihre Aufzeichnungen für meinen Bericht. Und jetzt gehe ich mal meinen Schwager suchen. Den habe ich ganz vergessen. Der ist nämlich auf der Suche nach ihm. Und sein Blick ging fragend an Johannas Kopf vorbei und heftete sich auf einen Punkt hinter ihr. Können wir ihnen helfen? Die Frau, die plötzlich wankend vor ihnen stand, wirkte verwirrt und abgehetzt. Max, da bist du ja endlich! Ich habe dich überall gesucht! Wer war die andere Frau? Mareike Wolf brach in Tränen aus. Johanna sog hörbar den Atem ein und wandte sich zu Max. Das glaube ich jetzt nicht. Max blieb wie erstarrt stehen. Sein Gesichtsausdruck war unergründlich. Walters Blick ging von der weinenden Mareike zu der wütenden Johanna. Dann seufzte er tief, tippte sich mit dem Finger an die Stirn und murmelte, haltet mich da bloß raus. Keine Sekunde später war er verschwunden. Ich bin dir hinterher gelaufen! Ich habe dich im Hotel gesehen! Wo ist die Schlampe? Du bist mit ihr hergegangen! Mareike Wolf stand mittlerweile vor Max und hatte ihre Hände gegen seine Brust gestemmt. Sie kreischte und heulte, stampfte mit den Füßen auf und raufte sich die Haare. Johanna ging ein paar Schritte zurück. Diese Frau war offensichtlich verrückt. So etwas gab es noch sonst nur im Film. Und Max stand da wie ein Baum im Gewittersturm. Johanna verstand überhaupt nichts mehr. Und dann kam Tante Fienchen. Sie eilte nach einem kurzen Blick entschlossen zu Mareike, sah Max entschuldigend an, holte aus und ließ ihre flache Hand klatschend auf Mareikes Wange landen. Sofort herrschte Ruhe. Mareike Wolf legte sich die Hand ans Gesicht und starrte Fienchen mit weit aufgerissenen Augen an. Sie! Ihr Mund klappte auf und zu. Dann holte sie Luft und schrie los. Sie haben mich geschlagen! Das ist Körperverletzung! Ich gehe zur Polizei! Sie spinnen ja! Johanna konnte sich kaum bewegen. Auch Max verharrte auf der Stelle, blickte entgeistert Fienchen an und rang offensichtlich nach Worten. Was ist denn hier los? Plötzlich stand Heinz neben Johanna. Ich habe sie überall gesucht! Wer schreit denn hier so rum? Mareikes Atem ging flach. Sie presste die Lippen zusammen, stieß Max vor die Brust, nahm ihre Handtasche, drehte sich auf dem Absatz um und lief los. Ich zeige sie an! Jetzt sofort! Das ist ja wohl das Letzte! Mit offenem Mund sah Heinz ihr hinterher. Na, das ist ja ein Temperament! Wer ist das überhaupt? Fienchen stand aschfahl neben Max und knetete nervös ihre Hand. Sie sah winzig aus neben ihm. Ihr Blick ging unsicher hin und her, dann traf er Johanna, die endlich aus ihrer Starre erwachte. Hinterher! Die kann Fienchen doch nicht anzeigen! Was? Entsetzt hielt Heinz sie am Arm fest. Ihre Tante anzeigen? Weshalb? Fienchen hat ihr eine geknallt! Max, los, du kommst mit! Das kann sie nicht machen! Ist das diejenige? Heinz folgte Johanna. Ja, dann hast du es verdient, diese Ehebrecherin! Heinz beschleunigte seine Schritte. Im Laufen drehte er sich nochmal um und rief zurück, Josefine, wir hauen sie da raus! Dann beeilte er sich, Max und Johanna zu folgen. Johanna hörte Max Atem, drehte sich aber nicht nach ihm um. Er schloss zu ihr auf und lief neben ihr. Du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass ich diese Frau toll finde! Es ist mir egal. Sie merkte jetzt schon, dass ihre Kondition eine einzige Katastrophe war. Ich will nur nicht, dass Fienchen wegen dieser Ziege Schwierigkeiten kriegt. Johanna! Er zog sie am Arm und blieb stehen. Wir müssen reden. Das ist alles ein riesiges Missverständnis. Du warst jetzt lange genug stur. Ich liebe dich. Was ist? Schnaufend holte Heinz sie ein. Junger Mann, Sie müssen Prioritäten setzen. Wir bereden alles hinterher. Wo ist denn überhaupt die Polizei? Direkt am Ortseingang. Da vorn und dann links. Wir sind vorhin dran vorbeigekommen. Ja, dann weiter. Heinz schlug Max auf die Schulter und setzte in seinem Walking-Schritt die Verfolgung fort. Normalerweise habe ich meine Stöcke dabei. Ohne sieht es vielleicht komisch aus, ist aber effektiv und schnell. Er machte Tempo. Ist er umgekippt? Inges Stimme klang mehr fröhlich als besorgt. Christine meinte sogar eine leichte Sensationslust herauszuhören. Sie streift ihre Schuhe ab und zog die Beine auf die Couch. Nein, antwortete sie. Hat er gebrüllt? Will er jetzt die Stadt Bremen und die Polizei verklagen? Ich habe es ihm noch gar nicht gesagt. Es passte gerade nicht. Am anderen Ende der Leitung war Stille. Dann hörte Christine ihre Tante rufen. Charlotte, sie hat es ihnen noch nicht gesagt. Es hätte gerade nicht gepasst. Walter weiß noch nichts. Und nun? Gib sie mir mal. Das war Charlottes Stimme. Christine? Hallo Mama. Was heißt, es passte gerade nicht? Hast du das Hotel nicht gefunden? Oder waren sie nicht da? Ich habe das Hotel gefunden. Hotel ist übrigens gut. Das ist die letzte Kaschemme. Ich habe mich gewundert, dass Papa und Walter da schlafen konnten. Sonst sind sie doch immer so pingelig. Ich habe die beiden auch gesehen, aber sie waren wahnsinnig beschäftigt. Ihre Wiedersehensfreude hielt sich in Grenzen. Womit waren sie denn beschäftigt? Charlottes Stimme klang skeptisch. Ist das jetzt eigentlich so eine Verkaufsfahrt oder nicht? Hast du was mitbekommen? Kennst du Johanna Jäger? Die Radiomoderatorin? Genau. Sie ist auch dabei. Und Papa löst gerade ihre Ehekrise. Wie bitte? Oh Gott, Christine. Er kennt sie doch gar nicht. Was soll die denn von ihm denken? Er kann sich doch nicht in fremder Leute Leben einmischen. Hat sie überhaupt eine Ehekrise? Doch, das schon. Wie auch immer. Papa hatte damit so viel zu tun, dass er mich wieder in mein Hotel geschickt hat. Ich habe nämlich ein anderes gebucht. Aber morgen darf ich zu Ihnen zum Frühstück kommen. Anschließend will er mir was zeigen. Was hat er nicht gesagt? Hm. Charlotte schien nachzudenken. Und wird denn da etwas verkauft? Ich habe nämlich gestern Abend in einer Zeitschrift über einen älteren Herrn gelesen, der auf einer Werbefahrt eine Reise gewonnen hat und anschließend so viel Gebühren zahlen musste, dass er fast ruiniert war. Schrecklich. Meinst du, dass Papa und Walter... Als würde Walter freiwillig Geld ausgeben, beruhigte Christine ihre Mutter. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Außerdem liest er immer das Kleingedruckte. Aber ich werde es ja morgen sehen. Papa will mir eben erst was zeigen und danach kann ich die beiden vielleicht zum Mittagessen einladen. Dabei ergibt sich hoffentlich die Gelegenheit, Onkel Walter schonend beizubringen, dass er sich einen neuen Wagen kaufen muss. Mach das aber erst nach dem Essen, mahnte Charlotte. Walter muss doch diese Blutdrucktabletten nehmen und so eine Nachricht ist nicht gut auf nüchternen Magen. Wenn du es ihm vorher sagst, hat er keinen Appetit mehr. Wenn ich ihn einlade, schon. Du, das ist übrigens entzückend hier. Es würde dir gefallen. Überall Stockrosen. Das kannst du dir mal deinem Vater mitteilen. Aber der wollte unbedingt mit Walter los. Sie atmete tief ein und aus, bevor sie weitersprach. Christine, ich habe irgendwie ein blödes Gefühl. Ich kenne doch deinen Vater. Auch wenn du es jetzt albern findest, aber kannst du nicht noch mal zu ihm fahren und ihm ganz nachdrücklich sagen, dass ich ihn darum bitte, sich nicht einzumischen? Egal in was. Er soll ins Bett gehen. Und morgen kümmerst du dich ja um die beiden. Wenn sie das von einem Auto hören, wollen sie vielleicht auch früher nach Hause. Dann seid ihr vielleicht am Abend schon da. Fahr bitte gleich hin. Christine hatte so etwas befürchtet. Von wegen, sie sollte ihnen nur die Hiobsbotschaft überbringen und sie dann nach Hause fahren. Jetzt musste sie doch wieder die Rundumbetreuung übernehmen. Mama, es ist fast... Bitte, mach es mir zuliebe. Ich komme sonst die ganze Nacht nicht in den Schlaf und ich habe wirklich ein ganz komisches Gefühl. Seufzend angelte Christine nach ihren Schuhen. Sie lenkte das Auto vom Hotelparkplatz und ärgerte sich dabei über sich selbst. Wahrscheinlich saß ihr Vater mit Walter noch vor einem Pilz in der komischen Hotelbar. Oder er stand schon im Schlafanzug beim Zähneputzen. Sie würde sich auf jeden Fall wieder einmal zum Affen machen, weil sie nach ihm sehen musste. Nur weil ihre Mutter ein komisches Gefühl hatte. Als könnte sie, Christine, Heinz davon abhalten, die Welt durcheinander zu bringen. Er war dazu imstande, auch wenn sie neben ihm stand. Die Straße war schmal und schlecht beleuchtet und außerdem viel länger als der direkte Fußweg zum Gasthof. Christine hatte aber keine Lust gehabt, den Weg noch einmal zu laufen. Sie verlangsamte das Tempo. Vor ihr fuhr ein Moped Schlangenlinien. Mit dem größtmöglichen Abstand überholte sie es. Wenn der in eine Polizeikontrolle käme, wäre sein Führerschein wohl weg. Vielleicht war er aber auch nur gelangweilt, weil die Straße so gerade war. An der nächsten Kreuzung folgte sie dem Navi nach links. Kurz nach dem Ortsausgangsschild musste der Abzweig zum Gasthof kommen. Christine beschleunigte, um danach sofort auf die Bremse zu treten. Nur wenige Meter vor dem Abzweig stand in lebhaftem Gespräch eine Gruppe. Zwei Frauen, zwei Männer. Und einer davon war ihr Vater. Stöhnend parkte Christine ihr Auto auf dem grünen Streifen. Von wegen Zähneputzen im Schlafanzug. Mareike Wolf starrte wutentbrannt in die Runde. Das ist mir völlig egal. Ich habe so etwas nicht nötig. Max, wie kannst du? Es reicht. Jetzt platzte Max der Kragen. Ich bin wirklich ein friedlicher Mensch. Aber... Heinz hasste Streitereien. Nun ist es aber gut. Ich mag es nicht, wenn man schreit. Ich habe mein Hörgerät drin. Also würde ich darum bitten, etwas zivilisierter zu agieren. Sie werden meine Tante nicht anzeigen. Johanna Stimme war eisig. Ich werde auch sagen, dass sie von Ihnen angegriffen worden ist. Sie blöde! Mareikes Handy klingelte, bevor sie richtig loslegen konnte. Sie zuckte zusammen und nahm das Gespräch sofort an. Mit völlig verwandelter Stimme sagte sie, Christopher, das passt jetzt gerade nicht. Ich melde mich später. Schlagartig machte Max einen Schritt nach vorn und entriss ihr das Telefon. Während er mit einem Arm die wütende Frau in Schach hielt, sagte er, Christopher, das passt wirklich nicht gut. Mein Name ist Max Schulze. Hat sie ihn nie von mir erzählt? Sonst hat sie doch mit jedem darüber gesprochen. Er lügt! Mareike versuchte verzweifelt, das Handy zu erwischen. Max fixierte sie. Sind Sie noch dran, Christopher? Ja? Anscheinend weiß sie nicht, was sie will. Es wäre gut, wenn Sie die Dame hier abholen würden. Sie dreht nämlich gerade durch. Er drückte der heulenden Mareike das Handy in die Hand und wandte sich ab. Ich gehe jetzt in mein Hotel. Das mit der Anzeige hat sich vermutlich erledigt. Max? Johanna ging ihm zögernd nach. Was war das hier gerade? Die Nummer war gut, aber sie ist nicht meine Geliebte. Heinz schob die Hände in die Jackentasche und lächelte zufrieden. Hab ich mir doch gedacht. Ach, guck mal, da kommt meine Tochter. Er winkte Christine entgegen. Du kommst genau richtig. Du kannst uns eben mal fahren. Ich bin so schnell gelaufen und habe keine Lust, bei dem ganzen Weg zurückzugehen. Christine warf, ehe sie zu ihrem Vater ging, einen irritierten Blick auf die schluchzende Mareike, die immer noch telefonierte. Ich hoffe, das hat nichts mit dir zu tun, sagte sie leise, und von Mama soll ich dir ausrichten, dass du dich bitte nicht in anderer Leute Angelegenheiten einmischen sollst. Heinz lächelte sie an und legte ihr den Arm um die Schulter. Kennst du eigentlich meine Lieblingsmoderatorin Johanna Jäger? Komm, ich stelle dich mal vor. Heinz betrachtete gerade wehmütig sein dunkelblaues Jackett mit den dunklen Knöpfen, als Walter ins Zimmer kam. Walter, sagte er, ohne den Blick von dem teuren Stoff abzuwenden. Ich hätte diese Jacke gar nicht einpacken müssen. Es gab überhaupt keine Gelegenheit, sie anzuziehen. Wo kommst du eigentlich her? Vorm Klo. Es wird ein schöner Tag heute. Der Himmel ist ganz blau. Das wäre sowieso zu warm in der dicken Jacke. Das ist Abendgarderobe, anklagen sah Heinz seinen Schwager an. Aber für gemischten Braten im Dorfgasthof ist das natürlich übertrieben. Von wegen exklusive Reise. Jetzt ist es aber gut. Das hast du bestimmt schon hundertmal gesagt. Aus dem Schreiben war nun mal nicht zu ersehen, worum es sich hier handelt. Und jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Wer weiß, wozu es trotzdem gut ist, dass wir mitgefahren sind. Wieso? Was meinst du damit? Walter öffnete den Mund und schloss ihn sofort wieder. Nach einem Moment des Nachdenkens antwortete er, im Gegenteil zu dir lasse ich mir viel Zeit bei der Beurteilung von Situationen. Das war Heinz neu. Trotzdem unterbrach er Walter nicht, sondern hörte weiter zu. Ich halte deine Mafia-Theorien zwar für Unsinn, bin aber inzwischen auch der Meinung, dass hier manche Dinge nicht ganz legal sind. Ich muss aber noch mehr Belege sammeln. Wir sollten im Laufe des Tages mal in Ruhe unsere Erkenntnisse vergleichen und dann überlegen, welche Schritte wir einleiten. Aha. Was für Belege hast du denn schon? Das sage ich noch nicht. Ich muss mich zunächst in Ruhe damit beschäftigen. Vielleicht spreche ich auch noch mal mit dem einen oder anderen. Walter, nun mach doch nicht so ein Brimborium. Sag schon. Nein. Betont langsam klemmte sich Walter seinen Kulturbeutel unter den Arm und ging zur Tür. Wenn man unüberlegt handelt, macht man Fehler. Das will ich mir nicht leisten. Ich gehe mich jetzt waschen. Bis gleich. Die Tür klappte hinter ihm zu. Heinz kratzte sich am Kopf und überlegte, wann Walter die Rolle des Ermittlers in diesem Film übernommen hatte. Kannst du mir mal sagen, wo deine Tochter bleibt? Walter verrenkte sich fast den Hals, um von seinem Tisch aus zum Eingang gucken zu können. Sie war da früher immer so pünktlich. Es ist erst Viertel nach, beruhigte ihn Heinz. Ich habe halb neun gesagt, sonst fang doch schon an. Das gehört sich nicht. Walter faltete trotzdem die Papierserviette auseinander. Aber wenn ich den halben Tag ohne Nahrung bin, wird mir schwindelig. Heinz verdrehte die Augen. Walter war auf nüchternen Magen kaum auszuhalten. Und dann auch diese Notizen, die er sich dauernd machte. Guten Morgen. Johanna zog einen Stuhl vor und setzte sich. Ich darf doch, oder? Aber natürlich. Strahlend legte Heinz den Arm auf ihre Stuhllehne. Christine kommt auch gleich. Haben Sie denn die Aufregung von gestern Abend gut überstanden? Sie sehen noch ein bisschen müde aus. Wo ist denn eigentlich Max? Er ist im Schlosshotel, antwortete Johanna und griff nach der Thermoskanne mit dem Kaffee. Es war ja ziemlich spät und... Sie müssen uns jetzt aber nicht die Details erzählen, sagte Walter. Kommt Ihre Tante nicht frühstücken? Doch, antwortete Johanna, sie hatte noch was vergessen. Sie muss gleich hier sein. Statt Fienchen kam aber erst einmal Christine. Sie begrüßte erst Johanna und küsste dann Heinz und Walter auf die Wange. Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Ist da Kaffee drin? Ja, ich... Bevor Heinz zur Kanne greifen konnte, kam Fienchen mit schnellen Schritten in den Raum und setzte sich dazu. Wie schön. Eine große Runde. Wir haben um elf ein ausführliches Beratungsgespräch, Johanna. Du bist als meine Erbin dabei. Darauf habe ich bestanden. Wie findest du das? Verblüfft ließ Johanna die Kanne sinken. Wie hast du das denn hinbekommen? Fienchen lächelte. Ich habe nur mein ausdrückliches Interesse bekundet. Bei Herrn Kruse. Ich habe... Oh, da kommt er. Michael Kruse und Dennis Tacke kamen auf sie zu. Morgen. Dennis Tacke nickte nur kurz, bevor er sagte, Herr Schmidt, kann ich Sie mal kurz sprechen? Ja, bitte. Heinz nickte höflich zurück. Sprechen Sie. Wollen wir nicht? Nein, nein. Er deutete auf den letzten freien Stuhl am Tisch. Das können wir auch hier erledigen. Die haben ja keine Geheimnisse, oder? Das ist übrigens meine Tochter. Nachdem ich mir ihre Broschüre genau durchgelesen hatte, habe ich sie angerufen und sie gebeten, doch für einen Tag hierher zu kommen. Ich entscheide solche großen Investitionen nicht gern allein. Und mein Schwager ist, wie Sie wissen, keine große Hilfe für mich. Christine ist meine Älteste. Da hat sie auch ein gewisses Mitbestimmungsrecht darüber, was Papa mit ihrem Erbe macht. Nicht wahr, Tine? Und die Kinder wollten ja früher schon so gern an die Schlei. Übrigens, Herr Kruse, hätten Sie denn die Möglichkeit, uns alles noch mal genau zu erklären? Jetzt, wo meine Tochter da ist? Tacke und Kruse wechselten einen Blick, dann ging Kruse einen Schritt vor und gab Christine die Hand. Michael Kruse, ich bin der Fremdenverkehrsbeauftragte hier und mit dem Projekt vom ersten Spatenstich an vertraut. Es wäre mir eine Freude, es Ihnen noch einmal zu erläutern. Sehen Sie sich das Grundstück an und wir treffen uns im Anschluss. Vielleicht so gegen halb zwei? Das wäre dann direkt nach dem Mittagessen. Unsere Busrundfahrt beginnt ja erst um drei, da haben wir doch genügend Zeit. Sehr gern. Heinz stand auf und schüttelte ihm fast feierlich die Hand. Danke. So, Herr Tacke, und was wollten Sie jetzt mit mir besprechen? Nach einem kurzen Blick auf Kruse verschränkte Dennis Tacke die Arme vor der Brust und antwortete, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Frühstücksgäste angemeldet werden müssen, aber wenn das Ihre Tochter ist, dann drücken wir mal ein Auge zu. Fühlen Sie sich eingeladen. Dann erst mal guten Appetit. Bis später. Das Gespann zog ab. Fienchen legte Johanna die Hand auf den Arm. Eine ähnliche Vorgehensweise habe ich vorhin übrigens auch bei Herrn Kruse gewählt. Es hat wunderbar geklappt. Man braucht für solche Gespräche schon ein gewisses Talent. Chapeau, Heinz. Das war bühnenreif. Sehr gut gemacht. Christine blickte irritiert in die Runde. Hier schienen Dinge vorzugehen, deren Zusammenhänge sich ihr nicht erschlossen und die dringend erklärt werden müssten. Sie beugte sich zu Johanna und sagte leise, können wir nach dem Frühstück mal ein paar Schritte gehen? Ich soll sie von Herrn Scholl grüßen. Er hat einige Informationen für sie. Johanna sah überrascht hoch und nickte. Walter wollte Johanna eigentlich bitten, ihm dieses Aufnahmegerät zu leihen. Immerhin hatte er es im Müll wieder gefunden. Aber Johanna hatte sich sofort nach dem Frühstück mit Christine nach draußen verzogen. Vermutlich mussten sie privates Frauenzeug besprechen. Er wollte davon gar nichts wissen. Aber er hätte Johanna gern unter vier Augen nach dem Gerät gefragt. Christine und Heinz mussten das nicht mitbekommen, sie würden nur Fragen stellen. Und wenn Walter jetzt schon sagen würde, dass er hier einigen Ungereimtheiten auf der Spur sei, dann würde Heinz wieder so triumphierend gucken und mit seinem Mafia-Unsinn anfangen. Als ob es darum ginge. Walter war es völlig egal, ob und wer sich hier mit wem gestritten hatte oder warum. Das Einzige, was ihn interessierte, waren die Regeln des deutschen Steuerrechts. Und Walter hatte das sichere Gefühl, dass hier so einiges nicht beachtet wurde. Dafür gab es Hinweise. Aber bevor er seine ehemaligen Kollegen aus dem Dortmunder Finanzamt verständigen würde, bräuchte er noch mehr Indizien. Und er wusste auch schon, woher er die bekommen könnte. Walter tastete nach seinem Notizblock in der Brusttasche und machte sich auf zu einem kleinen Spaziergang. Nach wenigen Minuten war seine Suche bereits erfolgreich. Annegret Töpper saß auf einer Bank im Garten und las Zeitung. Darf ich? Ohne auf ihre Antwort zu warten, ließ er sich neben sie fallen. Herr Müller. Umständlich faltete sie die Zeitung zusammen. Sagen Sie mal, Frau Töpper, Sie haben doch gestern ein Beratungsgespräch mitgemacht, oder? Ja, aber ich habe nichts unterschrieben. Gut, gut. Ich musste ja leider etwas früher gehen, deshalb hatte ich keine Gelegenheit, einen Blick auf die Verträge zu werfen. Sind Sie so weit gekommen? Ja. Ich habe mir alles genau durchgelesen, weil ich so getan habe, als würde ich etwas kaufen wollen. Und danach habe ich gesagt, ich würde sofort meinen Bankberater anrufen, um zu entscheiden, wie groß der Anteil wird. Das haben die geglaubt. Schön, nickte Walter. Aber was mich interessiert, stand auf dem Vertrag eine deutsche Bankverbindung drauf? Haben Sie das gesehen? Das war irgendeine Insel. Ausländisch. Da bin ich mir sicher. In England, glaube ich. Warum? Zufrieden streckte Walter seine Beine aus. Genau das habe ich mir gedacht. Steueroasen. Da haben die aber nicht mit mir gerechnet. Und was haben Sie neulich über die Piepers gesagt? Das sind Lockvögel? Annegret Töpper nickte. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Die beiden haben sich dauernd in alle Gespräche eingemischt. Wie toll ihre Wohnung auf Sylt ist, wie sehr sich das finanziell lohnt, wie froh sie sind, dass sie ihr Geld in Immobilien angelegt haben und überhaupt. Gestern Mittag habe ich dann zufällig beobachtet, wie denn es Tacke Frau Pieper einen Umschlag zugesteckt hat. Übrigens, ein Geräusch hinter ihm ließ Walter hochschrecken. Er sprang abrupt auf und sah plötzlich Patrick Dengler hinter ihnen stehen. Mit einem Satz war er bei ihm. Was scharwenzeln Sie eigentlich hier herum? Haben Sie uns belauscht? Ja. Walter sah ihn fassungslos an. Stecken Sie mit dem Veranstalter unter einer Decke? Los, sagen Sie es. Ich bekomme es sowieso raus. Auf Denglers Lippen lag ein feines Lächeln. Walter konnte nicht glauben, dass der Mann seine Enttarnung so ungerührt hinnehmen würde. Er trat einen Schritt zurück und sah auf Annegret Töpper, die mit aufgerissenen Augen die Szene beobachtete. Unsicher schaute er wieder zu Patrick Dengler. Der suchte jetzt irgendetwas in seiner Jackentasche. Walter wurde bei der Vorstellung, was jetzt alles passieren könnte, übel. Doch Patrick Dengler hatte gefunden, was er gesucht hatte und reichte Walter mit großer Geste einen Ausweis. Walter hielt ihn mit ausgestreckten Armen von sich, sah dabei immer wieder in Denglers Richtung, konnte die sehr kleine Schrift aber nicht entziffern. Er ließ die Hand sinken und sagte verärgert, das kann ich ohne Brille nicht lesen und die liegt in meinem Zimmer. Sofort nahm Annegret Töpper ihre Brille ab und reichte sie in Walters Richtung. Versuchen Sie es mit meiner. Umständlich setzte Walter die rote Brille auf und starrte auf den Ausweis. Dann blickte er entgeistert Patrick Dengler an. Ach, weiß mein Schwager das schon? War das eigentlich ein spontaner Entschluss, hierher zu kommen? Und haben Sie trotzdem sofort ein Zimmer im Schlosshotel bekommen? Fragte Johanna die neben ihr sitzende Christine. Ja, ich habe gestern erst auf dem Weg hierher angerufen. Die hatten noch jede Menge Zimmer frei. Komisch. Johanna versuchte sich an die Szene in der Rezeption zu erinnern. Das Ehepaar Pieper hatte ihr verärgert erzählt, dass es weit und breit keine andere Übernachtungsmöglichkeit gäbe, dass alles ausgebucht sei. Das gehörte wohl zum System. Christine hatte sie beobachtet. Alles in Ordnung? Johanna zuckte die Schultern. Also, das ist hier alles nicht ganz koscher. Ich bin gespannt, was bei dem Beratungsgespräch passiert. Christine, wir wollen los! Heinz stand an der Tür und zeigte auf die Uhr. Seine Tochter nickte. Dann drehte sie sich wieder zu Johanna. Dass er immer so brüllen muss, macht mich wahnsinnig. Also, bis später. Johanna sah ihr nach. Sie fand Christine ausgesprochen sympathisch, seit sie mit Max hier aufgetaucht war. Max. Sie hatten die halbe Nacht auf seinem Bett gesessen und geredet. Über Mareike Wolf, über Johanna Sturheit, über Max, der am liebsten alles aussahs, über die letzten drei Jahre und über das, was sich alles ändern müsste. Es war eine ganze Menge. Sie hatten beide mit den Tränen gekämpft, bis Max gesagt hatte, jetzt lass uns einen Punkt machen und einmal durchatmen. Es ist nichts passiert, worüber man nicht diskutieren könnte. Und es gibt für alles eine Lösung. An dieser Stelle hatte Johanna angefangen zu weinen. Vor lauter Gefühl für Max und vor lauter Traurigkeit darüber, dass sie so leichtfertig miteinander umgegangen waren. Er hatte sie in den Arm genommen, das erste Mal nach vier Wochen und mit mehr Inbrunst als in den letzten drei Jahren. Ich mache jetzt diese Reportage, hatte Johanna ihm zum Abschied gesagt. Wir sehen uns Sonntagabend, zu Hause und dann reden wir weiter. Max hatte sie lange geküsst. Grüß Fienchen von mir, hatte er danach gesagt. Das war eine große Idee von ihr. Ja. Da vorn musst du links fahren. Heinz fuhr den Arm aus und traf Christine am Kinn. Sie zuckte zurück und verriss fast das Lenkrad. Papa, pass doch mal auf. Was denn? Du musst aufpassen. Du fährst auch viel zu schnell. Hier ist 70. Ich fahre 65. Christine bog von der Bundesstraße auf eine schmale Nebenstraße. Rechts erstreckten sich Felder, an deren Ende man die Schlei sah. Und was wolltest du mir nun zeigen? Sein Arm fuhr wieder nach vorn. Da rechts rum, Richtung Schlei. Ist nicht mehr weit. Christine wartete einen Moment. Dann holte sie tief Luft und sagte, eigentlich wollte ich warten, bis Walter dabei ist, aber ich muss dir etwas erzählen. Also, ihr habt doch in Bremen an dem großen Baum wieder links, unterbrach sie ihr Vater. Christine setzte den Blinker und bog langsam ab. Halt an! Heinz krallte sich plötzlich in Christines Arm. Stopp, stopp! Da liegt was! Christine machte eine Vollbremsung, obwohl sie selbst nichts gesehen hatte. Was ist denn? Heinz hatte die Autotür schon geöffnet. Da liegt ein Moped im Graben. Das gehört dem Bauern. Wie kommt das denn hierher? Er sprang aus dem Auto. Christine folgte ihm langsam. Das Moped lag im Gras. Es war mit Sand und Matsch bespritzt, der Ständer war abgebrochen und es wirkte, als hätte der Fahrer es einfach an dieser Stelle fallen lassen. Christine sah sich um, vom Fahrer gab es keine Spur. Achselzuckend wandte sie sich zu ihrem Vater. Und nun? Christine dachte an ihre Mission und an die fortgeschrittene Zeit. Können wir weiterfahren? Gedanken verloren, starrte Heinz auf das Moped. Dann riss er sich zusammen und wandte sich wieder zu Christine. Wir müssen nicht mehr fahren. Wir sind schon da. Hier hinter der Kurve ist dieses Grundstück, auf dem die Wohnungen gebaut werden. Das sollst du dir angucken. Er lief los und Christine versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Vor ihnen lag eine große Weide, von Bäumen begrenzt und mit Blick aufs Wasser. Christine ging langsamer, dann blieb sie abrupt stehen. Papa, da liegt jemand. Ist das dein Bauer? Sie wechselten einen kurzen Blick und liefen los. Vor der Geschäftsabwicklung muss eine sogenannte Validitätsurkunde ausgestellt werden. Eine reine Formsache. Michael Kruse lächelte Fienchen gewinnend an. Das klingt komplizierter, als es ist. Johanna ließ den Stift sinken, als Dennis Tacke an den Tisch kam. Er warf einen misstrauischen Blick auf ihren Block. Was schreiben Sie denn damit? Sie bekommen doch alle Unterlagen. Johanna hob nur kurz die Augenbrauen. Ach, das ist nur für den Fall, dass meine Tante die Verträge nachher nicht versteht. Und ich habe ein so schlechtes Gedächtnis. Darf ich mal sehen? Dennis Tacke griff über den Tisch zu den Notizen. Fienchen legte schnell ihre Hand darauf. Nein. Mit bösem Blick sah sie erst ihn, dann Michael Kruse an. Jetzt ist es langsam mal gut. Es geht sie überhaupt nichts an, was meine Nichte oder ich hier mitschreiben. Was ist los, Herr Tacke? Haben Sie ein Problem mit uns? Michael Kruse legte Beschwichtigten seine Hand über ihre. Frau Jäger, das haben Sie völlig falsch verstanden. Er drehte sich zu Tacke und sagte mit eisiger Stimme, Dennis, wir sind hier auch gleich fertig. Nur noch eine Unterschrift. Dennis Tacke presste die Lippen aufeinander und drehte sich auf dem Absatz um. Er ließ die Tür hinter sich zuknallen. Sie müssen dieses Verhalten entschuldigen. Er steht im Moment sehr unter Druck, beruflich und privat. So, Frau Jäger, dann wollen wir mal zum Abschluss kommen. Nein. Entschossen stand Fienchen auf. Das hat mich jetzt geärgert. Und ich will... Mit Schwung wurde die Tür aufgerissen. Alle drei drehten sich zum Eingang und sahen Walter, der sich aufgeregt im Raum umsah. Ich suche meinen Schwager. Haben Sie... Herr Müller! Dennis Tacke stand plötzlich hinter Walter im Flur. Sie stören hier! Er legte ihm die Hand auf die Schulter, zog ihn zurück und verstellte den Eingang. Unwurr schob Walter ihn beiseite. Gehen Sie aus dem Weg und nehmen Sie Ihre Hände weg, sonst ist hier gleich was los. Wie bitte? Wer den Anfang gemacht hatte, war später unklar. Aber in Sekundenschnelle waren sie mitten in einem Handgemenge. Während Johanna und Michael Kruse noch erstarrt sitzen blieben, war Fienchen schon an der Tür. Mit aller Kraft schwangen sie ihre Handtasche durch die Luft. Das rote Leder traf Tacke am rechten Ohr. Er taumelte zur Seite und fiel krachend in die leeren Getränkekisten, die in der Flurecke standen. Danke. Walter zog seine Jacke zurecht, bevor er Fienchen ansah. Aber ich wäre auch allein mit ihm fertig geworden. Patrick Dengler bog um die Ecke. Was ist denn hier passiert? Nichts, antwortete Fienchen schnippisch. Mit einem irritierten Blick auf sie beugte Dengler sich vor, um dem derangierten Dennis Tacke wieder auf die Beine zu helfen. Alles in Ordnung? Ich würde Sie gern mal unter vier Augen sprechen. Patrick Dengler blieb ruhig vor ihm stehen. Sie und Herrn Kruse. Das geht jetzt nicht. Tacke wandte sich ab. Kommen Sie nach dem Mittagessen. Nein. Zu Johannas Verwunderung griff Dengler grob Tackes Arm. Jetzt. Kommen Sie bitte. Johannas erstaunter Blick fiel auf Walter. Der nickte zufrieden. Dann drehte er sich um und zeigte auf den Tisch, an dem Michael Kruse gerade noch gesessen hatte. Kruse ist weg. Ist wohl hinten rausgegangen. Soll ich hinterher? Dengler sah ihn an. Lassen Sie lieber. Ich finde ihn schon. Herr Tacke? Er ließ ihm den Vortritt in den mittlerweile leeren Raum und schloss die Tür hinter sich. Schnell gib mir dein Telefon. Heinz war kreidebleich und konnte seine Blicke nicht von dem im Gras liegenden Mann lösen. Es war der Bauer, der in der Bar für Unruhe gesorgt hatte. Hoffentlich funktioniert hier das Handy. Oh Gott, hast du die Axt da gesehen? Die Axt lag direkt neben ihm, nur unweit des Schildes, das aufs Schönste das zukünftige Wohnensemble Strandglück zeigte. Mit einer Hand fingerte Christine aus ihrer Jagdentasche das Telefon heraus und gab es ihm, während sie sich langsam bückte, um den Mann näher anzusehen. Als sie vorsichtig den Puls am Hals fühlte, hörte sie ihren Vater hektisch ins Telefon schreien. Polizei, mein Name ist Schmidt. Ich muss einen Mord melden. Christine beugte sich noch weiter runter. Der Bauer hatte eine auffällige Fahne und einen zwar schwachen, aber deutlich fühlbaren Puls. Papa! Ja, hier liegt ein Toter neben einer Axt, wahrscheinlich die Mordwaffe. Wo? Auf der Baustelle vom Strandglück. Wie? Sind Sie überhaupt Polizist? Das ist ein großes Bauprojekt. Das müssen Sie doch kennen. Papa! Christine schob vorsichtig ihre Jacke unter den Kopf des Bauern. Wir brauchen einen Krankenwagen. Schnell! Heinz redete lauter. Ich glaube, er ist tot. Habe ich doch gesagt. Soll ich ihn umdrehen? Nein? Was? Die Straße? Na, dieses Wohnensemble. Strandglück. Das ist mir doch egal. Warum kennen Sie das denn nicht? Christine versuchte ihm, das Handy abzunehmen. Heinz drehte sich weg. Warten Sie, da ist so ein Straßenschild. Uferdamm! Kennen Sie den? Gut. Also schnell. Polizei und Krankenwagen. Vielleicht ist doch noch was zu retten. Er drückte auf die Taste und sah besorgt auf den Bauern. Christine hatte sich wieder zu ihm gebeugt. Er atmet doch. Hoffentlich beeilen die sich. Heinz fühlte ihm die Stirn. Christine schob seine Hand weg. Wieso hast du diesem Blödsinn erzählt? Von wegen Mordwaffe? Damit die Polizei kommt. Was nützt mir der Krankenwagen? Der ist nicht für dich, sondern für ihn. Sag mal. Kopfschütteln sah sie ihren Vater an. Der stand da und fuchtelte mit den Armen. Christine, du hast ja keine Ahnung. Das war ein Mordversuch. Das ist doch eindeutig. Dieser Mann hatte Streit mit dem Reiseleiter. Ich habe Gespräche mitgehört. Da wurde mir schon als Zeuge Angst und Bange. Und dann liegt da auch noch eine Axt. Das ist eine ganz klare Beweiskette. Er ging vor der Axt in die Knie und betrachtete sie mit gebührendem Abstand. Schade. Es sind keine Blutspuren zu sehen. Christine atmete tief durch und fühlte noch einmal den Puls. Die Türen des Krankenwagens wurden zugeschlagen. Dann fuhr er mit Blaulicht davon. Der Jüngere der beiden Polizisten vervollständigte ihre Personalien, bevor er einen Schritt zurück trat und den Kopf in den Nacken legte. Wohnensemble Strandglück, las er laut und sah Heinz und Christine fragend an. Seit wann steht das Schild denn hier? Ich habe es gestern das erste Mal gesehen, antwortete Heinz förmlich. Vor Uniformen hatte er Respekt. Wir, also mein Schwager und ich, nehmen gerade an einer Reise teil. Es geht um Finanz- und Wirtschaftstipps für gut situierte Senioren. Hier sollen Ferienwohnungen entstehen, für die man Nutzungsrechte kaufen kann. Der Verkauf läuft gerade im Gasthof zu den drei Linden. Durchaus erfolgreich, würde ich sagen. Aber es gibt Ungereimtheiten. Mein Schwager und ich sind einigen Dingen auf der Spur. Mein Schwager hat sich Notizen gemacht. Außerdem gibt es Tondokumente. Tondokumente? Christine und der Polizist fragten im Chor. Ja, wir haben eine Radiojournalistin dabei, die hat inkognito ermittelt und jede Menge Gespräche aufgezeichnet. Das Gerät lag zwar zwischenzeitlich in der Mülltonne, aber es war nur Blumenkohl drauf. Das konnte es ab. Der Gesichtsausdruck des Polizisten ließ Christine erahnen, dass nicht nur sie Schwierigkeiten hatte, den Zusammenhang zu begreifen. Er sagte aber nichts, sondern ging ein paar Schritte zur Seite, um zu telefonieren. Sie konnten nicht verstehen, was er sagte, aber während des gesamten Gesprächs blieb sein Blick auf die Holztafel gerichtet. Dann beendete er das Telefonat und ging zu dem Schild, wo bereits ein älterer Kollege stand und mit den Fingern langsam über die Holzhalterung strich. Sie redeten kurz miteinander, dann kehrten sie zu ihnen zurück. Der Ältere sah beide ernst an. So, sagte er mit neutraler Stimme, dann sollten wir mal zu den Drei Linden fahren. Ich fahre hinter ihnen her. Wie heißt denn der Reiseleiter? Dennis Tacke. Und dann ist noch der hiesige fremden Verkehrsbeauftragte da, Herr Kruse. Kruse? Da müssen sie sich verhört haben. Der hiesige fremden Verkehrsbeauftragte heißt Jörn Mertens. Seit acht Jahren. Einen Kruse gibt es nicht. Lassen Sie uns fahren. Als Christine den Wagen startete, sagte sie knapp, ich hoffe, dass Mama die Details dieser Reise nicht erfährt. Und ich will übrigens gar nichts wissen. Schneide ich bitte an. Natürlich. Heinz zog am Gurt und räusperte sich. Und Christine? Was? Kannst du bitte Gas geben? Nicht, dass alle gleich im Hotel denken, wir hätten Ärger mit der Polizei. Versuch bitte, den Abstand möglichst groß zu halten. Da kommt mein Schwager. Walter hob den Kopf und zeigte zur Auffahrt. Verfolgt von einem Streifenwagen. Es ist doch nicht zu fassen. Seine Tochter fährt anscheinend genauso halsbrecherisch wie er. Er saß zwischen Fienchen und Annegret Töpper auf einer Bank neben dem Hotelleingang. Sie wollten nichts verpassen und Walter hatte diesen Platz für geeignet gehalten. Wir haben hier den größtmöglichen Überblick, hatte er gesagt. Wir sehen, wer kommt, wer geht und wer flieht. Wir brauchen nur noch etwas zu trinken. Wer weiß, wie lange das alles dauert. Sie hatten die Bank nur ein paar Meter zur Seite gerückt und einen Tisch aus der Gaststube dazugestellt. Für die Getränke und Walters Notizen. Der Streifenwagen hielt auf dem Parkplatz direkt neben Christines Auto. Die beiden Polizisten stiegen aus, setzten ihre Mützen auf, sprachen noch kurz mit Heinz und gingen an ihnen vorbei zum Hotelleingang. Als sie die Bank passierten, nickten sie kurz, dann waren sie verschwunden. Verblüfft sah Walter ihnen nach, dann seinem Schwager und seiner Nichte entgegen. Was ist das denn? Du kannst dir nicht vorstellen, was wir gerade erlebt haben. Aus Heinz' Stimme klang gleichermaßen Aufregung und Triumph. Und wir erst, entgegnete Walter und strahlte dabei übers ganze Gesicht. Hier gab es Vorfälle und, nennen wir es Begegnungen, wenn du davon hörst, wirst du dich gleich ärgern, das verpasst zu haben. Holt euch mal zwei Stühle raus, die stehen an der Seite in der Rezeption und dann erzählen wir alles. Christine sah sich zweifelnd um. Müssen wir denn hier direkt auf dem Parkplatz sitzen? Geht das nicht irgendwo anders? Nein, das ist eine strategisch günstige Stelle. Wir bleiben hier. Holt euch Stühle, sonst verpasst ihr die Hälfte. In der Rezeption war niemand. Christine fand die Klappstühle sofort, klemmte sich zwei unter die Arme und ging wieder zurück. Heinz hatte sich nicht von der Stelle bewegt und starrte immer noch auf seinen Schwager. Du hast mir ja nicht geglaubt, sagte er jetzt und wartete, bis Christine einen Stuhl zurechtgerückt hatte und er sich setzen konnte. Danke. Gab es keine Sitzkissen? Na egal. Wir waren nämlich auf dem Baugrundstück. Kurz vorher allerdings haben wir etwas entdeckt, das da nicht hingehörte. Ich habe sofort erkannt, was es ist. Schließlich gehe ich mit offenen Augen durchs Leben. Jetzt komm mal zum Punkt, unterbrach ihn Walter. Sonst fangen wir an. Frau Jäger hat nämlich Tacke niedergeschlagen. Aber ich muss vorher anfangen. Ich hatte mich gerade mit Frau... Heinz unterbrach ihn. Wo ist eigentlich Johanna? Die muss das doch auch alles hören. Johanna ist im Schlosshotel, antwortete Fienchen. Sie hat dort angerufen und gefragt, ob sie den Internetzugang benutzen kann. Das geht. Der Herr Dengler ist nämlich... Annegret Töpper nahm den Faden auf und flüsterte. Der Herr Dengler ist von der Polizei. So ein Unterkower-Beamter. Ganz geheim. Der ist nicht mit seiner Mutter hier, sondern der soll Beweise sammeln, weil es den Verdacht gibt, dass diese Firma Ostseeglück kriminell ist. Jetzt verhört er gerade Dennis Tacke. Einer der beiden Polizisten kam aus dem Hotel, ging zu seinem Auto, telefonierte kurz, kam zurück und blieb bei Christine stehen. Herr Tätje ist wieder bei Bewusstsein. Er hatte Glück, dass sie ihn gefunden haben. Es war ein leichter Herzinfarkt. Aber durch die rechtzeitige Versorgung ist das Schlimmste verhindert worden. Das ist gut, antwortete Christine. Papa, hast du gehört? Dein Bauer ist außer Lebensgefahr. Der Polizist tippte sich kurz an die Mütze und ging wieder ins Hotel. Welcher Bauer ist außer Lebensgefahr? Wenigstens Fienchen hörte noch zu. Ich habe nur Herzinfarkt verstanden. Wir haben auf der Baustelle dieser Ferienwohnungsanlage einen Mann gefunden. Er lag neben einer Axt vor dem Schild Strandglück und war bewusstlos. Und Papa kannte ihn. Es war ein Bauer, der wohl ein paar Mal hier war und sich mit eurem Reiseleiter gestritten hat. Der Bauer? Walter sah Heinz mit aufgerissenen Augen an. Sein Schwager nickte. Ja, Walter, genau der. Aber wir haben ihn rechtzeitig entdeckt. Annegret Töpper und Fienchen starrten sprachlos auf Heinz. Und die Axt? Walter konnte nicht mehr sitzen. Die lag doch daneben. Da war kein Blut dran, sagte Heinz. Aber was ist denn jetzt mit dem Dengler? Die Ereignisse überschlagen sich ja. Außerdem war das noch gar nicht alles. Das Stichwort lautet Fremdenverkehrsbeauftragter. Seine wirkungsvolle Pause verpuffte, weil plötzlich die aufgeregte Frau Hollenkötter vor ihnen stand. Was macht die Polizei denn hier? Wo ist denn mein Mann? Hat Hacke wirklich die Polizei gerufen? Das kann doch nicht wahr sein. Sie brachen Tränen aus und niemand rührte sich. Bis Christine sich mit einem bösen Blick auf die umsitzende Truppe erhob und Frau Hollenkötters Arm nahm. Setzen Sie sich. Die Polizei ist hier, weil mein Vater und ich einen bewusstlosen Mann gefunden haben. Und weil irgendetwas mit diesem Baugrundstück nicht in Ordnung ist. Wir haben die angerufen. Und was ist mit ihrem Mann? Gisela Hollenkötter ließ sich auf den Klappstuhl fallen und sah verzweifelt zu Christine. Mein Mann hat unterschrieben, aber er hat nicht verstanden, dass wir nicht die Wohnung gekauft haben, sondern nur so ein Nutzungsrecht. Für das ganze Geld darf man nur zwei Wochen im Jahr da wohnen, sie schluchzte. Das hat er erst heute Morgen begriffen, ist zu Tacke gegangen und wollte das rückgängig machen. Der aber hat gesagt, das ist zu spät. Mein Mann hat sich aufgeregt. Sie haben furchtbar gestritten und Tacke hat gebrüllt, dass wir hier gleich richtig Ärger bekommen würden. Und jetzt ist hier die Polizei und mein Mann ist weg. Nicht, dass er eine Dummheit gemacht hat. Christine fragte sich, warum sie sich das antat. Es war doch immer dasselbe. Ihr Vater zog so etwas an. Jetzt beruhigen Sie sich doch erst mal. Es wird sich alles klären. Christine reichte Frau Hollenkötter ein Taschentuch. Was ist dieser Tacke denn für ein Idiot? Er ist ein Flegel, sagte Fienchen. Haben Sie mal mit Herrn Kruse gesprochen, Frau Hollenkötter. Der scheint mir vernünftig zu sein und seriös. Er kann das bestimmt in Ordnung bringen. Eben nicht. Heinz hielt es nicht mehr auf seinem Klappstuhl. Ihr lasst mich ja nicht ausreden. Der ist überhaupt nicht seriös. Der echte Fremdenverkehrsbeauftragte hier heißt Jörn Mertens, nicht Kruse. Der gibt sich nur dafür aus. Das haben die Polizisten gesagt. Und er brach ab und drehte sich sehr plötzlich um. Zwei weitere Polizeiwagen fuhren hintereinander auf den Hof. Ich glaube, jetzt geht's los. Mit glänzenden Augen setzte er sich wieder und griff nach Christines Hand. Das ist doch gut, dass du jetzt dabei bist, oder? Es dauerte nur ein paar Minuten, bis die Beamten Dennis Tacke und Lisa Wagner in die Autos begleiteten. Tacke vermied es auch nur, den Kopf zu heben. Atemlos verfolgte die Gruppe das Geschehen. Kruse ist nicht dabei, erwähnte Walter knapp. Und weiß jemand, was mit dem Busfahrer ist? Der Kock ist in Ordnung, entgegnete Heinz. Das habe ich im Gefühl. Du mit deinem Gefühl. Walter beugte sich ein wenig nach vorn, um die Abfahrt der Autos genau zu beobachten. Kann uns nicht langsam mal jemand erklären, was für Fakten es genau gibt? Ich verstehe überhaupt nichts mehr, rief Frau Hollenkötter aufgeregt. Was machen wir denn jetzt? Nichts. Fienchen hatte ihre Arme vor der Brust verschränkt und ihren Blick auf den Parkplatz gerichtet. Wir schreien hier jedenfalls nicht rum. Es wird schon jemand kommen, der was weiß. Wollen Sie nicht mal Ihren Mann suchen? Der kann ja nicht weg sein. Ich, ich, wo soll ich denn anfangen? Auf Ihrem Zimmer, antwortete Fienchen ernergisch. Schauen Sie nach und dann halten Sie Ihre Handgelenke unter kaltes Wasser, das beruhigt. Frau Hollenkötter lief los, während Fienchen die Augen verdrehte. Meine Güte, und dann noch diese Stimme. Hoffentlich kriegt die sich wieder in den Griff. Wie geht es denn jetzt hier weiter? Ich erkundige mich mal, entschied Heinz und marschierte los. Vielleicht kann ich bei der Aufklärung helfen. Walter war sofort auf den Füßen. Er griff den Block und die Bierdeckel und folgte seinem Schwager. Warte, du brauchst mich und meine Aufzeichnungen. Ihr könnt ja hier sitzen bleiben. Ich frage mich allerdings, ob Johanna so lange bleibt. Nicht, dass die uns sucht. Fienchen erhob sich, strich ihren Rock glatt und sah zum Eingang. Vielleicht sollten wir wirklich mal gehen. Annegret Töpper schloss sich sofort an. Ich will jetzt auch wissen, was los ist. Wir sind zu fünft, da können wir doch mal fragen. Sie mussten gar nicht fragen. Gisela Hollenkötter kam ihnen aufgeregt entgegen. Sie ruderte wie wild mit den Armen, ihr Gesicht glühte. Schnell, Herr Dengler will was sagen. Es gibt sensationelle Neuigkeiten. Fienchen wechselte einen kurzen Blick mit Heinz, bevor sie sagte, wir hören alle gut. Haben Sie ihren Mann gefunden? Ja, sagte Gisela Hollenkötter, ohne ihre Stimme zu senken. Er war in unserem Zimmer. Sie hatten recht. Und er hatte Herrn Kruse an einen Stuhl gefesselt mit Kabelbinder. Er hat ja immer alles dabei. Er wollte ihn erst losbinden, wenn Kruse versprochen hätte, den Vertrag zu zerreißen. Aber so weit waren sie noch nicht. Und jetzt hat ein Polizist Herrn Kruse mitgenommen. Dengler wollte meinem Mann nichts sagen. Wir sollen jetzt aber alle ins Restaurant kommen. Dann los, sagte Christine, bevor sie an ihrem Vater vorbeiging. Es wird übrigens Zeit, dass mir mal jemand erklärt, was hier eigentlich los ist. Im Restaurant herrschte wilde Stimmengemurbel und spürbare Nervosität. Mit einem kurzen Blick stellte Heinz fest, dass fast alle Reiseteilnehmer versammelt waren und schon unruhig auf ihren Plätzen saßen. Christine, zischte er seiner Tochter zu. Es sind wir fast die Letzten. Seine Lieblingsmoderatorin fehlt auch noch, entgegnete Christine. Reg dich nicht auf. Da vorne ist ein Tisch frei. Als Patrick Dengler sich in die Mitte des Raumes stellte, wurde es schlagartig still. Jemand schloss die Tür. Sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Patrick Dengler und ich ermittle im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel. Leider muss ich Sie über einige unangenehme Dinge informieren. Heinz zog Walter aufgeregt am Ärmel. Guck mal links, da sitzt Carsten Koch, ohne Handschellen, das ist gut. Walter nickte und wollte gerade antworten, als die Tür wieder aufging und Johanna eintrat. Nach kurzem suchenden Blick kam sie schnell zu ihm. Hallo, flüsterte sie, hat er schon was gesagt? Christine schüttelte den Kopf. Dengler fuhr unterdessen fort. Aufgrund von Hinweisen einiger Geschädigter haben wir uns entschlossen, gegen die Firma Ostseeglück ein Verfahren einzuleiten. Deshalb habe ich auch an dieser Reise teilgenommen. Wir müssen Sie nun bitten, sich zu unserer Verfügung zu halten. Es gibt noch einige Unklarheiten, die wir mit Ihrer Hilfe aufklären wollen. Er machte eine kleine Pause, bis das aufgeregte Getuschel abnahm. Sie werden sich fragen, was diese Situation jetzt für Sie bedeutet. Nun, Ihre Reise ist natürlich an dieser Stelle beendet. Wir brauchen noch Ihre Personalien und haben, wie gesagt, noch die eine oder andere Frage, die Sie uns vielleicht beantworten können. Aber danach steht Ihre Abreise nichts mehr im Weg. Herr Kock wird Sie mit dem Bus zurück nach Bremen fahren. Die genaue Abfahrtszeit geben wir rechtzeitig bekannt. Alles Weitere erfahren Sie dann von den Kollegen. Ich danke Ihnen. Er ging und viele ratlose Augenpaare folgten ihm. Tja, sagte Walter und betrachtete die Runde an seinem Tisch. Damit hat es wohl keiner gerechnet. Und nun? Heinz sah ihn ratlos an. Jetzt müssen wir mit dem Bus die ganze Strecke wieder zurück und dann auch nach Sylt. Denkt denn mal irgendjemand darüber nach, wie anstrengend das ist? Papa, Christine nahm die Flanke auf, wir können auch von hier aus direkt. Wieso darf Kock überhaupt fahren? Walter hatte sich aufrecht hingesetzt. Gehörte der nicht dazu? Anscheinend nicht. Annegret Töpper sah sich im Saal um. Sonst hätten Sie ihn ja auch mitgenommen. Aber ich sehe die Piepers nicht. Sind die abgehauen oder werden die gerade verhört? Einer der Polizisten kam mit einer Liste an den Tisch. Herr Müller und Herr Schmidt, würden Sie bitte mit mir kommen? Sie sprangen sofort auf. Walter mit einem vorfreudigen, Heinz mit einem unsicheren Lächeln. Aber gern, junger Mann, sagte Walter und klopfte den Beamten kurz auf den Rücken. Dann wollen wir mal schnell Ihre Fragen klären. Wir haben nämlich ausreichend Belege und Beweise gesammelt. Johanna streckte ihre Beine aus und sah Christine von der Seite an. Nachdem Fienchen und Annegret Töpper ebenfalls zur Befragung geholt worden waren, hatten sie zusammen das laute Restaurant verlassen und sich wieder nach draußen gesetzt. Als Tacke von meiner Tante niedergeschlagen worden war, hat Patrick Dengler sich geoutet. Anschließend hat er mich unter vier Augen angesprochen. Ich habe anfangs gedacht, dass er mich anbaggern will. Johanna lachte leise. Er hatte aber schon im Bus mein Aufnahmegerät gesehen und wollte wissen, für wen oder was ich hier bin. Ihm gefiel einfach nicht, dass irgendein Journalistentruller der Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen pfuschen würde. Sie haben nämlich schon seit längerer Zeit Hinweise auf Betrügereien. Christine zuckte mit den Achseln. Ich verstehe den ganzen Aufwand nicht. Wenn ein Kaufvertrag nicht seriös ist, kann man ihn doch anfechten. Johanna blieb gelassen, weil nicht seriös sehr geschmeichelt ist. Diese Firma Ostseeglück macht nicht nur diese Tour. Sie war wohl zeitgleich in sechs anderen Orten unterwegs. Der Trick ist, dass sie für die Nutzungsrechte angeblich vor dem Kauf eine Validitätsurkunde ausstellen müssen. Die Kosten dafür werden sofort kassiert. Da geht es um Summen von 1.000 bis 8.000 Euro. Du glaubst nicht, wie viele Rentner das bezahlen. Johanna war unbewusst zum Du übergegangen. Christine fand das in Ordnung. Hat das hier auch jemand bezahlt? Johanna nickte. Einige. Und jetzt kommt das Beste. Dieses Grundstück, das ihr euch heute Morgen angeguckt habt, ist überhaupt kein Bauland. Das Schild hat die Firma selbst aufgestellt. Lass mich raten. Das Land gehört einem Bauer namens Tätje. Erstaunt sah Johanna sie an. Das stimmt. Der Name fiel. Woher weißt du das? Das ist der Bauer, den wir heute Morgen gefunden haben. Der wollte wohl mit der Axt da Schild fällen und hat vor lauter Wut und Alkohol einen Herzinfarkt bekommen. Johanna notierte sich etwas auf einen Zettel und schob ihn in die Jeans-Tasche. Das ist eine solche Sauerei. Da werden ältere Menschen um ihre Ersparnisse gebracht, nur weil sie mal etwas erleben wollen und weil sie in den meisten Fällen zu unsicher sind, um nachzufragen. Ich bin richtig wütend. Damit ist ja jetzt Schluss. Die Firma ist weg vom Fenster. Na und? Johanna sah Christine skeptisch an. Glaubst du, es gibt keine anderen? Alle Daten der Teilnehmer werden gesammelt und dann verkauft. Dengler hat mich gefragt, ob mir zufällig solche Listen aufgefallen sind. Er selbst hat Lisa Wagner mit Unterlagen gesehen, die sind aber nicht auffindbar. Vielleicht kann man auf dem Bierdeckel meines Onkels noch Hinweise finden. Der ist ja so akribisch. Christine atmete tief durch. Mir fällt gerade ein, dass ich noch etwas mit ihm besprechen muss. Da muss er auch noch durch. Fahrt ihr eigentlich nachher mit dem Bus zurück nach Bremen? Johanna schüttelte den Kopf. Nein, Max holt uns ab. Er ist schon unterwegs. Wir suchen euch überall. Heinz stand plötzlich vor ihm. Wir sind fertig. Und nun? Wo ist Onkel Walter denn? Heinz zeigte ins Hotel. Der holt noch was aus unserem Zimmer. Danach müssen wir packen. Und danach Bremen und das Auto holen. Ich habe dazu überhaupt keine Lust. Papa, du musst gar nicht. Christine wurde je gestoppt. Nicht verzagen, Walter fragen. Mit strahlenden Augen und ausgebreiteten Armen kam er auf sie zu. Man hat sich per Handschlag bei mir bedankt. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit Handschlag. Und die Beamten würden sich wünschen, dass alle Mitbürger so aufmerksam wären. Dann sähe die Aufklärungsquote in diesem Land ganz anders aus. So, und jetzt sagt was. Mit Handschlag? Heinz guckte skeptisch. Warum? Weil ich, alter Steuerfuchs, eine Nase für beiseite geschaffte Unterlagen habe. Diese Frau Wegener. Wagner, verbesserte Heinz automatisch. Ist doch egal, sie ist sowieso verhaftet. Ich habe gesehen, wie sie einen Umschlag mit Papieren in den Hausmüll geworfen hat. In den Hausmüll, obwohl eine Papiertonne daneben steht. Da hat bei mir sofort eine Alarmglocke geklingelt. Ich habe den Umschlag sofort sichergestellt. Darin waren Listen mit sämtlichen Daten aller Reiseteilnehmer. Unmöglich. Als hätten wir keinen Datenschutz. Ich habe diese Listen gerade der Polizei übergeben. Ihr hättet die Gesichter sehen sollen. Wie gesagt, mit Handschlag haben sie sich bedankt. Walter setzte sich neben Christine auf die Bank und hielt sein Gesicht in die Sonne. Er dachte einen Moment mit geschlossenen Augen nach. Dann sagte er, Christine, könntest du uns nicht mit deinem Auto nach Bremen fahren? Das geht doch schneller als mit dem Bus. Und wer weiß, wann der fährt. Mir graut zu Besuch für der langen Rückfahrt. Ich will auf keinen Fall nochmal unterwegs übernachten. Onkel Walter, Christine rutschte ein Stück näher und legte ihre Hand auf sein Bein. Ich muss dir etwas erklären, worum Tante Inge mich gebeten hat. Ich habe ihr aber versprochen, dass ich es dir so sage, dass du dich nicht aufregst. Geht das? Kind, ich habe mich bei diesem Krimi hier kaum aufgeregt. Also sag schon. Es geht um dein Auto. Jetzt regte er sich doch auf. Ja, ich weiß. Er steht in Bremen und kostet uns heute noch mindestens acht Stunden Lebenszeit. Was hat Inge damit zu tun? Christine verstärkte mit der Hand den Druck auf sein Bein, hoffte auf einen beruhigenden Akupressurpunkt an dieser Stelle und sagte mit sanfter Stimme, Tante Inge hat einen Anruf bekommen. Der Wagen ist abgebrannt. Das Wrack ist bereits entsorgt. Verständnislos starrte Walter sie an. Abgebrannt? Warum? Brandstiftung. Ich war schon in Bremen und habe alle Formalitäten erledigt. Du musst da nicht mehr hin. Nicht mehr hin? wiederholte Walter. Plötzlich erschien ein Lächeln auf seinem Gesicht. Heinz, Christine kann uns direkt nach Hause fahren. Lass uns schnell packen. Als er schon an der Tür war, drehte er sich kurz um. Höchstens eine halbe Stunde und mach dir um den Wagen keine Sorgen. Der ist gut versichert. Bis gleich. Als die letzten Töne der Band verklangen, setzte der freundliche Applaus des Publikums ein. Das ist eine sehr gute Gruppe, sagte Walter anerkennend zu Heinz und verstärkte seinen Beifall. Kannst du die überhaupt hören? Natürlich, entgegnete Heinz. Meinst du, ich stelle bei einer solchen Veranstaltung das Hörgerät aus? Hast du gesehen, was die Eintrittskarten kosten? Stell dir mal vor, wir hätten bezahlen müssen. Da wärst du doch nie mitgekommen. Wäre ich doch. Du tust immer so, als wäre ich ein verknöcherter Geizhals. Heinz, Walter. Charlotte und Inge stießen sie von beiden Seiten an. Jetzt seid doch mal still. Es geht weiter. Ich glaube, jetzt kommt sie, flüsterte Fienchen, die genau hinter ihnen saß und sich jetzt vorbeugte. Ich bin ganz aufgeregt. Max zog sie unter den amüsierten Blicken von Christine und David wieder zurück. Die blonde Moderatorin trat ans Mikrofon. Meine Damen und Herren, wir kommen zur nächsten Kategorie. Die beste Reportage. Ich freue mich, Ihnen den Laudator vorzustellen. Begrüßen Sie mit mir Daniel Scholl. Unter dem Beifall des Publikums betrat Daniel in elegantem Anzug die Bühne. Er nickte der Moderatorin freundlich zu, legte seine Notizen auf das Stehpult und wartete, bis Ruhe eingekehrt war. Der hat mir den Mitschnitt geschickt, flüsterte Walter seiner Inge zu. So ein netter junger Mann. Und er hat eine so hübsche Krawatte, antwortete sie, bis Christine sie von hinten anstupste. Psst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend der diesjährigen Preisträgerin den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Beste Reportage verleihen darf. Es geht um dreiste Abzocke, es geht um einen Betrug in großem Stil, es geht um falsche Versprechungen und um viel kriminelle Energie, um Täter, die rücksichtslos und ohne jegliche Skrupel Menschen betrügen, die sich nicht wehren können oder wollen. Diese Reportage dokumentiert, was immer wieder passiert. Geehrtes Publikum, der diesjährige Deutsche Radiopreis geht an Johanna Jäger für die Reportage. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Unter tusendem Applaus kam Johanna im schwarzen Abendkleid mit hochgesteckten Haaren auf die Bühne, umarmte Daniel, der ihr den Preis, eine kleine Skulptur, überreichte, wurde von der Moderatorin beglückwünscht und stellte sich ans Mikrofon. Heinz und Walter strahlten. Sie drehten sich nach allen Seiten um, blickten zur Bühne, dann wieder nach links und rechts und hörten nicht auf zu klatschen. Danke. Johannas klare Stimme durchdrang den Applaus. Ganz herzlichen Dank. Sie machte eine kleine Pause, bevor sie fortfuhr. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich bei all denen bedanken, ohne die diese Reportage nicht zustande gekommen wäre. An allererster Stelle bei meiner Tante Josefine, die mich, wenn auch aus ganz anderen Gründen, gezwungen hat, an dieser Reise teilzunehmen. Liebes Fienchen, danke, es ist alles wunderbar aufgegangen. Weiterhin möchte ich Heinz Schmidt und Walter Müller danken, die mich mit Hinweisen aller Art versorgt haben und deren Schilderungen im Beitrag zu hören sind. Und ich bedanke mich natürlich auch bei meinen Kollegen im Sender und ganz besonders und deshalb zum Schluss bei meinem Mann Max. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Mitten im Applaus standen Walter und Heinz auf und verbeugten sich nach allen Seiten. Fienchen brach vor lauter Stolz in Tränen aus. Der Beifall wollte gar nicht enden. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,